Wir lesen einen Abschnitt aus der Offenbarung z 2. rozdziału, kapitel 2, od 18. wiersza, ab Vers 18. 2. rozdział Księgi Objawienia, od 18. wiersza, ab Vers 18. 3. I wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych, lecz mam Ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. 4. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chcę się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. 5. Toteż rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. 6. A dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z Was według uczynków Waszych. 7. Wam zaś pozostałym, którzyście w teatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na Was innego ciężaru. 8. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. 9. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. 10. Taką władzę ja otrzymałem od ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną, kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. 10. Vers 29 W Księdze Objawienia w drugim i trzecim rozdziale mamy zawartych siedem listów do zgromadzeń. 11. One są skierowane do, w tamtych czasach, egzystujących siedem różnych zgromadzeń. 11. Ale tą przewodnią myślą Bożą, zawartą w tych dwóch rozdziałach, 12. Jest to, aby nam pokazać ten rozwój wypadków, jaki nastąpi w chrześcijaństwie. 12. Począwszy od tego czasu, gdy apostołowie odeszli do Pana. 13. Aż do czasu, gdy Pan przyjdzie, aby nas do siebie zabrać. 13. Pochwycić nas. 14. Tych siedem listów do zgromadzeń pokazują nam różnorodne okresy czasu, jakie nastały w całym chrześcijaństwie. 14. A Pan chciałby, aby wszyscy, którzy są jego własnością, byli poinformowani o tym rozwoju w całym sytuacji i wypadku w całym chrześcijaństwie. 15. I możemy być szczęśliwi z tego powodu, że Pan nam powiedział, co on na temat rozwoju tych wypadków myśli. 15. I naturalnie, jeżeli teraz pójdziemy za tą przewodnią myślą Bożą zawartą w tych rozdziałach, 15. To wiedzmy, że będzie to miało moralny wpływ na nasze serce i na nasze sumienie. 15. Dla nas osobiście, w naszym osobistym życiu. 16. Ale również też i będzie miało to wpływ na społeczne życie dla nas jako zgromadzenie. 16. I tak powinniśmy przy rozważaniu tych dwóch rozdziałów 16. Nie zapominajmy tej wielkiej myśli, jaką Duch Boży nam tu przekazuje, 16. Że On nam tutaj te różne okresy czasu i rozwój wypadków w całym chrześcijaństwie pokazuje. 17. Abyśmy nie byli zaskoczeni sytuacjami, 17. Albo stanem chrześcijaństwa, jaki zastaniemy. 17. Najpierw oglądaliśmy ten list, który jest napisany do zboru w Efezie. 18. Ten list opisuje nam te czasy, jakie nastały po odejściu do Pana wszystkich apostołów. 18. Wiele dobrych rzeczy było, ale została zaniedbana pierwsza miłość do Pana Jezusa. 19. I na to właśnie Pan musiał położyć nacisk. 20. Następnie w drugim rozdziale od ósmego wiersza oglądamy list skierowany do Pana Jezusa. 20. I na to właśnie Pan musiał położyć do zboru w Smyrnie. 21. Ten list nam pokazuje okres strasznego prześladowania chrześcijan, 21. Jaki nastał pod panowanie, za czasów panowania tych różnych cesarzy rzymskich. 21. Najbardziej znanym jest prześladowanie chrześcijaństwa. 21. Jaki nastało za cesarza Nerona. 21. Davon sprichna to sędzschreiben o Smyrna, profetisch. 22. I o tym właśnie proroczo mówi ten list skierowany do Smyrny. 22. Wierzący tego zboru są wzywani, aby byli wierni aż do śmierci. 22. A jako cudowne wynagrodzenie przyobiecana jest im ta korona żywota. 23. Następnie mamy zapisany list skierowany do zboru w Pergamie. 23. Następnie mu pokazuje na okres czasów chrześcijaństwa, w którym cesarz Konstantin uczynił chrześcijaństwo religią państwową. 24. I w tym liście oglądamy opisane wszystkie złe następstwa tego kroku. 25. Teraz żeśmy czytali list skierowany do zboru w Teatyrze. 25. Ten list nam opisuje chrześcijaństwo w czasach średniowiecza. 26. I to jest opis stanu chrześcijaństwa sięgający aż do okresu reformacji. 26. I w szczegółach będziemy to rozważali spoglądając do tego listu do Teatry. 26. A Pan Jezus każdemu z tych zborów w szczególny sposób siebie przedstawia. 27. A w takim, jaki jest odpowiedni do ich stanu duchowego. 28. I odpowiedni do tych niebezpieczeństw, w jakim się znajdują. 29. I w ten sposób wskazuje chrześcijanom w tych wiekach średnich na trzy różne sprawy. 29. Tak, teraz znajduję się w tym drugim rozdziale, począwszy od osiemnastego wiersza. 29. Najpierw On siebie samego przedstawia jako Syn Boży. 29. Nie jako Syn człowieczy, pomimo że Nim też jest. 30. Nie jako Syn Marii, ale jako Syn Boży. 30. A powód tego jest jeszcze drugi. 31. Bo jako Syn Boży On jest fundamentem zgromadzenia. 31. To nie apostoł jest fundamentem zgromadzenia. 31. Ale Chrystus, Syn Boga Żywego. 31. So stelter sich der Gefahr und der Situation der Christenheit im Mittelalter vor. 31. W taki sposób On się przedstawia tym chrześcijanom ze średniowiecza, którzy w różnorodnych niebezpieczeństwach się znajdowali. 32. Po drugie czytamy, że On ma oczy jak płomień ognia. 33. On może wszystko zobaczyć i może sprawiedliwie osądzić. 33. Sowohl to, co było dobre, co się w tych czasach działo. 34. Ale widział również i wszystko to, co było błędne, co w tych latach się działo. 34. A po trzecie przedstawia siebie samego jako ten, który ma nogi podobne do błyszczącej miedzi. 35. My mamy napisane do mosiądzu. 35. On przez to też chce nam pokazać, 36. Że wszystkie błędne rzeczy, które się działy w chrześcijaństwie, 36. Że wszystko będzie osądzone. 37. To jest der richterliche charakter unseres Herrn Jezus. 38. Tu oglądamy sędziowski charakter Pana Jezusa. 39. Tak, widzimy. Mamy przed sobą bardzo poważne wiersze. 39. Oby Bóg darował nam łaski. 40. Abyśmy w bojaźni Bożej przed Panem te wiersze rozważali. 41. Dobrze by było, jeżeli by wszyscy krótko wyrażali swoje myśli. 41. Wszyscy się tematu trzymali. 41. I ten wielki myśli Bożej. 42. Trzymali się tej wielkiej myśli Bożej, która w związku z tym urywkiem tutaj została już przed chwilą przedstawiona. 42. Sędziowski 42. Gdy teraz przechodzimy do tego listu skierowanego do teatyry, 42. To tym samym rozpoczynamy rozważanie listu, który należy do drugiej grupy w tych siedmiu listach. 43. Bo te pierwsze trzy listy tworzą jedną grupę. 44. A ostatnie cztery listy tworzą następną grupę. 44. W czym właśnie spoczywają różnice między nimi? 45. Chciałbym wskazać na kilka. 45. My żeśmy już o tym słyszeli, że te poszczególne listy obrazowo wskazują na określone okresy czasu w chrześcijaństwie. 46. Tak, ale te cechy charakteryzujące trzy pierwsze listy, 46. Te cechy w określonym czasie cechowały chrześcijaństwo. 47. A były to cechy charakterystyczne takie, które my dzisiaj już nie posiadamy. 48. Ja je chciałbym teraz wymienić. 49. Te ogólności bardzo pozytywne wyrażenia, jakie znajdujemy w pierwszych wierszach listu do Efezu. 49. Na przykład, że nie mogą znieść złego. 49. Że oni wszystko doświadczyli, sprawdzili. 50. Że oni wszystko znieśli w imieniu Pana. 51. Te cechy już nie charakteryzują chrześcijaństwa dzisiaj. 51. Również te prześladowanie, jakie jest opisane w liście do zboru w Smyrnie. 51. Coś takiego nie jest już udziałem ogółu chrześcijan na świecie. 51. A nawet i te pozytywne cechy, jakie są opisane w liście skierowanym do zboru w Pergamie. 51. Na przykład w trzynastym wierszu. 52. Na przykład to, że trzymasz się mocno mojego imienia. 52. I że oni nie zaparli się tej wiary chrześcijańskiej. 53. To w ogólności na świecie wśród chrześcijaństwa takie cechy nie występują. 53. Ale rozwój wypadków i złych rzeczy, jakie w tych trzech listach znajdujemy opisane, 54. To te rzeczy do dzisiaj dalej się rozwijają. 54. Na przykład opuszczenie pierwszej miłości. 54. Co mamy opisane w tym liście do Efezu. 54. Nie mamy tego wpływu żydowskiego, jaki jest opisany w liście do zboru w Smyrnie w postaci tej synagogi szatana. 55. Przepraszam, mamy to opisane, jak również też i oddanie, rezygnacja z tego chrześcijańskiego stanowiska i powołania. 55. Tak, jak to jest opisane w Pergamie. 55. A gdy teraz przechodzimy do tych ostatnich czterech listów, 55. To wtedy te cechy charakteryzujące te cztery listy 55. Istnieją dalej aż do przyjścia naszego Pana. 55. Obwohl auch die dort beschriebenen kennzeichnen, 55. Pomimo, że i tam opisane cechy, 55. Für bestimmte Zeit die Christenheit prägen. 55. Były w określonych okresach chrześcijaństwa szczególnie charakterystyczne. 55. Ein zweiter unterschied. 55. Teraz podam drugą różnicę. 55. W tych pierwszych trzech listach 56. Besteht für die ganze masse noch hoffnung zur umkehr. 56. W ogóle tych wszystkich chrześcijan 56. Jeszcze istnieje nadzieja na zawrócenie ze złego. 57. Die aufforderung zu hören ergeht an alle. 57. A wezwanie do zdążania do tego, co jest wyższe albo w górze, 57. To rozbrzmiewa skierowane dla wszystkich. 58. A dopiero po tym pojawia się obietnica skierowana dla tego, kto zwycięży. 59. W ostatnich czterech listach 59. Wird nur noch an den überwinder die aufforderung gerichtet, wer ein ohr hat. 59. Tylko do tego, który jest zwycięstwom 59. Jest skierowana ta obietnica, 59. Kto ma uszy, niechaj słucha. 59. A więc to oznacza, że już nie ma nadziei, 60. Że cały ogół chrześcijaństwa 59. Zawróci do tego, co było na początku. 59. Viel mehr wird das du aber des zweiten Dimotius briefes hochaktuell. 60. Ale o wiele bardziej w tej drugiej grupie czterech listów 60. Jest aktualne słowo skierowane do Tymoteusza 61. Ale ty. 61. Die hoffnung ist also nach vorne gerichtet. 61. Ta nadzieja jest skierowana naprzód. 61. Und zwar auf das kommen desern. 61. A mianowicie w kierunku przyjścia Pana 62. Aby w tych, i w jakiejś tam zawsze formie w tych czterech listach jest wymieniona. 62. Während es in den ersten drei sens schreiben noch nicht erwähnt wurde. 63. Podczas, gdy w tych pierwszych trzech listach w ogóle nie została wspomniana. 63. Dann ein tricher unterschied. 63. I teraz widzimy jeszcze trzecią różnicę pomiędzy tymi dwoma grupami. 64. In den ersten drei sens schreiben 64. W tych pierwszych trzech listach 64. Richtet der Herr Jezus die versammlungen anhand eines maßtabes. 65. Pan Jezus mierzy tutaj te zgromadzenia odpowiednim przymiarem. 65. Dieser maßtab wird sehr deutlich im sens schreiben an Ewesus. 65. Ten przymiar jest dobitnie widoczny w tym liście do Efezu. 66. Er sagt in vers 5. 66. Bo mówi tutaj w wierszu 5. 67. Gedenken nun wo von du gefallen bist. 67. Und tu ubuze. 67. Czytamy. Wspomnij więc skąd spadłeś i upamiętaj się. 67. U nas jest napisane z jakiej wyżyny. Powinno być skąd. 68. Er beurteilt also ihr abweichen. 68. A więc tutaj on osądza to, że oni się odchylili. 69. Nach dem wie weit sie von dem ursprünglichen, von dem Anfang abgewichen waren. 69. Na ile oni się odchylili od tego, co było na samym początku. 69. In den letzten vier sens schreiben ist es anders. 69. W ostatnich czterech listach ta sprawa wygląda inaczej. 69. To bardzo dobitnie jest widoczne w tym liście skierowanym do Sardes. 69. Tam Pan mówi w wierszu trzecim. 69. Gedenken nun wie du empfangen hast. 70. Pamiętaj więc co nauczyłeś się albo co otrzymałeś. 69. Bo Pan w trakcie tego rozwoju sytuacji w Kościele 70. Gedenken. 70. Darował pewnego rodzaju przebudzenia. 71. Począwszy od tej reformacji. 71. A później poprzez całe te potężne dzieło, jakie działo się w 90. 71. W XV stuleciu. 71. I wierzący, do wierzących skierowane jest pytanie. 71. Co wyście uczynili z tą otrzymaną łaską? 72. Ja znowu się do was skierowałem w łasce. 72. Ja znowu się do was skierowałem w łasce. 72. A w jaki sposób wyście na to zareagowali? 72. Taka jest miara tego osądu, który jest zawarty w tych czterech ostatnich listach. 73. A teraz co dotyczy wiersza osiemnastego. 74. Pan Jezus we wszystkich tych listach siebie samego przedstawia tak, 74. Że dla tego, kto zwycięży, przygotowane jest potężne pocieszenie, wzmocnienie. 75. A dla tych, którzy są niewierni, 75. Zawarte tutaj jest bardzo poważne ostrzeżenie. 75. Mianowicie takie ostrzeżenie. 76. Hättet ihr diese charakterzüge beachtet, in denen ich mich vorstelle, 76. Gdybyście zwrócili na te cechy charakterystyczne, które mnie cechują uwagę, 76. Wäre es nicht zu diesen abweichungen gekommen, 76. To nie doszłoby do takiego odstępstwa, jakie wśród was jest. 77. To i tutaj jest dobitnie widoczne. 77. Ja chciałbym jeszcze tutaj powrócić do tego wyrażenia, Syn Boży. 77. My żeśmy już na ten temat słyszeli. 78. Chciałbym do tego przytoczyć trzy miejsca. 79. I mam takie wrażenie, że te trzy rzeczy Pan Jezus ma na myśli. 79. I 1. Johannes 5, vers 12. 79. W pierwszym liście Jana, w piątym rozdziale, w dwunastym wierszu. 81. Pierwszy list Jana, piąty rozdział, dwunasty wiersz. 81. Tam jest napisane, 81. Kto ma syna, ma żywot. 81. A więc życie tylko pochodzi od syna. 81. To oznacza, że ono nie przychodzi przez Kościół albo od Kościoła. 81. To Kościół nie pośredniczy w tym życiu. 81. I Maria też nie pośredniczy w otrzymaniu tego życia. 81. Da merken wir, wie speciel 81. I teraz zauważamy, jakie jest tutaj stanowisko Pana dotyczące tego okresu czasu, tej epoki. 81. Mamy tutaj przed sobą cechy charakteryzujące ten potężny Kościół rzymskokatolicki. 82. Den zweiten punkt hat Max schon sehr deutlich erwähnt. 83. A drugi punkt już tutaj brat Max dobitnie wymienił. 84. Die grundlage der Kirche ist nicht Petros. 84. Tą podstawą tego Kościoła nie jest Petros. 85. Sondern Petra. 85. Tylko Petra. 85. Der Felsen. 85. Skała. 85. Nicht ein Stein an diesem Felsen. 85. A nie kamień pochodzący z tej skały. 85. Das hatte ja Jesus in Mateus 16, vers 18 gesagt. 85. O tym opowiedział Pan Jezus Mateusza 16, w 18 wierszu. 85. Auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen. 86. A na tej skale ja chcę moje zgromadzenie zbudować. 86. A teraz jeszcze pojawia się trzecia myśl. 86. Den haben wir in Hebrea 3, vers 6. 87. Ją oglądamy w liście do Hebrajczyków w trzecim rozdziale, w szóstym wierszu. 87. List do Hebrajczyków 3, wiersz 6. 88. Da wird von dem Herrn Jezus gesagt. 88. Tutaj jest powiedziane o Panu Jezusie. 89. Dass wir sein Haus sind. 89. Że my jesteśmy domem Jego. 89. Und Christus als Sohn über sein Haus ist. 89. A Christus jako Syn ponad domem Jego. 89. Das heißt, die Autorität der Regierung über das Haus Gottes liegt bei dem Sohn Gottes. 89. To oznacza, że ten Autorität sprowadzowania rządów nad domem Bożym leży po stronie Christusa. 90. Und nicht bei der Autorität einer Kirche. 90. A nie spoczywa w Autorität Kościoła. 90. Wie wunderbar begegnet der Herr den aktuellen Gefahren für eine bestimmte Zeit. 90. Jakże w aktualny sposób Pan wychodzi naprzeciw tym niebezpieczeństwom pojawiających się w odpowiednich okresach chrześcijaństwa. 91. Und diese Belehrung überdauern die jeweilige Epoche und gelten bis für unsere Tage. 92. I te pouczenia 93. Nie tylko były aktualne w tamtym czasie, ale są obowiązujące aż do dzisiaj. 96. Das ist die Weise des Herrn, dass er immer zuerst das Gute erwähnt. Tak, to leży w mądrości naszego Pana, że On zawsze wymienia najpierw to, co jest dobre. Das macht mich immer sehr glücklich. A to zawsze tak bardzo mnie uszczęśliwia. A to On również tutaj czyni w przypadku tego listu do Teatyry w wierszu dziewiętnastym. I w tej przed chwilą wymienionej kościelnej organizacji, którą akurat w tym urywku od osiemnastego wiersza mamy zobrazowaną przed nami, gab es viel gute tätigkeit. Było tam bardzo dużo dobrych uczynków. Gute werke. Dobre uczynki. Liebe. Miłość. Glauben. Wiara. Dienst. Służba. Und ausharren. I wytrwałość. Wenn wir ein wenig die Geschichte kennen, dann wissen wir etwas davon. Jeżeli troszeczkę tylko znamy historie, to z pewnością wiemy, że tak było. Bis in selbsthingabe gedient worden ist. In selbsthingabe. Selbstvergleich. Do tego to zdążało, że ludzie oddawali samego siebie. Und ausharren. Diese werke sind sogar zunehmend. A tutaj czytamy, że te uczynki jeszcze pomnażają się. Das zeigt er im letzten Satz von Vers 19. To wskazuje właśnie ostatnie zdanie w dziewiętnastym wierszu. Deine letzten werke sind mehr als die ersten. I wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Im lauf der Jahrhunderte hat das diese, dieses gute noch zugenommen. W przeciągu kilkustuleci to dobro, które tam było, ono się jeszcze pomnożyło. Aber dann muss er auf ernste und schwere irrtümer zu sprechen kommen. Ale następnie on musi przejść do omówienia poważnych i ciężkich błędów. Und das haben wir dann in Vers 20 vor uns. I to oglądamy właśnie w wierszu dwudziestym. Wir neigen dazu, zumindest wie in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das in eurem Land ist. My skłonni jesteśmy do tego. Przynajmniej my w Niemczech. Nie wiem, jak to w waszym kraju jest. Aby ten system o wiele gorszym pokazywać, niż jest opisany. W Sardes opisany. Aber ich glaube, wir irren darin. Ich glaube, wir irren darin. Ale myślę, że mylimy się. In Sardes finden wir nur noch einen überrest. Bo w Sardes znajdujemy opisaną tylko resztkę. Der seine Kleider nicht besudelt hat. Takich, którzy nie splamili swoich szat. Einen überrest, den wir auch in Tüatür finden. Taką resztkę również znajdujemy opisaną w Tiatyrze. Diejenigen, die die tiefen Satans, wie sie sagen, nicht erkannt haben. A to są ci, którzy nie poznali tych głębin nauki szatańskiej. Aber wir finden in Sardes nicht, dass ein lob des Herrn noch an alle gesprochen wird. Ale w Sardes już nie znajdujemy tej pochwały Pana skierowanej do wszystkich. An alle in Sardes ist nur tadel zu finden. Bo w Sardes mamy skierowane do wszystkich tylko napomnienie. Und das ist umso bezeichnender, da unser Bruder Max gerade sagte. I to jest godne uwagi, co powiedział przed chwilą nasz brat Max. Das ist der Herr Jezus lieb das gute, was da ist zuerst zu nennen. Że Pan Jezus tak bardzo to miłuje, aby najpierw wymieniać dobro, które znajduje. On mógł tak uczynić w stosunku do zboru w Tiatyrze. On tam znalazł coś, o czym żeśmy już słyszeli. Während das bei Sardes nicht zu finden ist. Podczas, gdy w zborze w Sardes tych rzeczy już nie można było znaleźć. Ein Bruder des Anfangs des 19. Jahrhunderts Pewien brat na początku XIX stulecia hat einen sehr bewegenden abschnitt über diesen Vers 19 geschrieben. Napisał bardzo poruszający opis tego wiersza XIX. Ten opis wycisnął łzy z moich oczu. Dass wir vielleicht manchmal über solche heilige, die in der Zeit gelebt haben. Dass wir heute über solche heilige, die damals gelebt haben im Mittelalter. Że my może dzisiaj w stosunku do tych świętych, którzy w tamtych czasach żyli. Ein etwas leichtfertiges urteil haben. Mamy zbyt pochopną ocenę. Dass wir bemängeln, was sie alles nicht mehr gewusst haben. Und wir heute wissen dürfen. I, dass wir zauważen, was sie nicht wussten. Und ich kann den Bruder nicht wörtlich zitieren. Ja nie jestem w stanie teraz dosłownie zacytować, co ten brat napisał. Aber er sagt so ungefähr. Ale on mniej więcej tak to powiedział. Wenn wir einmal sehen werden am Richterstuhl Christi, was die für einen Lohn empfangen. Wenn sie in diesen schwierigen Zeiten für den Herrn waren. Dann wird es uns die Schamröte ins Gesicht treiben. To z pewnością nasze oblicza pokryją się wstydem. Ob unseres leichtfertigen urteils. Wenn wir mangel an erkenntnis bei ihnen so mit dem Finger darauf gedeutet haben. Gdy palcem wytykamy im braki w poznaniu. Möchten wir auch hier unseren Meister gleiche. Obyśmy i w tym byli podobni naszemu Mistrzowi. Dass wir alles gute. Abyśmy wszystko to, co dobre. Sehen. Potrafili zauważyć. Und achten. I poważać. Und anerkennen. I uznawać. Auch dann, wenn vielleicht Dinge an anderer Stelle mangeln mögen. Nawet wtedy, gdy jakieś inne rzeczy były niedostatnie w innym zakresie. Wir haben diese Eigenschaft vielleicht auch bei unseren Mitgeschwistern. Może takie też i cechy znajdujemy wśród naszych współwierzących. Dass wir immer zuerst die Fehler sehen. Und manchmal nur noch die Fehler. Und alles, was aber vor dem Herrn anerkannt wird vielleicht gering achten. Und alles, was aber vor dem Herrn anerkannt wird vielleicht gering achten. Und übersehen. Und übersehen. Albo przeoczamy. Kiedy przeczytamy ten dziewiętnasty wiersz. Wenn wir vers 19 lesen. To powstaje pytanie, dlaczego Pan później mówi o różnych nieprawidłowościach. Dann kommt die Frage auf, warum der Herr später über einige Unordnung spricht. Wenn der Herr redet von dem Glauben, von der Liebe, von den Werken und diesen Charakterzügen. Vers 19. To, czego tutaj w zasadzie brakuje. Ja, was fehlt denn denn eigentlich? Wydaje mi się, że my bardzo często zwracamy na swoje własne Uczynki. Co mamy czynić? Mir scheint, dass wir häufig auf uns selbst hinweisen, auf die guten Werke, die wir tun. Bardzo często pojawia się to pytanie w Słowie Bożym, Panie, co mam czynić? Und häufig taucht an Worte Gottes die Frage auf, Herr, was soll ich tun? I w zasadzie zawsze powinniśmy tak pytać, Panie, co mam czynić? Und im Grundsatz nach sollten wir auch immer so fragen, Herr, was soll ich tun? Ale również miejscowe Zgromadzenie musi się pytać, Panie, co mamy czynić? Aber auch die örtliche Versammlung musi się pytać, Herr, was sollen wir tun? Również wszyscy wierzący na całym obliczu Ziemi muszą to pytanie stawiać, Panie, co mamy czynić? Auch alle Gläubigen auf dem ganzen weiten Erdenrund müssen sich diese Frage stellen, Herr, was sollen wir tun? Bo my mamy bardzo często zadowolenie jesteśmy, jeśli w naszych oczach wydaje nam się, że te Uczynki są dobre. Denn wir sind häufig damit zufrieden, wenn wir in unseren eigenen Augen uns als solche sehen, die gute Werke schon tun. Pan ma często inne Zdanie na ten temat i inne Ziele. Und der Herr hat häufig eine andere Meinung davon und auch andere Ziele, zu denen er uns auch persönlich benutzen möchte, czy jako świadectwo Zgromadzenia czy całe Zgromadzenie. Ob als Zeugnis der Versammlung oder auch die ganze Versammlung. Już w Starem Testamencie, w pierwszej Księdze Kronik, w dwunastem rozdziale, czytamy, schon im Alten Testament, in Erste Kronika 12, lesen wir, w trzydziestym trzecim wierszu, in Vers 33, że z Isacharytów, dobrych znawców stosunków, wiedzących, co ma czynić Izrael, dass sie aus solchen, die aus Isacharytów waren, die gute Kenntnis hatten über die Kriegswaffen, also sie waren gute Kenner dessen, wie sie sich im Kampf verhalten sollten, Pan by też chciał, żebyśmy byli uzdolnieni do tych rzeczy. Und der Herr möchte, dass auch wir fähig sind zu diesen Dingen. Żeby w zależności od czasów, jakie są, damit abhängig von der Zeit, die herrscht, nasze Uczynki były adekwatne do tego. Damit unsere Werke auch entsprechend sind zu dieser Zeit. My jesteśmy stworzeni do dobrych Uczynków, Jezusie Chrystusie. Wir sind zu guten Werken geschaffen in Christus Jesus. I te Uczynki są kształtowane na każdy czas, na każdy okres Kościoła. Und diese Werke sind für jede Zeit und jede Zeitepoche der Versammlung gebildet. Für ganz konkrete Gläubige. W osobistym życiu. In dem persönlichen Leben. Ale szczególnie w życiu Zgromadzenia. Aber besonders in dem Leben der Versammlung. Co ma czynić Izrael? Was soll Izrael tun? Co ma czynić Zgromadzenie? Was soll die Versammlung tun? Wie ist das erfreulich? Że możemy to w naszych sercach odczuć. Dass wir das in unseren Herzen empfinden können. Że ten, który przegląda te rzeczy Zgromadzeniu. Dass der, der diese Dinge der Versammlung betrachtet. Dass er auch derjenige ist, der die Macht hat, Gericht zu üben. Und dass er zu dem Überrest, der sich in Teatüre befindet, sagt. Ja znam. Ich kenne. Er sieht in jedem Augenblick einen, jeden Einzelnen. Auch jetzt uns. Jego oko w tych trudnych czasach średniowiecza, jak tu już było powiedziane. Sein Auge in diesem Mittelalter, wie schon gesagt wurde. Może i poznanie nie było takie wielkie. Wo vielleicht die Erkenntnis nicht so groß war. Dostrzega wszystko, co się dzieje. Dieses Auge bemerkt alles, was geschieht. Co jego miłowani mają. Und was sein Geliebten haben. W czym są czynni. W worin sie tätig sind. I czego jeszcze nie opuścili. Und was sie noch nicht verlassen haben. Tu się rzuca w oczy również i to, że te braki, które były w Ephesie, die sieht man auch besonders, dass die Dinge, die bei Ephesus mangelten, czyli ta pierwsza miłość opuszczona, also die erste Liebe, die verlassen wurde, ona znów jest tu czynna, ta miłość. Sie ist hier wiederum tätig, diese Liebe. I tak właściwie to, byśmy mogli nawet powiedzieć, und eigentlich könnten wir auch noch sagen, że jest miłość, wiara i w dwudziestym piątym wierszu nadzieja. Dass es Liebe gibt und Glauben und in vers 25 auch Hoffnung. Chociaż nie było takiego wielkiego poznania, to widać, że ta miłość jest stałym łącznikiem z tym źródłem mocy. So sieht man, dass diese Liebe eine ständige Verbindung ist mit der Quelle dieser Macht. Und wenn wir uns wirklich aus der Geschichte etwas in Erinnerung rufen können, dann wissen wir, dass diese Überreste wirklich eine große Kraft besaßen. Und der Herr legt Ihnen wirklich nichts mehr auf und sagt Ihnen, bleibe darin. Und das sind eigentlich diese wunderbaren Charakterzüge auch, dass diese Dinge, die gegeben wurden, dass wir auch in ihnen bleiben dürfen oder können bojować, czy być czynni. Entweder, dass wir in ihnen kämpfen können oder in ihnen tätig sein dürfen. Wir haben auch gehört, dass dieses Böse sich mehr und mehr entfaltet. Bo wierszu 20 in Vers 20 sehen wir im ersten Teil dieses Verses aber ich habe gegen dich. Aber ich habe gegen dich. Aber ich habe gegen dich. Und dieses Böse, was sich damals entfaltet hat, das hat sich nicht nur in der Lehre entfaltet, sondern das hat sich richtig verankert. dass diese Person, die uns hier vorgestellt wird, dass sie sich sehr heimisch in diesem Ort oder an diesem Platz findet. Und wenn uns diese ganzen Charakterzüge hier dargestellt werden und eigentlich die unfeiligkeit der übrigen, zu dem ursprünglichen zurückzukehren, dass sie jetzt nicht mehr so ein Ziel haben. Was hat Jesus auch nicht mehr so ein Ziel? Seine Augen sind auf diese kleine Gruppe gerichtet. Dass jedes Verhalten dieses Überrestes ihm auch nicht fremd ist. Der selbe Herr, der Augen hat wie eine Feuerflamme, alles durchdringend und gerecht beurteilend, und der bereit ist, alles ihm entgegenstehende zu richten in der Versammlung, der bereit ist, was er schlussendet hat. Das bedeutet nicht, dass er es schon gerichtet hat, aber er steht bereit ist zu tun. Und dieser Herr sieht auch gerade angesichts des dunklen Hintergrundes, Das ist immer so. Das ist immer so. Je dunkler der Hintergrund, umso heller strahlt die Treue, der Herr sieht jeden Funken von der Treue. Er sieht den schwächsten Pulschschlag eines Herzens, das für den Herrn schlägt. Er sieht den schwächsten Pulschschlag eines Herzens, das für den Herrn schlägt. Und wir würden gut daran tun, i dobrze uczynimy, mal in der Kirchengeschichte, aby w tej historii Kościoła die Zeit der Gläubigen von etwa 600 bis 1600 nach Christus zu lesen. Poczytać sobie, co dotyczy tego okresu rozwoju chrześcijaństwa w latach od roku 600 do 1600. Ich habe den artikel, den Horst Zilfeld erwähnte dabei. Ja ten artikel, który zacytował brat Horst Zilfeld, mam teraz ze sobą. Ich kann ihn jetzt nicht vorlesen, das würde zu lange dauern. Oczywiście nie będę go czytał, bo by to trwało za długo. Aber ich radę jedem, wenn er es irgendwie ermöglichen kann. mal die Betrachtung von Bruder Darby über diese damaligen Gläubigen zu lesen. Aby przeczytać te rozważania, napisane przez Brata Darbiego, dotyczące właśnie ówczesnych wierzących. Es betrifft auch die Albingenser und die Waldenser, bzw. im 11., bzw. 14., 15. Jahrhundert. Sie sind über die Alben geflüchtet. Einer dieser Gläubigen hat ein Gedicht geschrieben. Jeden z tych tamtejszych wierzących napisał wiersz, in dem er diese Zeit und die Verfolgung schildert, und am Ende jeder Strophe, und am Ende jeder Strophe, und am Ende jeder Strophe, sagt er in einem Refrain, The Lord and I, der Herr und ich. Diese Erfahrungen haben diese verfolgten Gläubigen in dieser Zeit mit ihrem Herrn gemacht. Dann verstehen wir etwas diese Begriffe. Gdy to przeczytamy, to zrozumiemy cośkolwiek z tych pojęć tutaj opisanych. Verge, Liebe, Glauben, Außer, Dienst. Uczynki, Miłość, Wiara, Służba, Wytrwałość. Im sens schreiben an Efesus. W tym liście skierowanym do Efezu. War wohl von Vergen die Rede. Tam była mowa o uczynkach. Aber Liebe und Glauben werden nicht erwähnt. Ale Miłość i Wiara tam nie są wspomniane. Im sens schreiben an Smyrna. W tym liście skierowanym do Smyrny. War nicht die Zeit der Werge. To nie był czas uczynków. Da wurde die Christenheit durch dulzsamkeit ausgezeichnet. Wtedy chrześcijaństwo cechowało się wytrwałością. In Pergamos. W Pergamie. Verhinderte die Weltförmigkeit der Christen ihre Werke. Te zeświadczenie przeszkadzało chrześcijanom, aby dokonywali uczynków. Aber hier. Ale tutaj. Werden diese positiven kennzeichen von dem Herrn wahrgenommen und lobend erwähnt. Są tutaj te pozytywne cechy zauważone przez Pana i z pochwałą wymienione. Również i w naszym kraju. Auch in unserem Land. Mamy taką skłonność, aby spoglądać na teatürę z góry. Może częściowo jest to spowodowane tym. Vielleicht jest to teilweise dadurch bedingt. Że większość z nas ma rzymskokatholicki rodowot. Że to stąd Pan nas wyprowadził. Że to stąd Pan nas wyprowadził. Że to stąd Pan nas wyprowadził. Gdy w kontekście rozważań jej stanu wspomnieliśmy o Sardes. To chciałbym powiedzieć, co obrazuje Sardes. Mianowicie Sardes przedstawia protestanckie chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, w którym jest swobodny dostęp do Słowa Bożego. Gdzie każdy ma Biblię. Gdzie może przy stole zachował się zwyczaj. Mówienia modlitwy. Gdzie może regały pełne są książek o tematyce chrześcijańskiej. Gdzie wszystkie te rzeczy stały się suchą masą. Gdzie nie ma już w sercu wierzących życzenia szczerego, mówiąc w ogólności. Gdzie w allgemeinach nie ma już w sercu. By upatrywać w szczerości przed Panem największy skarbiec w tym Słowie. Gdzie tylko krótko w stosunku do Sardes. Teraz wracając do teatyry, gdy zastanawiamy się nad powodem, z jakiego Pan gani teatyrę. To musimy w każdym momencie zachować przed oczyma, w jaki sposób rzeczywiście Pan Jezus występuje, w jakich cechach charakteru w stosunku do teatyry. Gdzie on pokazuje siebie jako tego, który dzierży wszelki autorytet ponad swoim domem. Tego właśnie w teatyrze zabrakło. Teatyra przywłaszczyła sobie autorytet Pana. Teatyra odłączyła się od Niego jako głowy uwielbionej w niebie. Teatyra uznała, że ma nową głowę. I już niewiele brakowało do tego, by szatan otworzył usta prorokinii, prorokinii, która nie była ustanowiona przez Pana. Eine Prophetin, die nie przez den Herrn eingesetzt war. Przednio zapytał nasz brat Jan. Jeżeli Pan mógł tak wiele pozytywnych rzeczy, zawartych w dziewiętnastym wierszu, to czegoś tu jeszcze brakowało? My żeśmy już to porównywali, co jest napisane w wierszu dziewiętnastym, z tym, co znajdujemy w wierszu drugim skierowanym do Efezu. Tam na przykład bezpośrednio nie jest wymieniona miłość. Z całą pewnością z tego powodu, że co do Efezjan musiał narzekać, że oni opuścili pierwszą miłość. Ale jedną rzecz to zgromadzenie w Efezie jeszcze posiadało, a mianowicie to, co akurat w teatyrze brakowało. Czytamy o tym wierszu drugim. A nie możesz ścierpieć złych. I że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. A więc Efezjanie zauważyli wśród siebie mężów takich, którzy przywłaszczali sobie autorytet i nie uznawali ich. Gdy czytamy o tym, że oni nie mogli znieść zła, to możemy tu w tym miejscu myśleć o tym moralnym złu, które mamy opisane w liście do Koryntian. I że oni czegoś takiego nie potrafili znieść, aby istniało w zgromadzeniu. Ale również możemy i pomyśleć o takim złu, które dotyczyło nauki chrześcijańskiej. I takiego i takiego zła oni nie potrafili ścierpieć. A co do zgromadzenia w Smyrnie? To żeśmy już to zauważyli, że nie było istotną rzeczą uczynki ich, ale znoszenie i cierpienie tych wszystkich prześladowań. To było to, co Pan u nich widział. Ale gdy przejdziemy do zboru w Pergamie, to czytamy, że byli wśród nich tacy, którzy trzymają się nauki Balaama. I że oni mieli wśród siebie takich, którzy trzymali się nauki Nikolaitów. A więc tam w Pergamie byli wśród zgromadzenia fałszywi nauczyciele. W tym liście tylko ta rzeczywistość została wymieniona. A nie znajdujemy tam żadnego opisu tego, w jaki sposób zgromadzenie się zachowało w stosunku do tych złych. Oni byli tam. Ale w tym zborze w Teatyrze posunęło się to o krok dalej. O tym czytamy w wierszu 20. Że oni tolerowali tą złą prorokinię Izebel. To jest właśnie to, czego im było brak. Przynajmniej tego. Jeszcze raz. Efes nie mógł ścierpieć zła. I rozpoznał tych fałszywych apostołów. W Pergamie już ci fałszywi nauczyciele byli wśród nich. A w Teatyrze już ta fałszywa prorokini była tolerowana. To również ma nam wiele praktycznych rzeczy do powiedzenia. Może być wiele wysiłków i pilności w zgromadzeniu, zapału. Ale jeżeli takie zgromadzenie złe rzeczy wśród siebie toleruje, to z całą pewnością będzie miało Pana przeciwko sobie. Na tym zakończymy rozważanie dzisiejsze. Księga Objawienia, drugi rozdział od dwudziestego wiersza. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi, uprawiać przeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chcę się upamiętać we przeczetęństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki. Jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich, a dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś pozostałem, którzyście w teatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad Poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i ja otrzymałem od ojca mojego, dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Jeszcze raz widzieliśmy, że teatyrze je wstą 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 wstą. Wczoraj żeśmy o tym mówili, że teatyrza obrazowo przedstawia tych chrześcijan, którzy żyli w czasie średniowiecza. I ona jest tutaj reprezentowana przez Kościół rzymskokatolicki. I żeśmy wczoraj widzieli z wiersza dziewiętnastego, że wiele dobrych uczynków wypływało z tego wielkiego Kościoła. Ale w wierszu dwudziestym Pan mówi, lecz mam ci za złe. I abyśmy ten dwudziesty wiersz dobrze rozumieli, to musimy również i poznać, w jaki sposób często objawienie się wysławia. Bardzo często w tej księdze widzimy obrazy, które musimy rozumieć duchowo. O Janie, który pisał tę księgę, jest napisane, że on zobaczył lub widział, nie tylko słyszał. On widział różne obrazy, różne postacie, widzenia i on nam o tym tutaj pisze. I z tego możemy wyciągnąć duchowe znaczenie. W wierszu dwudziestym oglądamy pewną niewiastę. Niewiasta w Biblii jest obrazem na taki mocno utrwalony system. Spricht also in wierszu zwanzig nicht von etwas, das ab und zu vorkommt. A więc w wierszu dwudziestym Jan mówi o tych rzeczach, nie jako o takich, które od czasu do czasu się pojawiają. Ale mówi tutaj o mocno utrwalonym systemie w tej wielkiej kościelnej organizacji. A jest to niezgodny z Bogiem obcy element. Das ist das Bild von Isabel. I takim jest właśnie ten obraz tej Isabel. Wenn wir sie kennen aus dem Alten Testament. Jak znamy tą niewiastę ze Starego Testamentu. To wiemy, że ona pochodziła z obcego narodu, a nie z ludu Bożego. I tak też jest to system obcy, a nie przez Boga ustanowiony w tym kościelnym systemie. I ona siebie nazywa prorokinią. Das heißt, das ist das Bild, das die Kirche sich anmaßt zu leeren. A to oznacza, że tutaj Kościół przywłaszcza sobie prawo do nauczania. Nach Gottes Gedanken leert die Kirche nicht. A zgodnie z Bożymi myślami Kościół nie ma nauczać. Sondern die Kirche wird beleert durch den Herrn und die Werkzeuge, die er bereitstellt. Ale Kościół ma być pouczany przez Pana i przez te narzędzia, które Pan powołuje. A wir sehen hier, dass die Kirche sich die Stelle des Herrn angemaßt hat. I tu widzimy, że Kościół sobie przywłaszczył to stanowisko Pana. Diese Kirche leert und stellt dogmen auf. Ten Kościół naucza i ustanawia dogmaty. Und das ist eine verführung für die Knechte. Und zwar in zweierlei Hinsicht. A to mianowicie z podwójnego, o podwójnym znaczeniu. Erstens zur Hurerei. Po pierwsze zwodzi do przeteczeństwa. Das ist die Verbindung mit der Welt. A to oznacza łączenie się ze światem. Sie verbindet die Kirche mit der Welt und ihren Systemen. Ona łączy Kościół ze światem i z światowym Systemem. Und die zweite verführung ist Götzen obfressen. A drugim zwodzeniem jest spożywanie rzeczy ofiarowanych Bałwanom. Ein Bild des Götzendienstes, der eingeführt worden ist in diesem System. Jest to obraz tego Bałwochwalczego Systemu, który został wprowadzony do tego Kościoła. Dieser Götzendienst zeigt sich zum Beispiel durch Heiligen Freierung. Te Bałwochwalstwo objawia się na przykład w postaci czczenia różnych świętych. Und durch den Bild des Götzendienst. Bilder? Bilder. I czczenie obrazów. Wir sehen also, dass schwere Irrtümer hier angepranget werden. A więc widzimy, że bardzo ciężkie błędy zostały tu wprowadzone. Und es geht. Und es geht. im Feind Gottes darm. I nieprzyjacielowi Bożemu chodzi po prostu o to, die herliche Person des Herrn Jezus zu verdrängen. Aby tą wspaniałą osobę Pana Jezusa wypchnąć. Ten system kościelny, o którym żeśmy przed chwilą słyszeli, on został opisany w wierszu osiemnastym, jeżeli weźmiemy pod uwagę różnorodne tłumaczenia tego słowa tiatyra. Tiatyra to jest ta, która kadzidło ofiaruje. I ona jest tą, która ofiarę stałą przynosi. Stała ofiara bezkrwawa. I w ten sposób tą jedyną ofiarę odsuwa na bok. Myślę, że dobrze będzie, gdy się intensywnie zajmiemy rozważaniem dwudziestego wiersza, bo ten wiersz bardzo dobrze wylicza wszelkie błędy występujące w tym kościele. Mam wrażenie, że ta niewiasta obrazuje tutaj tego złego. Przypominam sobie inne zdarzenia ze Starego Testamentu. Myśmy już o tym słyszeli, że niewiasta Izabel była obcą. Dalej czytamy o niej, że ona była morderczynią i ona mordowała proroków pańskich. Poza tym ona przejęła kierownictwo w jej małżeństwie. Ona właśnie podjudzała swojego męża, aby zabił Nabota. Przez to poznajemy, że ona wywróciła do góry nogami porządek, jaki Bóg ustanowił w stworzeniu. I teraz przenosząc to na nasze czasy, to oznacza, że Kościół zrezygnował czy odłożył na bok stanowisko poddania się Panu i zamiast być poddanym Chrystusowi, czyli głowie, przejmuje samodzielnie prowadzenie i panowanie. I w tym okresie czasu, w latach od roku sześćsetnego do tysiąc sześćsetnego posunęło się ta rzecz tak daleko, że Kościół wykonywał również i kierownictwo wszystkimi politycznymi siłami rządzonych krajach. W związku z tym, co brat Max powiedział, że ta niewiasta obrazuje tutaj tak mocno utwierdzony, wprowadzony system, chciałbym zapytać, dodać. Bardzo dobitnie widzimy tutaj zobrazowany dalszy rozwój złego, zobrazowany w Pergamie, dalszy rozwój złego. W Pergamie to zło jest pokazane w połączeniu z osobami męskimi. z Bileamem i Nikolaitami. Pokazane jest w związku z Bileamem i Nikolaitami. Myśmy już słyszeli, że to oznacza, że to zło było tam wśród nich. Ale w Pergamie ono jeszcze nie urosło, aby stało się takim na stałe, wprowadzonym złym systemem. Ale tak właśnie się stało w Teatyrze. Tolerowano coś takiego. Gdy pomyślimy sobie o tej prorokini, to wydaje się mi, że ona podawała, jakoby była inspirowana przez Ducha Świętego. Ale w rzeczywistości to była pod inspiracją szatana. A następnie, tak jak żeśmy już słyszeli, ona uczyła. To już było wyjaśniane. I dalej czytamy i zwodzi. I w związku z tym słowem zwodzić, chciałbym jeszcze drugą myśl dołączyć. Jeśli chodzi o to zwodzenie do przeteczeństwa, to zawsze to oznacza, jeżeli chodzi o przeteczeństwo duchowe i fizyczne, że to, co miało się oddać Bogu albo miało się oddać własnemu małżonkowi, oddaje się komuś innemu. albo oddaje się to bałwanowi albo oddaje się obcemu mężczyźnie. Chórerei, ob geistycznie czy duchowe, czy fizycznie, tak zawsze się odbywa. Aby nie oddawać komuś to, co do niego należy, ale oddawać to komuś innemu. I gdy pomyślimy sobie o czasy, w jakich Kościół wtedy stał, to nie było to tylko duchowe przeteczeństwo, i na przykład kult maryjny, ale również też w tym Kościele zaistniało cielesne przeteczeństwo i to w najbardziej obrzydliwy sposób. I widzimy z tego, jak w tych niewielu, ale bardzo trafnych słowach Duch Święty zobrazował pełnię tego zła zaistniałego w tym Kościele. To jest już fakt, co tutaj mamy. I interesujące jest właśnie, cośmy teraz mogli w takim zarysie tu usłyszeć, jak te siły zła starannie przygotowują ten fundament, by go opanować, zapanować. Jeśli tu było wspomniane, wspomniana ta żona króla Ahaba, to my, czytając Stary Testament, widzimy, jakie tam nieprawidłowości zapanowały, że ta niewiasta potrafiła w imieniu swojego męża pieczętować pisma do ludu izraelskiego, że ta kobieta w imieniu swojego mężu briefe wysiegnęła na siebie. I teraz mi się przypomina, jak był u nas brat Brim. To on wspomniał o takim przyjacielu Jana, który w 107 roku napisał 7 listów, Ignatius się nazywał, 7 listów do tych zborów innych napisał. Czyli widzimy Stary Testament, a w Nowym Testamencie 7 lat po śmierci Jana już są takie niesamowite myśli Ignatiusza. Also, wir sehen, dass im Alten Testament, das ist das, was vorgebildet ist dort, dass es im Neuen Testament, oder in der Zeit der Christenheit sich widerspiegelt, dass sieben Jahre danach schon so verschiedene Briefe mit anderem Inhalt gelehrt werden. Macie słuchać biskupa. Dass dort steht, ihr sollt die Bischöfe hören. Jeśli mówi biskup, to tak jakby Chrystus do was mówił. Wenn der Bischof es sagt, dann ist es so, als ob Chrystus es euch sagen würde. Und wir sehen, wie sich das Böse dort zubereitet und etwas vorbereitet, was auch im Brief an die Thessalonicher schon beschrieben wird. Wenn es heißt, von dem, der da kommen wird und sich über alles erheben wird, was göttlich ist. Das ist alles eine Zubereitung dessen, bis dann der Antichrist kommt und sich im Tempel setzen wird, um angebetet zu werden. Das ist nicht mehr nur die Lehre, von der wir sprachen, sondern das sind schon die Früchte der Lehre. Wir sehen daraus, dass also in dieser Gemeinschaft, in dieser Kirche, dass es angenommen und akzeptiert wird. Sie hat dort ihren Platz. Im Gegensatz dazu, die Gruppe der Treuen, wir sehen also, dass diese erste Abweichung von der ersten Liebe, also von der Kraft und Macht, die in Ephesus war, es führt dann dazu, dass man falsche Lehre duldet, oder sie, dass man die Lehre, falsche Lehre zulässt, dass es keine Wirksame Abwehr dessen gibt, die falsche Lehre in die Versammlung bringen, hier haben wir in diesem einen Wort, ich habe gegen dich etwas, man kann es eine Art Trauer nennen, die man darin ausdrücken kann, dass dort eine Unfähigkeit oder Schwachheit besteht, um sich dem Bösen dort zu widersetzen, was dort geboren wurde und schon Tatsache war. Vers 20, der uns die Frau oder das Weib Jezabel vorstellt, er weist auf zwei Tatsachen der Aktivität hin, das ist zum einen die Hurerei und zum zweiten das Essen von Götzen Opfern. Wir haben davon geredet, dass die Hurerei etwas damit zu tun hat, dass man etwas gibt, etwas, was eigentlich dem Herrn gehört, dass man es jemandem anderen gibt, und wenn wir jetzt übergehen zu dem Essen der Götzen Opfer, haben wir zu tun mit Gemeinschaft, und Gemeinschaft hat viel zu tun mit Nehmen. In diesem Wort hier beschrieben, in dieser Aktivität, also das Essen der Götzen Opfer, werden die satanischen Quellen dargestellt, aus denen Jezabel schöpfte. Genauso wie die Gemeinschaft mit dem Herrn uns näher oder ähnlicher macht, so macht uns die Gemeinschaft mit Dämonen ähnlicher dem König der Dämonen. Und an dieser Stelle müssen wir besonders über die Gemeinschaft nachdenken, und wie der Herr uns in dieser kurzen Formulierung vor einer falschen Gemeinschaft bewahren möchte. Wir haben uns in verbindung mit Vers 20 erinnert an die historische Isabel im ersten Buch der Königge. Und an die bildhafte Übertragung auf die Zeit des Mittelalters. Ich möchte auch noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wir finden Isabel auch in der Zukunft wieder. Wenn wir einen Blick nach Offenbarung 17 und 18 werfen, dann haben wir in den Kennzeichen von Babylon, diese große Hure wieder. Ich möchte, dass ich nicht alles vorlese. Aber nur mal zwei Kennzeichen. Aber nur mal zwei Kennzeichen. Aber nur mal zwei Kennzeichen. Vers 1 am Ende. 17 vers 1. Ich will dir die große Hure zeigen, die auf den vielen Wassern sitzen. Und vers 6. Ich sah die Frau trungen von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Ich sah die Frau trungen von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Das sehen wir, dass auch in der Endzeit, die Christenheit gekennzeichnet ist von den gleichen Charakterzügen wie im Mittelalter. Heiligen und von der Heiligen und der Heiligen und der Heiligen. Das heißt die abgefallene Christenheit in der Zukunft. Das heißt die abgefallene Christenheit in der Zukunft. das anschließend in unseren Versen angekündigt wird, und in Verbindung mit Vers 21 würde ich jetzt gerne eine Brücke schlagen wollen zu Offenbarung 17 und 18. Aber zunächst noch einen allgemeinen Gedanken zu dem Wort Buse. Beim Lesen der Sendschreiben fällt auf, dass mit Ausnahme an Smyrna und Filadelfia, wo es keinen Tadl gab, in allen anderen Sendschreiben aufgerufen wird zur Buse, das ist für mich beeindruckend. Angesichts dieses überwältigenden Bösen, sagt der Herr doch noch, ich gebe Zeit, Buse zu tun. Bóg jeszcze powiedział, daję Wam jeszcze czas, abyście pokutowali. Wie groß muss die Gnade und die Geduld unseres Herrn sein. Jak wielka musi być łaska i cierpliwość naszego Pana. Wollen wir das auch lernen? Er gibt Zeit zur Buse. Er gibt Zeit zur Buse. Er gibt Zeit zur Buse. Ich habe den Eindruck, dass wir in der Beurteilung des Bösen, diesen Grundsatz Gottes manchmal außer Acht lassen, Lassen Sie uns auch Zeit zur Buse geben. Chceen wir und wir geben den Zeit für die Gnade. Damit meine ich nicht die unendliche Duldung des Bösen. Er wird auch nach angemessener Zeit das Gericht ausüben. Und jetzt die Brücke zur Offenbarung 17 und 18. Nachdem hier der erschütternde Ausdruck benutzt wird, sie will nicht Buse tun, wird schließlich das endgültige Gericht über Babilon ausgeübt werden. Es ist zwar so, dass schon damals ein gewisses zeitliches Gericht kam, Aber endgültig wird der Herr diesen Zustand im Gericht über Babilon in Offenbarung 17 und 18 beenden. Dann wird er sie nackt machen und bloß stellen. Dann wird diese religiöse Macht von der politischen Macht Rums vernichtet werden. Wenn wir die uns von Gott zugemäßene Zeit der Buse werden, wenn wir die Gegenstände des Gerichtes Gottes werden, werden wir die Gegenstände des Gerichtes Gottes werden. Und für einen Gläubigen bedeutet es, dass wir die Gegenstände des Regierungsweges Gottes im Gericht sind. A für wierenden bedeutet es, dass wir die Gegenstände des Gerichtes befinden können, dass wir die Gegenstände des Gerichtes befinden können, in diesen Gericht des Gerichtes befinden können. Ich bewegt mich in Vers 20 dieser Ausdruck meine Knechte. Das sagte Herr Jesus. Es sind solche, die ihm angehören. Und die vielleicht anfangs die positiven Züge, die wir in Vers 19 finden, aufwiesen. Aber dann kommt dieses sehr ernstes Aber zu Beginn von Vers 20. Und wir müssen schließen, dass Isabel mit der Belehrung und Verführung der Knechte Erfolg hat. Vielleicht werden wir später in den Vers 22 und 23 sehen, dass sehr wohl ein Unterschied in der Behandlung solcher Knechte gegenüber der Behandlung wirklich Ungläubiger gemacht wird. Weil ich satanische Macht und List auch muss doch in dieser Art wie Isabel lehrt liegen. Dass solche, die Herr Jesus meine Knechte nennt. Dass solche, die Herr Jesus nennt. Es ist auffällig, dass dieses System, gerade dieses System, das so sehr bedacht ist, seine Einheit zu betonen, dass wir gerade hier verschiedene Gruppen finden, mehr als in jedem anderen Send schreiben. Das wurde schon angedeutet. Wir haben einmal innerhalb dieses System das, was Isabel darstellt. Dann haben wir die, die der Herr seine Knechte nennt. Dann haben wir in Vers 23, Und dann haben wir die übrigen, die hatten wir gestern schon erwähnt. Das ist der Überrestler. Und dann haben wir die übrigen, die wir gestern schon erwähnt haben. Das ist der Überrestler. Wir können daran sehen, dass der der Augen wie eine Feuerflamme ist, der alles beurteilt. Unsere Augen hätten diese Unterschiede, zumindest in den ersten drei Gruppen, wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. Aber Gott sieht es und es wurde schon gesagt, er behandelt sie auch verschieden. Bei dem Ausdruck meine Knechte wirklich sagen können, dass sie dem Herrn gehören, in dem Sinne, dass sie Gläubige sind. Ich will nicht ausschließen, dass darunter solche waren, die wirklich Gläubig waren. Aber wir sehen das auch in den Gleichnissen des Herrn zum Beispiel, wo er seine Talente ausgibt. Das sind alles die Knechte jenes Mannes. Und doch ist der eine Knechte, der das Talent vergräbt. Und doch ist der eine Knechte, der das Talent vergräbt. Aber wir sehen das auch in den Knechten, die das Hausgesinde des Herrn versorgen sollen. Wir sehen, dass der eine Klug und treue Knechte war. Wir sehen, dass der eine Klug und treue Knechte war. Aber da ist auch der Böse Knechte. Und sie sind alle Knechte des Herrn. Und sie sind alle Klug. Es ist hier das Bekenntnis, was vor uns steht. Przed nami hier haben wir sie. So ist es grundsätzlich in den Selbstständigen. Und so ist es in den Selbstständigen. Und so ist es in den Selbstständigen. Und diese Verschlimmung hin von Pergamos zu Teatüren. Wir haben bereits über das Problem gesprochen. Wir haben bereits über das Problem gesprochen. Von Pergamos zu Teatüren. Auch Biliam hat schon den Balak gelehrt. Das Volk Gottes zu Hurerei und zum Götzendienst zu bewegen. Aber wenn wir dort die Begebenheit lesen. Aber wenn wir in den Städten über den Städten über den Städten haben, hat Biliam dabei keine Absicht über Balak letzten Endes zu herrschen. Wir sehen, dass Biliam nicht mehr so viel, um über den Balak zu bewegen. Darum fehlt dort auch bei Pergamos das Wort verführen. Dlatego też brakuje tutaj w tym Pergamie tego słowa zwodzi. Aber das haben wir hier bei Isabel. Ale to akurat znajdujemy w przypadku tej niewiasty Isabel. Verführen heißt jemand für seine Zwecke einspannen. Zwodzić kogoś to oznacza, żeby używać go jemanden so beeinflusst, dass er letzten Endes unter die Macht dessen gerät, der ihn beeinflusst. Wpłynąć na kogoś tak, aby on wykonywał wszystko tak, jak ten wpływający na niego życzy sobie. Und das genau war auch bei Isabel im Alten Testament so. Ich möchte noch auf einen Umstand hinweisen. Auch wenn wir hier an die Kinder denken, die aus jener Verbindung hervorgehen. Wenn wir hier an die Kinder denken, die aus jener Verbindung hervorgehen. Ein Kind von Isabel. Jedno dziecko tej Isabel. Eine Tochter. Jedna Córka. War Atalia. Was? Atalia. Była Atalia. Die Frau des Königs von Juda. Była to żona Króla Judzkiego. Und ihre Absicht war es, den ganzen königlichen Samen umzubringen. A jej zamiarem było zgładzić całe nasienie królewskie. Den Samen Davids. A było to nasienie Dawidowe. Und Gott bewahrte diesen Samen in einer Person. Ale Bóg zachował to nasienie w jednej osobie. Ja, Isabel versucht den Herrn Jezus zu beseitigen. Tak, Isabel próbuje odsunąć na bok Pana Jezusa. Ich möchte nur noch kurz einmal darauf hinweisen, was der Herr am Anfang von Vers 20 sagt. Początkiem zła jest to, że oni nie zauważyli tej nieprawidłowości, że ta niewiasta Isabel podała się za prorokinie. Der Anfang des Schlimmes oder Bösen ist, dass sie nicht bemerkt haben, oder dass sie geduldet haben, dass sie sich als Prophetin nannte. Kiedykolwiek w Kościele pojawia się zło, to zaczyna się od tego, że ktoś zaczyna się podawać, nazywać się prorokiem. Wo auch immer etwas Böses in der Kirche anfängt, dann fängt es damit an, dass jemand anfängt, sich als etwas zu nennen, als ein Prophet. Bo proroctwo daje miejsce dla stworzenia systemu. Denn die Prophezeiung bietet eine Gelegenheit oder zu einer Verwurzelung eines Systems. Und es richtet sich aus auf die ferne Zukunft. Wenn jemand anfängt, gemäß dieser Prophetie zu wirken, dann bildet sich nach einer bestimmten Zeit eine Tradition aus. Und später fängt man dann an, sich darauf zu stützen. Und dann ist es nicht mehr auszurotten. Und auch in diesem Fall ist es so geschehen. A Słowo Boże nie pozostawia miejsca na coś takiego. Bo Bóg wszystkie proroctwa wypełnił. Denn Gott hat alle Prophetie erfüllt. W tym sensie, że zapisał te wszystkie proroctwa Słowie Bożym. in dem Sinne, dass er alle Prophezeiungen in Worte Gottes niedergeschrieben hat. Das Wort Gottes ist abgeschlossen. Niemalsi nie może się pojawić żaden Prorok już. Und nie może się pojawić żaden Prorok już. Und wer immer sich einen Prophet nennt, obwohl das Wort Gottes schon vollendet ist, das ist schon allein ein Irrtum. Das ist der Anfang eines großen Abfalls. Und wenn wir das am Anfang nicht bemerken, dann folgt dieser schlimme Abfall. Diese Entfaltung dessen. Wenn wir die Sendschreiben lesen, dann gibt es eine Gefahr für uns dabei, dass wir oft den Eindruck haben, dass es nicht für uns ist. Wir haben von dem System gehört mit Recht. Wir haben vielleicht auch mit einer gewissen Entrüstung das ein oder andere gehört. Und die Gefahr, die ich meine ist diese, dass wir denken, was hat das mir zu sagen oder das hat mir nichts zu sagen. Das ist nicht meine Zeit. Aber Gottes Wort sagt uns auch immer etwas Grundsätzliches. Hier sehen wir etwas, was schon richtig reif geworden ist. Hier sehen wir etwas, was schon richtig reif geworden ist. Hier sehen wir etwas, was schon richtig reif geworden ist. Aber sicherlich auch einen ganz kleinen Anfang hatte. Und ich muss mich einfach auch fragen, sagt der Herr mir etwas jetzt. Und ich muss mich einfach auch fragen, sagt der Herr mir etwas jetzt. Aber mit der Gefahr, die immer besteht, dass etwas sich zwischen den Herrn und mich schiebt. Ich möchte einmal einen Vers aus dem zweiten Korintherbrief lesen. Ich möchte einen Vers aus dem zweiten Korintherbrief lesen. Vers drei. Ich fürchte aber, dass etwa, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, also auch euer Sinn verderbt und abgewandt werde von der Einfalt gegen den Christus. Obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chitrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Schiebt sich vielleicht auch etwas zwischen uns und dem Christus. Może etwas sich zwischen uns und dem Christus. Vielleicht die Welt. Może świat. Vielleicht eine falsche Lehre. Może jakaś błędna nauka. Vielleicht sind wir nicht ausgewogen und betonen etwas aus der Schrift besonders und vernachlässigen etwas anderes. Może nie jesteśmy zrównoważeni i coś szczególnego podkreślamy ze Słowa Bożego, przeoczając inne istotne rzeczy. Wir sollten also immer, und das ist es, was ich sagen will, Wenn wir das Böse in dieser Form reif sehen, Gdy zobaczymy Zło dojrzałe w takiej Formie Und sagen, es hat einen ganz kleinen Anfang Und wiedzieliśmy, jak to było, rozwijało się od małego początku Und uns fragen, wo hat sich etwas zwischen dem Christus, zwischen dem Herrn und mich geschoben. Jak mamy siebie samych pytać, Czy czasem pomiędzy mnie a Chrystusa coś się nie wślizgnęło? Liebe Geschwister, ich möchte gerne auf eine Gefahr weisen. Mili Bracia i Siostry, chciałbym zwrócić uwagę na jedno niebezpieczeństwo. Im Allgemeinen meinen wir, dass die katholische Ingehansamheit Kirche etwas Falsches ist. Ich habe etwa vor 15 Tagen eine Lektüre bekommen Von unseren bekannten Geschwistern in Deutschland. Przed 14 dniami dostałem Broszurkę od wierzących z Niemiec. Und das sind 25 Zeugnisse von Priestern bis Bischöfen von katholischer Kirche, die zum Glauben geführt worden sind. I tam zapisanych jest 25 świadectw różnorodnych kapłanów z tego Kościoła od najmniejszych aż do biskupów. Ich möchte diese Lektüre herzlich empfehlen an alle, die daran interessiert sind. I serdecznie polecam przeczytanie tej Broszurki wszystkim, którzy tym się interesują. Gott fand auch einen Ausweg für diese Geschwister nun, Bóg znalazł drogę wyjścia dla tych wierzących, die zum Glauben gekommen sind, którzy uwierzyli, und die erschüttert waren, als sie zu dem wahren Wort Gottes gekommen sind, i którzy byli wstrząśnięci, gdy przeczytali do głębi prawdziwe Słowo Boże, dass sie nicht nur das Wort Gottes gekannt haben, das wahre Wort Gottes im Ganzen gekannt haben, i stwierdzili, że oni prawdziwe Słowo Boże w całości nie znali, denn sie waren erschüttert auch darüber, dass sogar die Lügen ihnen zum Glauben festgelegt wurden, und sie mussten sie glauben. Diese Schrift ist im vorigen Jahre oder im vorvorigen Jahre in englische Sprache erschienen. Ta broszurka dwa lata temu ukazała się w języku angielskim, ist in Spanisch übersetzt worden, została przetłumaczona na język hiszpański, in Deutschem ist sie übersetzt worden, została przetłumaczona na niemiecki, in rumęnischer Sprache wird sie jetzt vorbereitet, a teraz jest przygotowywana w języku rumuńskim. Sie sind fröhliche Kinder Gottes geworden, i ci kapłani stali się radosnymi dziećmi Bożymi, manche sind schon bei dem Herrn, niektórzy z nich już są u Pana, und noch einige lebend, und sie arbeiten vollständig jetzt auf verschiedene Weise für den Herrn, als Kinder Gottes. I niektórzy jeszcze dalej żyją i teraz w pełnym wymiarze swojego czasu pracują dla Pana jako radosne Dzieci Boże. Bei einer Verteilung in der Slowakei, in West-Slowakei, rozdzielając Pisma w Słowacji, habe ich ein wahres Kind Gottes gefunden, znalazłem również prawdziwe Dziecko Boże, Dzieci Boże, w tej Zastal Dziecko Boże, wана w zespeciej Szkola dla Misionarzy, wtyla zresztą, że była zadowolona, radosna z tego, gdy mogłem mu powiedzieć, Und unsere Literatur auch geschaut habe, dass wir auch für die ganz kleinen Kinder das Herzentraktat gedruckt haben in slovakischer Sprache. Und er war sehr froh und wir konnten uns ganz vollständig, einvollständig mit einigen Ausnahmen, die seine spezielle Schulung gemacht hatte. Aber doch hielt er an der persönlichen Glauben auf den Herrn Jezus fest. Aber ich konnte ihm sagen am Anfang unserer Gespräche, ich war auch mit der katholischen Kirche getauft, dass ich auch in meinem ersten Geburtstag, Geburtstag, und ich habe sogar die zweite Stufe empfangen von einem Bischof, mit dem Heiligen Kreuz, Heiligen Öl gestrichen zu werden auf der Wange. Aber nachdem mein Vater in meinem ersten Geburtstag diese Kirche verlassen hatte, doch letztendlich zu dem gewahren Glauben geführt wurde auf den Herrn Jezus und ich bin sehr froh, dass ich von diesen allen Dingen gelöst worden bin. Ich denke, es werden nicht viele da sein, die das selbe Leben haben. Aber doch gibt es wahre Kinder Gottes als zwischen den Katolikern. Diese Büchlein werden wahrscheinlich irgendwo gekannt, oder sie können schon ausfindig gemacht werden, die ich darüber gesprochen habe. Und dass sie uns verhelfen können, die wahren Untergründe der katholischen Kirche, die immer noch diese, nicht alle zwar, aber doch mittelalterlichen Methoden gebraucht. Und dass sie auch das Ausfaschen des Gehirns ist dort eher vermerkt. Also ganz neue Methoden. Brainstorming. 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 Ja. Brainstorm, ja. Brainfeldungen. Brainstorm ganz. Brainstorming. 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 Brainstormen. Brainstorming. Brainstorming die, glaube ich hat. Beste fat und die Menschen hinterlassen müssen. upliftiche Sachen. Ent's von 45. Auf dem leiblichen, selbstständigen Leib gemachten, Kasteiungen, Schlagen, Feischenschlagen, solche Dinge. Und doch fand Gott auch für diese Priester bis Bischöfe einen Ausweg, dass sie davon abgelöst worden sind und jetzt wahre Kinder Gottes sind und unsere Geschwister auch. Es ist mir mindestens zweimal passiert, dass ich bei der Ansprache mit einem fremden Menschen, der katholiker war, benutzen konnte. Ich war auch mit der wahren, katholischen Kirche getauft. Und es war wie eine Zauberrütte. Ganz auf dem Moment ist alles geändert worden. Wir konnten ganz von Herz zu Herz sprechen. A w pewnym momencie zostało to całkowicie zmienione i mogliśmy z tymi ludźmi serdecznie porozmawiać. To tylko osobiście, Szanost. To tyle by było z moich osobistych przeżyć. Ich möchte noch einmal aufmerksam machen auf Auf diese Worte in Vers 20, dass du lehren lässt. Pan Jezus, als er auf der Erde war, to On powiedział, Nauka moja nie ist moja, ale od Boga. Da hat der Herr Jezus gesagt, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von Gott. Te Słowo dopuszczasz uczyć. Diese Worte du lässt lehren. Sie rozwinie w następnym wierszu und wir werden sehen, dass auf der Grundlage diese Lehre sich bekenne bilden Kinder. Wir sehen also, dass wenn das Wort Gottes die Worte benutzt, die Lehre Gottes, to w Nowym Testamencie mamy to zawsze w liczbie pojedynczej, so haben wir es im Nowen Testament immer in der Einzahl, a nauki, czyli nauki ludzkie w liczbie mnogiej und lehren, also lehren der Menschen in der Mehrzahl. Und von der Lehre Gottes und von der Lehre Gottes bilden sich oder werden Kinder Gottes geboren und von der Lehre, die also sie lehrt, also das System lehrt, werden Kinder des Bösen geboren So wie schon erwähnt wurde, sind die Kinder des Bösen in einer anderen Gruppe zu sehen. Für sie ist also nur Gericht vorgesehen. Und ich denke gerade an den Gedanken, der schon im Herzen von David gewesen ist, wo er also von den Türwächtern des Tempels gesprochen hat. Und wo es also wichtig ist, dass auch in dieser Zeit Brüder existieren, die auch diese Gabe haben des Empfindens die sie auch empfinden und entsprechend auf sie reagieren, auf so sanfte Lehren, die der Teufel einführen möchte. Wenn wir also im Allgemeinen jetzt auf das sehen, in Bezug auf die Gedanken, die der Bruder Frohwein ausgesprochen hat, dann führen sie alle zum Einen, um irgendetwas zwischen die Gläubigen und Christus einzuführen. Wir sind mit Christus verbunden. Wir sind eins mit ihm. Und der Christus ist im Himmel. Wir sehen also, dass die Worte, die im Neuen Testament benutzt werden, ihr seid nicht von der Welt. hat seinen besonderen Wert darin, dass diese Einheit auch gepflegt wird, also praktisch auch gepflegt, verwirklicht wird. Also, mit anderen Worten, also alle Lehren, die dem Worte Gottes der Wahrheit hinzugefügt worden sind, dass sie in der Versammlung Gottes keinen Platz haben können. Pieśń numer 86 Und zwar alle daran, dass wir uns kurz fassen, wenn wir etwas beitragen an der Konferenz und ich will das selber jetzt auch tun. Wir haben in Vers 21 die Geduld Gottes. Wir haben in Vers 22 und 23 das Gericht Gottes. Wir sehen, wie die Brüder gesagt haben, ein unterschiedliches Gericht. Das macht der letzte Satz von Vers 23 klar. Das macht der letzte Satz von Vers 23 klar. Das macht der letzte Satz von Vers 23 klar. Ich werde jedem geben nach seinem Werk. Und das Gericht ist über zwei Dinge. Erstens über die Werke und zweitens über die Beweggründe. Das ist eine wichtige Wahrheit, die hier vor uns kommt. Das ist eine wichtige Wahrheit, die hier vor uns kommt. Er richtet die bösen Lehren und Werke. Er richtet die bösen Lehren und Werke. Er richtet die złe nauke und złe Uczynke. Er erforscht Nieren und Herz. Er bada zarówno Nerke, jak i Serce. Das sind die inneren Beweggründe. Das sind die inneren Beweggründe. Das sind die inneren Beweggründe. Die nieren sind da, um das Böse vom Guten zu trennen. Nerke sind da, um das Böse vom Guten zu trennen. Nerke sind da, um das Böse vom Guten zu trennen. Und das Herz spricht von der Zuneigung zu Gott, zum Herrn Jesus. Das sind die beiden tatsachen, die Gott berücksichtigt und behandelt im Gericht. Das sind die zwei Dinge, die Böse, die Böse, die Böse betrachten. Wir sollten an einer Konferenz immer langsam weitergehen. Und so kommen wir jetzt zu Vers 24. Und so kommen wir jetzt zu Vers 24. Und so kommen wir jetzt zu Vers 24. Zu einem überrest in Teatira. Wie es zur Zeit Elias 7000 gegeben hat. Wie es zur Zeit Elias 7000 gegeben hat. Die vor dem Baal ihre knie nicht gebeugt haben. Ich gehe jetzt nicht auf die Einzelheiten ein. Sie werden nicht aufgefordert diesen System zu renovieren oder gut zu machen, zu verbessern. Und so kommen wir jetzt auf den Herrn Gericht. Das sind die zwei Hauptpunkte, die ich glaube, zu sehen in Bezug auf den Überrest. Ich möchte nur einen kurzen Gedanken sagen zu Vers 22. Ich möchte nur einen kurzen Gedanken sagen zu Vers 22. Ich möchte nur einen kurzen Gedanken sagen zu Vers 22. Der Herr übt hier Gericht in zweierlei Weise. Auf der einen Seite wirft er sie ins Bett. Auf der einen Seite wirft er sie in das Bett. Und zum Zweiten, dass er ihnen große Drangsal sendet. Die zweite Art ist uns vielleicht sehr bekannt. Denn es ist mit schmerzen, leiblichen Schmerzen und Nöten verbunden. Weil er sie mit kielesnissen und Säden verbunden sind. Aber die erste Art ist eigentlich viel schlimmer. Aber die erste Art ist eigentlich viel schlimmer. Aber in der ersten Art ist eigentlich viel schlimmer. Aber in der ersten Art ist eigentlich viel schlimmer. Denn der Herr lässt sie das tun, was sie eigentlich sich auch wünschen. Und das ist bei uns auch so, wenn wir etwas unbedingt tun wollen, dann lässt Gott es dann auch zu. Und das ist ein sehr schlimmer Gericht. Und das ist ein sehr schlimmer Gericht. Und das ist ein sehr schwerer Gericht. wo für die Feinde gebetet wird, wo der Überrest im Bilde für die Feinde betet, in Vers 17 steht, Und er liebte den Fluch, so komme er auf ihn. Und er hatte kein Gefallen an Segen, so sei er fern von ihm. Und er zog den Fluch an wie sein Kleid, so dringe er wie Wasser in sein Inneres und wie Öl in seine Gebeine. Psalm 109, 17-18 wiersz. Umiłował przekleństwo, niech ono nań spadnie. Nie chciał błogosławieństwa, niech będzie dalekie od niego. Przyoblógł się w przekleństwo jak w szatę, niech więc wejdzie ono jak woda wewnętrzności jego i jak oliwa w kości jego. Ich möchte noch auf die eine oder andere Einzelheit der Verse 22 und 23 zu sprechen kommen. Chciałbym teraz nawiązać do niektórych szczegółów wymienionych w tych wierszach 22-23. Wydaje mi się, że tutaj oglądamy trzy różne grupy. Kogo pan rzuca na łoże? Izabel. 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 Und ich habe gelesen, dass dieses wort bet eigentlich krankenlager bedeutet, krankenbet. I czytałem, że te wyrażenie łoże bardziej oznacza tutaj łoże cierpień, łoże choroby. Er bringt Izabel auf ein Leidenslager. On tą Izabel wprowadzi na łoże cierpień. Dann kommt die zweite grobe. I teraz druga grupa. Die, die Ehebruch mit ihr treiben, die bringt er in große drangsal, aber nur dann, wenn sie nicht buze tun. A tych, którzy z nią cudzołożą, wtrąci w wielki ucisk, ale tylko wtedy, jeżeli się nie upamiętają. Im blik auf Izabel ist von Buse keine rede. A tak w ogóle, co dotyczy Izabel, to o pokucie w ogóle, co do niej nie ma mowy. Aber den verführten gibt er gelegenheit buze zu tun. Ale tym, którzy byli przez nią zwiedzeni, daje tą możliwość, aby pokutowali. Wenn nicht, kommen sie in große drangsal. Jeżeli nie, to zostaną wtrąceni w ucisk wielki. Ich möchte diese Gruppe mal aus der Offenbarung erwähnen, in Kapitel 18, Vers 9. Da ist von solchen die Rede, die nicht buze getan haben und ehebruch mit ihr getrieben haben. Sie werden über sie weinen und weglagen. Die Könige der Erde, die hurerei und üblichkeit mit ihr getrieben haben, wenn sie den rauch ihres Brandes sehen. Królowie Ziemi, którzy z Nim wseteczeństwo uprawiali i rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru. Dann noch ein Wort zur großen drangsal. I teraz jeszcze jedno słowo dotyczące wielkiego ucisku. Die große drangsal hier ist nicht zu verwechseln mit der großen drangsal. Ten wielki ucisk nie należy mylić z tym wielkim uciskiem. Die in den letzten dreieinhalb jahren, der siebzigsten Jahrwoche Daniels. Który odbędzie się w ostatnich okresie trzech i pół roku, co jest opisane w tym przykładzie siedemdziesięciu tygodni lat z Księgi Daniela. Który to wielki ucisk przede wszystkim nastanie nad tymi dwoma pokoleniami izraelskimi, Judah i Benjamin. Hier haben wir eine allgemeine beschreibung von not, von drangsal über diese, die hurerei getrieben haben mit Isabel. Tutaj mamy ogólny opis tej nędzy i biedy i ucisku tych, którzy z tą Isabel założyli. Und dann haben wir in Vers 23 eine dritte Gruppe. A w wierszu 23 my oglądamy trzecią Gruppe. Da geht es um die Kinder, die aus diesen Verbindungen entstanden sind. Tutaj chodzi o dzieci, które z tego związku powstały. Sie sind dem Verderben entsprungen. Sie sind geboren aus dem Verderben. Sie haben ihren Ursprung in dem Verderben. Oni mieli swój początek w tym zepsuciu. Und für sie gibt es nur Tod, nur Gericht. A dla nich jest przewidziana tylko śmierć, tylko Sąd. Auch hier ist keine Rede von Buse. Und hier w tym miejscu też nie ma mowy ani razu o pokucie. Das heißt, der Abfall ist so weit fortgeschritten. To oznacza, że te odstępstwo tak daleko się posunęło. Es hat nachkommenschaft gegeben. Że powstało następne pokolenie. Und sie werden mit Tod getötet. I oni będą śmiercią zabite, ukarani. Das zeigt mir, wenn ich es recht verstehe, das Ende des Christus losen Bekenntnisses. I jeśli to dobrze rozumuję, to wskazuję na koniec tego wyznania, które już pozbyło się całkowicie Chrystusa. Und dann noch einen Gedanken zu dem, der Nieren und Herzen erforscht. Jeszcze jedna myśl dotycząca Tego, który bada nerki i serce. Wer ist das? Kto to jest? Nun, das ist Gott, das wissen wir alle. To jest Bóg, my o tym wszyscy wiemy. Der Jezus hier. Pan Jezus tu w tym miejscu. Aber ich verbinde damit eine Frage. Ale ja w związku z tym łączę pewne pytanie. Können wir das auch? Czy my też to możemy? Die Antwort ist? Odpowiedź ist? Nein. Nie. Und hier in unserem Satz ist das Wort ich betont. Schaut mal in die Bibel. Das ich ist hervorgehoben. Spójrzmy do naszych Bibli, że tutaj to słowo ja jest uwypuklone. Das bedeutet mit anderen Worten nur ich kann das tun. A to innymi słowami można wyrazić, tylko ja mogę tego dokonać. Ich sage das deshalb, damit wir, vorsichtig sind. Ja to mówię po to, abyśmy byli wszyscy ostrożni. Wir können das nicht. My nie jesteśmy w stanie to dokonać. Selbst der Teufel kann das nicht. Nawet sam Diabeł nie jest, nie ma możliwości tego dokonać. Und ich möchte eine Stelle aus 2. Kronika 6 noch zu erklärung anführen. I chciałbym teraz, dla wyjaśnienia tego miejsca, przytoczyć cytat z 2. Kronika 6, vers 30 am Ende. Denn du, du allein kennst das Herz der Menschenkinder. 2. Kronika 6, vers 30 am Ende. Gdyż ty jedynie znasz serce wszystkich synów ludzkich. Kronika 6, vers 30 am Ende. I świadomość tego, że nie my jesteśmy w stanie badać serca i nerki. Chciałbym w tym miejscu wskazać na pewne ekstremum, które obrazuje rozpowszechniony pogląd w chrześcijaństwie. Möchte ich auf ein ekstremum hinweisen, das leider in der Christenheit sehr verbreitet ist. Również i myślę w naszych krängach częściowo. Które mówi, że Kościół katolicki, obrazowany tutaj przez Teatyrę. Dass das heißt, dass die katholische Kirche, die hier uns vorgebildet wird. Dass sie eins ist mit der großen Hure. Chciałbym powiedzieć, że jest to błędne, błędna ocena. Ich möchte sagen, dass das eine falsche Beurteilung ist. I kilka powodów wymienić. Ich möchte ein paar gründe dazu anführen. W Teatyrze mamy przedstawioną Isabel. In Teatyrze haben wir Isabel vorgebildet. Ona tam jest, jako prorokinii działa. Sie ist dort, als eine profetin wirkt. I jej aktywność będzie się rozwijać. Und ihre aktivität wird sich entfalten. Natomiast nie cała Teatyrza jest tą wszetecznicą. Wiederum ist nicht ganz Teatyrza, diese Hure. Zauważaliśmy już wielokrotnie, że w Teatyrze są również inne elementy. Wir haben auch schon oftmals bemerkt, dass bei Teatyrza auch andere Elemente vorhanden sind. Nie jest również bez znaczenia, że opis zboru w Teatyrze znajduje się w drugim rozdziale Objawienia. Nie jest również bez znaczenia, że opis zboru w Teatyrze jest w drugim rozdziale Objawienia. Dass die Beschreibung der Versammlung von Tüatyrza in der zweiten Hälfte der Versammlung ist. W drugim rozdziale. In dem zweiten Kapitel ist. Który pokazuje nam tę część Objawienia. Dass uns den Teil der Offenbarung zeigt. Która zajmuje się czasem do przyjścia Pana Jezusa. Die sich mit der Zeit beschäftigt bis zum Kommen des Herrn. A więc są tutaj wierzący. Są tutaj ci, którzy są umiłowanymi Pana. Es gibt hier solche, die die geliebten des Herrn sind. I którzy zostaną wzięci przez Jego sławne przyjście. Und die bei seinem Kommen mitentrückt werden. Wielka Frzetecznica. Die große Hure. Przedstawiona w 17. rozdziale Objawienia. Die dargestellt ist im 17. Kapitel von Offenbarung. Odnosi się do czasu po przyjściu Pana Jezusa po swoich. Bezieht sich auf die Zeit nach dem Kommen des Herrn. Ma wiele wspólnego z Isabel, która działa w teatrze. Sie hat viel zu tun mit Isabel, die hier wirkt. Natomiast nie można jej utożsamić z Kościołem katolickim. Man kann sie jedoch nicht eins sehen mit der katholischen Kirche. Mimo, że zapewne Kościół katolicki odgrywa w tym bardzo znaczącą rolę. Auch wenn die katholische Kirche hier sicher eine sehr bedeutsame Rolle spielt. Musimy zauważyć przy tym, że zasada dopuszczania prorokinie do głosu müssen auch beachten, dass der Grundsatz des Zulassens einer Prophetin zum lehren am Wort obok Słowa Bożego zum lehren, neben dem Worte Gottes została również przejęta przez protestantizm. Dass sie auch durch den protestantismus übernommen wurde. Moglibyśmy wymienić ciurkiem wiele nazwisk, proroków i prorokin. Und wir könnten jetzt je mehrere namen von Propheten und Prophetinnen nennen. Und die, die viele Bücher geschrieben haben. Und die, die früher geworden sind von vielen protestantischen Richtungen. Ich denke, dass die große Hure des 17. Kapitels to Wschötecznica, która gromadzi wszystkie kierunki religijne. Dass das eine Hure ist, die alle religiösen Richtungen vereinigt. Nie tylko te wywodzące się z Kościoła katolickiego. Nicht nur die, die aus der katholischen Kirche hervorkommen. Ale również z odstępczego protestantizmu. Aber auch aus dem abgefallenen protestantismus. A także i poza chrześcijańskich kierunków religijnych. Und ebenfalls auch von den außerchristlichen Richtungen. Was mich sehr beschäftigt, Das ist das, was mich beschäftigt in diesem Abschnitt von Vers 24. To, co mnie tutaj bardzo zajmuje, Począwszy od 24. wiersza, Das ist ein Satz, To jest zdanie, wo der Herr sagt, Które Pan wypowiedział, Was ihr habt, Haltet fest. Für die übrigen. Fest 25. Was ihr habt, Haltet fest. Was ich habe, muss festhalten. 25. wiersz, Trzymajcie się tylko mocno tego, Co posiadacie, Aż przyjdę. Ich meine, Das ist gewissen Sinne Eine Maximum Worte. Maximum Worte. Auch für uns. Myślę, że to są takie słowa Pewnego Maximum Skierowane dla nas. Das auch Unter uns, In unseren Kreisen. Aby też i wśród nas, W naszych krängach, Das, was von Anfang an war, Aby to, co było od samego początku, Daran festhalten. Abyśmy się tego mocno trzymali. Wir lernen aus diesen Begebenheiten. I uczymy się z tych okoliczności tutaj. Gerade was am Anfang gut war Und dann war schlecht. Że akurat z tego, Co na początku było dobre, A później stało się złe. Nur an das gute festhalten. Mamy się trzymać tego, Co jest dobre. Und der Herr Jesus Hat selbst die Jünger belehrt. I sam Pan Jezus Też uczniów swoich pouczał. Dass sie auch an dem halten, Was er ihnen Iberliefert oder gesagt hat. Aby oni się trzymali mocno tego, Co on im powiedział. Johannes 15 Spricht Deutliche Worte. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale Czytamy dobitne słowa. Und unabhängig vom Irgendwelchem System. Und hier ist ein Verfestigter System. I to niezależnie od Jakiegokolwiek Systemu. A tutaj mamy Taki utrwalony System. Gab es immer die Überreste Trojen. Zawsze byli tacy, Którzy byli tą resztką, Która jest wierna. Sie gingen nicht Auf Stimme Sag ich jetzt Verführerscha Worte. Oni nie dawali Posłuchu tym Zwodniczym Słowom. Und vielleicht Darf ich das Übertragen. Die haben Stimme des Guten Hirten Gehört. I możemy Też I to przenieść. My Żeśmy Słyszeli Głos Dobrego Pasterza. Sie Haben Gehört. Weil Wir sprechen Nicht Über Uns Jetzt. Wir sprechen Iber Damalsche Zeit, Wo Auch Bei Diesem Iber Rest, Wo Die Festgehalten Haben Nämlich An. Die Haben Stimme des Guten Hirten Gefolgt. Tak, Jak tutaj Czytamy O Tych Wszystkich W Tamtych Czasach Oni Posłuchali Głosu Tego Dobrego Pasterza. Und das Ist Für Uns Ekwikant Auch Bis Ich Komme. I Dla Nas To Jest Pocieszające Słyszeć Słowa Aż Przyjdę. Die Ersten Christen Haben Auf Christus Gewartet. Pierwszy Chrześcijanie Żywo Oczekiwali Chrystusa Und Später Haben Das Vergessen A Później Zapomnieli O Tym Und In Letzten Vorletzten Jahrhundert Kam Dieser Ruf Der Herr Kommt I W Zeszłym Stuleciu Rozległo Sie To Wołanie Pan Przychodzi Und Das Kann Auch Bis Heute Unsere Grundlage Des Glaubens Unser Glauben Sein Haltet Fest Bis Ich Komme Trzymaj Mocno Tego Co Posiadasz Aż Przyjdę Wenn Wir Uns Jetzt Mit Diesem Überrest Beschäftigen Gdy Teraz Zajmujemy Sie Tą Wierzącą Resztką Dann Sehen Wir Dass Der Herr In Großer Zartheit Von Ihnen Spricht To Zauważamy Napewno Że Pan Tutaj Z Wielką Delikatnością O NICH Mówi Sie Werden Durch Zwei Tatsachen Charakterisiert A Oni Cechują Sie Dwoma Rzeczami Erstens Sie Haben Diese Lere Nicht Die Wir Gefunden Haben In Vers Zwanzig Po Pierwsze Oni Nie Nabyli Tej Nauki Którą Oglądamy Wierszu Dwudziestym Das Macht Übrigens Klar Das Vers Zwanzig Das Bild Böse Lere Ist A To Ten Wiersz Dogbitnie Jeszcze Podkreśla To Że Rzeczywiście W Wierszu Dwudziestym Wymieniona Jest Zła Nauka Sie Haben Erstens Diese Lere Nicht Po Pierwsze Więc Oni Nie Mają Tej Nauki Und Zweitens Obwohl Sie In Diesem System Sind A Po Drugie Pomimo Tego Że Są W Tym System Erkennen Sie Nicht Wie Schrecklich Diese Lere Ist To Oni Nie Zauważyli Nie Poznali Jak Przerażający Przerażająca Ta nauka Jest Sie Haben Die Tiefen Satans Nicht Erkannt Oni Nie Poznali Tych Głębin Szatańskich Und Und Werden Auf Fes Zuhalten Bis Der Herr Kommt Są Wzywani Do Tego Aby Mocno Się Tego Trzymali Aż Pan Przyjdzie Und Es Werden Ihnen Zwei Dinge Verheißen I Dwie Rzeczy Są Tutaj Im Przyobiecane Sie Werden Gewalt Haben Über Die Nationen Będą Mieli Panowanie Nad Narodami Diese Treuen Im Mittelalter Waren Verachtet Verfolgt Ci Wierzący Ze Średniowiecza Byli Pogardzani I Prześladowani Ohne Macht Bez Jakiejkolwiek Mocy Und Sie Werden Mit Dem Herrn Herrschen A Będą Później Razem Z Panem Pan Aber Es Wird Ihnen Zweitens Noch Etwas Größeres Verheißen Ale Po Drugie Jeszcze Otrzymali Inną Następną Obietnicę Ich A Ja Dam Im Tą Gwiazdę Poranną A To Mowa Osobiście O Sam Panu Gdy On Przyjdzie Aby Pochwycić Wierzących I W Związku Z Tymi Dwoma Przyszłymi Zdarzeniami Macht Der Herr Diesem Treuen Überest Mut Fest Zuhalten Pan Dodaje Odwagi Tej Wierzącej Reszce Aby Wytrwali Das Was Sie Haben Was Sie Empfangen Haben Aus Gnaden Fest Zuhalten Aby To Wszystko Co Oni Z Łaski Otrzymali Aby się Tego Mocno Trzymali W tym Urywku Mamy Kilka Takich Wypowiedzi Które Nie Są Łatwe Do Zrozumienia Taki Też Tutaj Mamy Przypadek Wierszu Dwudziestym Czwartym Ci Pozostali O których Tu Jest Mowa W tym Wierszu Którzy Też Poza Tym Byli Opisani W Pierwszej Królewskiej W dziewiętnastym Rozdziale Da Mus Głod Zu Elia Sagen Ich Hab Mir Übrig Bleiben Lassen Fünf Tausend Mann Die Ihre Gnie Vor Dem Baal Nicht Gebeugt To Bóg Musiał Powiedzieć Do Eliasza Ja Pozostawiłem Sobie Pięć Tysięcy Mężów Którzy Swoich Kolan Nie Ugięli Przed Baalem Jaka Jest Piękna Jednomyślność Pomiędzy Tymi Dwoma Historiami Ale Ci Pozostali Tak Tak Żeśmy Powiedzieli Nie Nabyli Tej Nauki I Teraz Przejdźmy Do Tej Trudniejszej Do Zrozumienia Części Tego Wiersza Byli Też I Tacy Którzy Mówili Że Die Übrigen Die Leere Oder Die Tiefe Des Satans Nicht Erkannt Haben Że Ci Z Tej Resztki Nie Poznali Tych Głębin Szatańskich Zu Erklärung Dieses Ausdrucks Aby Wyjaśnić To Wyrażenie Ist Es Entscheid Wer Mie Diesen Si Gemeint Ist Si Sagen Wer Sagt Was Jest Tutaj Bardzo Istotne Aby Stwierdzić Kto O Tej Wierzącej Reszce Powiedział Te Słowa Sagen Die Übrigen Wir Haben Die Tiefen Des Sada Nicht Erkannt Czy To Ci Pozostali Mówią O Sobie Że My Żeśmy Tych Głębin Szatańskich Nie Poznali Albo Czy To Ktoś Inny Mówi O Nich Jedną Możliwość Wyjaśnienia Tego Żeśmy Słyszeli Od Brata Maxa Ja Nie Chciałbym Tutaj Twierdzić Że Mam Rację Ale Pozwólcie Że Inną Wykładnię Tego Przedstawię Jeżeli Te Słowa Jak Mówią Będziemy Mieli Na Myśli W tym Innych Jeszcze Na Przykład Tych Przywódców Kościoła Nikt Nikt Seid Seid Ketzer A Więc Wy Jesteście Kacerzami I Seid Abtrünnige Wy Jesteście Odstępcami I Folk Nikt Mier Der Kirche Wy Już Nie Idziecie Dalej Za Kościołem Ihr Folk Satan Wy Naśladujecie Shatana Wenn Ihr Erkannt Hättet Dass Ihr Jetzt Satan Folgt Wenn Ihr Erkannt Hättet Dass Ihr Nicht Mier Der Kirche Sondern Satan Folgt Gdybyście Teraz To Poznali Że Już Nie Idziecie Za Kościołem Tylko Że Podążacie Za Schatanem To Nie Bylibyście Przecież Odstępcami To Byście Pozostali Dalej W Łonie Kościoła A Więc Oni Mówią O Tej Reszce Die Dem Worte Gottes Gefolgt Sind O Tej Reszce Która Poszła Za Słowem Bożym Ihr Seid Satan Gefolgt Wy Że ście Poszli Za Schatanem Das Scheint Mir Eine Erklärung I Man Neben Die Andere Stellen Kann Zu Sein Wydaje Mi Sie Że Takie Wyjaśnienie Można Obok Tego Pierwszego Postawić Ich Möchte Noch Einmal Verzeih Das Auf Einen Ausdruck Der Schon Angesprochen Wurde In Vers 23 Der Einzige Ist Der Herzen Und Nieren Erforschen Kann My Żeśmy Już To Wspomnieli Że Bóg Jest Jedynie Tym Który Jest Wstanie Badać Nerki Serce Das Wir Hatten Unser Auge Also Auf Diesen Relativ Satz Gerichtet Der Herzen Und Nieren Erforscht Aber Ich Möchte Einmal Diesen Satz Erstmal Weglassen Die Versammlungen Werden Erkennen Dass Ich Es Bin Zgromadzenia To Poznają Że Jam Jest Und Mir Scheint Doch Weil Das Ich Betont Ist Dlatego Że Tutaj To Ja Jest Tak Podkreślone Hier Verborgen Der Name Gottes Der Ich Bin I Tu W Tym Określeniu Mamy Ukryte Imię Boże Jam Jest Und Ich Sage Das Auch Nicht Ganz O Ne Grund A Nie Mówię Tego Bez Powodu Schlagen Wir Einmal Zum Beispiel Ezekiel 13 Auf Otwórzmy Na przykład Ezekiela 13 Rozdział Wir Wir Haben Dort In diesen Kapiteln Die Androhung Des Gerichtes Über Jerusalem Und ihre Bewohner W Tym Rozdziale Mamy Tutaj Zapowiedzenie Tego Zbliżającego Sądu Nad Jerozolimą Lesen Wir Zum Beispiel Den Letzten Vers Von Kapitel 13 Und Davon Den Letzten Satz Przeczytajmy Z Tego Ostatniego Wiersza 13 Rozdziału 23 Wiersz Ostatnie Zdanie Und Ihr Werdet Wissen Dass Ich Der Herr Bin Kapitel 14 Vers 8 Am Ende Und Ihr Werdet Wissen Dass Ich Der Herr Bin Da Sind Noch Ganz Viele Stellen So Wiele Jest Tak Mie Immer Wird Ein Gericht Angekündigt Das Kommen Wird Ciągle Na Nowo Jest Tutaj Wspominian Sąd Który Nadejdzie Und In dem Moment Wo Es Geschieht I W Tych Momentach Jest To Wspominane Gdy Ten Sąd Już Sie Wykonuje Das Angekündigte Gericht Gdy Ten Przepowiadany Sąd Dann Dann Wird Es Für Die Gottes Fürchte Das Klare Zeichen Sein Dzieje Sie A Dla Tych Którzy Są Bogobojni Będzie To Jasnym Znakiem Dass Es Gott Ist Der Es Tut Że To Jest Bóg Który Dokonuje Go Nur Gott Kann Gerichte Vorhersagen Tylko Bóg Może Przepowiadać Sądy Wenn Sie Dann Genauso Eintreffen Wie Er Sie Vorher Gesagt I Jeżeli One Dokładnie Tak Nastąpią Jak On Je Wcześniej Przepowiedział To Z Pewnością Jest To Pewny Znak Że To Bóg Działa I To Wymaga Zastosowania Najwyższej Powagi I Wiele Z Tych Sądów Które Są W tej Księdze Objawienia Opisane One Sie Dokonały Bo Ten Świecznik Zboru W Efezie Już Dawno Temu Został Usunięty Ja Mam na myśli Te lokalne Zgromadzenie W tamtych Czasach W Efezie Und so Müsim Mieć Offene Augen Haben Tak Też I Musimy Mieć Otwarte Oczy Na Działanie Boże Wśród Nas My My Bardzo Często Mamy Wiele Wiele Różnych Usprawiedliwień Które Może Brzmią Logicznie Dlaczego Doszło Do Tego Tak Czy Tak A Czasami Zapominamy Mamy tu Kilka Takich Rzeczy Które Chciałbym Podkreślić Sąd Pokuta Ja Mamy Einige Dinge Die Ich Unterstreichen Möchte Das Gericht Und Die Buse I Powstaje Pytanie Dlaczego Bóg Dopuszcza Różne Takie Nieprawidłowości W Chrześcijaństwie Dlaczego Również W Izraelu Dopuścił Że Zło Siedziało Dlaczego Bóg Też Tutaj Mówi Że Dałem Czas Aby Mogła Pokutować Dlaczego Można Postawić Pytanie Bóg Wiedział Że Faraon Nie Nawróci Si A Dał Mój Czas Jednak Do Nawrócenia Man Könnte Auch Fragen Warum Hat Gott Damals Dem Farao Obwohl Er Gewusst Hat Dass Er Nicht Buse Tun W 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 To Są Wszystko Cudowne Z Rządzenia Boże My Mamy Coś Wytłumaczone Na Ten Temat W Dziewiątym Rozdziale Do Rzymian W Pierwszym Liście Do Koryntian W Dziesiątym Rozdziale In Korinther Zehn Tam Jest Napisane Że Bóg Z Wielką Cierpliwością Nosi Naczynia Gnievo Dort Ste Geschrieben Dass Gott Mit Großer Geduld Die Gefäße Der Zun Ehre Trägt To So W Israelo Si Staho To Przys Chub Przestrodze Dla Nas Das Was Dort Geschah Z Unser Belehrung Geschrieben Ist I Tutaj Podobnie Możemy Widzieć Że Bóg Ma Tutaj Naczynia Gniewu Które Już Nie Mog Pokutować W So Etwas Das Es Gefäße Des Zornes Gibt Nicht mehr Buße Tun Können Sie Müssen In ihrer Zeit Gerichtet Werden Ale Przede Wszystkim Chodzi O Tich Którzy Maj Możliwość Pokutować Es Gied Aber Vor Allem Um Die Die Noch Gelegenheit Haben Buße Zu Tun Buße Ist Ein Großer Segen Tu Można Zawsze Zawrócić I Zrobić Nowe Początek Hier Kann Man Immer Um Kehren Und Einen Neuanfang Machen Und Es Ist Auch Wichtig Zu Unterstreichen Dass Das Gericht Nur Bei Gott Sein Kann Nawet Pan Jezus Kiedy Był W Ciele Kiedy Cierpiał Nie Groził Lecz Poruczał Sprawe Temu Które Sprawiedliwie Sąd Auch Der Herr Jezus Als In Fleische War Hat Er Nicht Gerichtet Sondern Hat Sich Dem Übergeben Der Recht Richtet Und Es Wichtig Zu Verstehen Dass Gott Ein Vollkommenes Gericht Hat Und Dieses Vollkommene Gericht Ist Deshalb Weil Vor Ihm Ein Vollkommen Erbarmen Ist Und Dopiero Złączone Sąd Razem Z Miłosierdziem Uprzedzającym Sąd Może Doskonale Und Erst Ein Gericht Vor Zuvor Barmherzigkeit Statt Findet Kann Vollkommen Sein Der Mensch Hat Solche Möglichkeiten Nicht Bei uns Kommt Häufig Ein Socher Zustand Auf Kiedy Stoimy Dobrze W Słowie Bożym Wo Wir Worte Gottes Noch Fest Stehen Und Wydaje Sie Że Jesteśmy Na Dobrej Drodze Und Wo Es Scheint Dass Wir Auf Dem Rechten Pfad Sind Bardzo Szybko Możemy Osądzać Próbować Zło Próbując Również Osądzić Razem Z tym Złem Tych Ludzie Którzy Tkwią Złem Nigdy To Nie Jest Zamiarem Boga Dlatego Też Jest Napisane To Że Kto Mnie Ma Że Stoje Nie Bacze Żeby Nie Upad Bo Szczególnie Gdzie Jest Przetyczeństwo To Słowo Boże Mówi Uciekaj Od Przetyczeństwa Odłączcie się Mówi Pan Wyjdźcie Bo Przetyczeństwo Jest Wielkim Niebezpieczeństwem Ze względu Na to Że Następuje Sprzężenie 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 Verbindung Denn Hurerei Jest Eine Große Gefahr Weil Damit Eine Verbindung Przety To Przety Przety Und so ist es wichtig, dass Gott Sodom nicht richten musste. Denn der Herr sagt, dass wenn Sodom die Worte gehört hätte, wie die Städte, denen er sie sagte, dass sie sich noch bekehren würden. Und Gott hat sie doch gerichtet, um ganz bestimmte Ziele zu erreichen, in Bezug auf uns, in Bezug auf Israel, dass wir immer einen Grund dazu haben, um vor dem Bösen zu fliehen. Denn das Böse muss nicht als Böses betitelt werden. Und Gott muss das Böse mit Namen nennen. Gott muss das Böse mit Namen nennen, damit wir auch wirklich wissen, wie das Böse heißt, was es ist. Was ist weiß und was ist schwarz. Und deshalb wartet hier Gott geduldig auf die Entfaltung des Bösen. Aber Gott wirkt hier auf wunderbare Weise, indem er diese Dinge hier aufgeschrieben hat, in dem Brief an Thyatira. Dass diejenigen, die die Prophezeiung dieses Buches gelesen haben, dass sie bewahrt werden konnten vor dem kommenden Bösen. Und wir, die wir das heute lesen, können aus diesem Bösen herausgehen. Vers 25 Was ihr habt, haltet fest. Vers 25 Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie. Das Ausmaß dessen, was ein Gläubiger hat, oder was Gläubige, verschiedene Gläubige haben, ist unterschiedlich. Miara tego, co różnorodni wierzący posiadają, ist bardzo różna. Hier knüpft der Herr sicher an weniger an, als in der Stelle in Filadelfia. Das Ausmaß hier ist geringer, als in Filadelfia. Sowohl hier, als im Sendschreiben an Filadelfia wird die Ermahnung zum Festhalten mit dem Hinweis auf das Kommen des Herrn verbunden. Zarówno tutaj, jak też i w tym liście do Filadelfii, jest to wezwanie trzymać to, co posiadamy, mocno, aż do przyjścia Pana. Der Wort laut ist in beiden Stellen zumindest zingem ist der gleiche. I znaczenie tego wiersza, pomimo, że może troszkę innymi słowami wyrażone, to jednak jest dokładnie takie same. Hier in vers 25 heißt es, was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. W wierszu 25, trzymajcie mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Dieses Kommen des Herrn wird allerdings im Sendschreiben an Filadelfia vorangestellt. A jednak to przyjście Pana w tym liście skierowanym do zboru Filadelfii jest postawione na pierwszym miejscu. Es wird hier auch schon in gewissem Sinne der Zeitpunkt des Kommens genannt. I w pewnym sensie ten okres czasu, w którym Pan przyjdzie, już jest zapowiedziany. Ich komme bald. Bo tam jest napisane, ja przyjdę wkrótce. Und dann geht es weiter, halte fest, was du hast. A dopiero następują słowa, trzymaj mocno tego, co masz. Wir haben sicher alle den wunsch, dass wir die Züge von Filadelfia offenbaren. My z pewnością wszyscy mamy takie życzenia, aby te cechy opisane w liście do Filadelfii mocno trzymać też dla siebie. Und es ist die Frage, wie viel haben wir, was wir festhalten können. Ale powstaje pytanie, jak dużo mamy tego, czego się musimy mocno trzymać. Ich möchte hierzu noch zwei Stellen anführen. Chciałbym w tym miejscu dwa miejsca jeszcze przytoczyć. Die uns zeigen, was wir festhalten sollen. Które nam pokazują, czego się mamy mocno trzymać. Der Apostel Paulus ermahnt sein Kind Timotheus in 2. Timotheus 1, vers 13. Apostel Paweł napomina swoje dziecko Tymoteusza w liście do Tymoteusza w 1. rozdziale w 13. wierszu. Eine ermahnung, die uns natürlich besonders gilt in unserer Zeit. W drugim liście do Tymoteusza czytamy te napomnienie, które w naszych czasach też ma szczególne znaczenie. Halte fest das Bild gesunder Worte. Tam czytamy takie wyrażenie. Trzymaj się mocno tego obrazu zdrowej nauki albo zdrowych słów. A to jest szczególnie ważne w tych czasach, gdy pada tak wiele niezdrowych słów, niezdrowej nauki. Und da gilt es, wohl zu unterscheiden zwischen gesunden Worten und ungesunden Worten. Tu właśnie chodzi o to, aby potrafić rozróżnić zdrowe i niezdrowe słowa. In bezzug auf das, was an uns herantritt, gilt jetzt das zweite Wort, das ich anführen möchte. A w stosunku do nas obowiązuje drugie słowo, które chciałbym teraz przytoczyć. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w piątym rozdziale. Vers 21. Dwudziesty pierwszy wiersz. Prüfet aber alles, das Gute haltet fest. Pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział. Dwudziesty pierwszy wiersz. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Und je mehr wir unseren Weg mit dem Herrn Jezus gehen, i im dalej naszą drogą z Panem Jezusem idziemy, umso mehr werden wir erkennen, was gut ist und was nicht gut ist. Tym bardziej będziemy potrafili rozróżniać, co jest dobre, a co nie jest dobre. Abschließend eine randbemerkung zu diesem zuletzt genannten Vers. I jeszcze na zakończenie, jedna uwaga dotycząca przeczytanych wierszy. Er wird manchmal falsch betont. A to czasami jest błędnie podkreślane, nacisk jest błędnie kładziony. Prüfet aber alles. So muss man es betonen. Powinno być to nacisk położony na doświadczajcie. Und nicht prüfet aber alles. A nie powinno być nacisk położony wszystkiego doświadczajcie. Es gehört nicht viel weisheit dazu, sich in dieser Hinsicht richtig zu verhalten. To wymaga mądrości, aby w związku z tym właściwie się zachowywać. Ich erinnere in diesem Zusammenhang gern an etwas, was ich gelesen habe über eine Schwester im Herrn. Ja przypominam sobie, co kiedyś czytałem, w związku z tym, na temat pewnej siostry. An die auch jemand mit vielen schönen Worten Dinge herantrug. Do której ktoś przyszedł i z wieloma pięknymi słowami chciał jej coś wmówić. Und die dann diesem sagte. A ta siostra odpowiedziała temu człowiekowi. Ich kann auf ihre Ausführungen nicht viel entgegnen. Nie jestem w stanie tutaj na Pana wypowiedzi przytauczyć wiele odpowiedzi. Aber eins ist mir deutlich. Ale jedno jest dla mnie jasne. Was Sie da sagen, To, o co wszystko Pan mówi, Ist nicht die Stimme meines guten Hirten. To nie jest głosem mojego dobrego pasterza. Je mehr uns die Stimme des guten Hirten vertraut ist, Bo im bardziej jesteśmy zapoznani z głosem naszego dobrego pasterza, Umso mehr können wir Gutes festhalten. Tym bardziej dobrze zauważamy, Czego się mamy mocno trzymać. Und tam ist nicht nötig, Uns mit den vielerlei fremden Stimmen Auseinanderzusetzen. Auch nicht unter dem Vorwand, Man müsse das kennen, Um dem entgegentreten zu können. Tym bardziej będziemy strzegli się poznawania Wszelkiego rodzaju różnych złych nauk, A to tylko pod usprawiedliwieniem, Że trzeba to poznać, Żeby lepiej się przed tym bronić. Der Herr Jesus hat gesagt, Meine schafe hören meine Stimme. A Pan Jezus powiedział, Owce moje, głosu mojego słuchają. Und ich folge daraus und sie folgen mir. A skutek z tego jest taki, Że one idą za mną. Na tym zakończymy rozważanie Słowa Bożego. Pieśń numer 237. Przeczytamy Słowa Boże. Objawienie rozdziału 2. Offenbałung 2. Od wiersza 25. Abvers 25. Trzymajcie się tylko mocno tego, Co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni Aż do końca uczynki moje, Dam władzę nad poganami. I będzie rządził nimi laską żelazną, I będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i ja otrzymałem Od ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, Co duch mówi do zborów. Zborów. Bis vers 29. Ich möchte noch einmal etwas zu dem Wort last sagen. Ich glaube, wir haben da noch nicht drüber gesprochen. Ich möchte zu dem Wort last noch einmal etwas sagen. Chciałbym powiedzieć coś na temat tego słowa ciężar. Gdy będziemy to uważnie czytać, To zauważymy, że do tego należą dwie rzeczy. Es gibt das Wort als solches, last. Jest tam wymienione samo to słowo ciężar. Und der Herr spricht von einer anderen last. A Pan też mówi też i o tym innym ciężarze. Das heißt, er sagt hier keine andere last. To znaczy Pan mówi, nie wkładam Niczego innego ciężaru na ciebie. Die Frage ist, Was für eine last haben die gläubigen zu tragen? Powstaje pytanie, Jaki ciężar ci wierzący muszą nieść? Sie hängt sicherlich mit den umständen zusammen, in denen sie sind oder waren. Z całą pewnością są to obciążenia, które były połączone z tymi okolicznościami, w jakich żyli. Ich glaube, dass das ertragen des bösen ist, ohne dass sie etwas ändern können selber. Das ertragen des bösen, das sie sehen, und sie können es nicht ändern. Ja myślę, że to było znoszenie tego, co było na nich złożone i oni nie mogli tego zmienić. Ich möchte aus Psalm 119 zwei verse lesen, die das vielleicht ein wenig deutlich machen. Chciałbym przeczytać wiersze z psalmu 119, który na ten temat mówi. Einmal den fers 136. 136 wiersz. Wasserbeche fließen herab aus meinen Augen, weil sie dein Gesetz nicht halten. Psalm 119, 136. Das ist eine echte geistliche Trauer, wenn man sieht, dass in der Christenheit das Wort Gottes nicht mehr beachtet wird. Das ist szczery i z serca płynący smutek, że stwierdza się, że nie jest przestrzegane Słowo Boże. Dann einen zweiten fers. Jeszcze drugi wiersz. Vers 141. 141. Gering bin ich und verachtet. Deine vorschriften habe ich nicht vergessen. Mały jestem i wzgardzony, lecz nie zapominam o ustawach Twoich. Das berührt sich jetzt mit dem festhalten. Sie waren gering und verachtet. I to łączy się z tym trzymaniem się mocno. Oni byli właśnie mali i wzgardzeni. Ich glaube diese umstände, das war ihre last. Ja myślę, że te okoliczności, w jakich się znajdowali, to to był ten szczególnego rodzaju ciężar. Und der Herr sagt jetzt, ich werfe keine andere last auf euch. A Pan mówi, innych ciężarów jeszcze na was nie wkładam. Ich füge von mir aus jetzt noch hinzu. Ja od siebie samego do tego dodaję. Keine neue last. Nowego ciężaru nie wkładam. Von den Faryseern sagt der Herr Jesus einmal. A o Faryzeuszach Pan Jezus kiedyś powiedział. Sie binden schwere und schwer zu tragende lasten. A oni wkładają na wszystkich trudne do uniesienia ciężary. Legen sie auf die Menschen, aber sie selbst wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Ale włożywszy je na ludzi, nie mają zamiaru ani jednym palcem pomóc. Der Herr sagt also, ich kenne deine last, ich kenne deine mühe und deine not. Pan mówi, znam twoją biedę, twoją nędzę, twój ciężar. Das nehme ich nicht weg. Tego ja nie ujmę od Ciebie. Aber ich sehe deine empfindungen. Ale ja widzę twoje odczucia. Und jetzt sage ich dir, halte doch fest, A teraz do Ciebie mówię, wytrwaj. Mir ist in den letzten Jahren der gedanke des festhaltens immer wertvoller geworden. Dla mnie ta myśl trzymania się mocno tego, co mam w ostatnich latach szczególnie stała się kosztowna. Wir leben in einer Zeit, wo der Ruf nach Aktivitäten und Neuerungen immer größer wird. My żyjemy w czasach, gdy wezwanie do podjęcia działania nowego rodzaju aktywności coraz to głośniej się rozlega. Das, was alt und wert ist, ist in den Augen vieler nichts mehr wert. Bo to, co jest stare i już sprawdzone, to w oczach wielu ludzi nie ma już wartości. Es muss etwas spektakulaires geschehen, die massen bewegendes. Musi coś dziać się bardziej spektakularnego, co by poruszyło całymi masami ludzi. Es ist so wie bei den Atenern, die immer etwas neues hören wollten. To ist podobne do sytuacji, jaka była w Atenach, którzy Atenczycy chcieli ciągle słyszeć nowe rzeczy. Aber es ist für den Herrn unendlich wertvoll. Ale to dla Pana jest o bardzo wielkiej wartości. Wenn er solche sieht, die festhalten, wenn andere loslassen. Gdy on widzi takich, którzy mocno się trzymają, podczas gdy wokoło wszyscy już zrezygnowali. Es gibt sehr viele Stellen, auch im Neuen Testament, die uns dazu ermunter. Jest wiele miejsc, również w Nowym Testamencie, które nas do tego zachęcają. Möge der Gnade schenken, dass wir, die wir heute hier sind, zu denen gehören, die festhalten. Oby Pan darował łaski, abyśmy dzisiaj my należeli do takich, którzy mocno się trzymają. Es ist auch noch interessant einmal in verbindung mit dem ausdruck bis ich komme nachdenken, was der alles damit verbindet. My w związku z tym wyrażeniem trzymaj aż przyjdę powinniśmy się zastanowić co z tym łączy się. Es mag noch mehr stellen geben mir fallen mal so eben drei stellen ein. Może jest więcej takich miejsc, mnie właśnie teraz się przypominają trzy takie. Und wenn wir sie im Zusammenhang sehen, meine ich, dass wir auch da eine gewisse Ausgewogenheit finden. Und wenn sie zusammen rozważy ist, stwierdzimy pewną Równowagę. Es könnte die Gefahr bestehen, dass wir uns selbst zur Untätigkeit verurteilen oder zufrieden sind damit, dass wir festhalten. Może być taka sytuacja, że my samych siebie ocenimy, że będąc zadowolonymi z tego, co jest, co trzymamy się mocno, że to nie jest wystarczające. Der aber sagt nicht nur halte fest, bis ich komme. Ale Pan powiedział nie tylko to trzymaj mocno, aż ja przyjdę. Ale według Łukasza 19 rozdział Pan powiedział działaj, aż ja przyjdę. To oznacza, że mamy być przecież czynnymi dla Pana odpowiednio do tych talentów, które każdy otrzymał. Es gibt drei richtungen. Einmal im blik auf uns selbst halten wir fest. Są trzy takie kierunki, jeśli chodzi o nas samych, co mamy mocno trzymać. zugunsten andre handeln wir i dla dobra innych działamy und im blik nach oben gegenüber Gott verkündigen wir den Tod des Herrn bis er kommt. I w stosunku do Boga ogłaszamy śmierć Pana, aż On przyjdzie. Dann noch einen gedanken zu vers 26 und 27. Wenn wir die Stelle aus dem Alten Testament noch zu Rade ziehen, dann finden wir, hier ein Zitat aus Psalm 2 erwähnt wird. Aber in Psalm 2 bezieht sich die verheißung auf den Herrn selbst. Ale w Psalm 2 ta obietnica dotyczy osobiście Pana. Da sagt Gott gleichsam zu dem Messias fordere von mir und ich will dir zum Erbteil geben die Nationen. Tam Bóg powiedział do Messiasza żądaj tego ode Mnie, a ja tobie dam te narody jako dziedzictwo Twoje. Aber hier wird die verheißung dem überwinter gegeben. Aber tutaj ta obietnica jest darowana zwycięzcy. Und ich finde diese parallelität zwischen dem Weg des Herrn und dem Weg des Gläubigen sehr beeindruckend. Und das te porównanie oder die drog des drog der wier der sieben zwanzigste vers endet mit der bemerkung wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. 27 wiersz kończy się tą uwagą, że tak jak ja i sam od ojca otrzymałem 28 wiersz. Damit vergleicht er das, was er dem überwinter verheißt mit dem, was ihm selbst gegeben wurde. Der Jesus kannte auch etwas von Verwerfung, von Schmach, von Missachtung mehr als jeder andere. Und jetzt lässt er solche, die diese Verwerfung mit ihm geteilt haben, auch teilhaben an seiner Herrschaft und Herrlichkeit. Und jetzt on tym, którzy mieli udział w tym odrzuceniu jego i tym, że został pogardzony, on daje teraz tą możliwość, że będą mogli też i brać udział, mogą być uczestnikami jego panowania nad narodami. Obwohl dieses teil unsere Herrschaft mit ihm, wenn er die nationen mit eiserner rudel, wenn er die nationen wie töpfe gefäße zerschmettern wird, also unser teil mit ihm bei diesem seinem gericht, nasz udział w tym wykonywaniu sądu jego, że narody pod jego sądem będą jak skruszone naczynia gliniane, to nasz udział tu nie jest ten największy i najbardziej podkreślany, bo to dotyczy tutaj tej ziemi, aber was dann in vers 28 folgt ale to co następuje w wierszu 28 to większy udział w tym będzie nasz a oznacza to również też i Chrystusa po całą wieczność oglądać zażywać go i ewige gemeinschaft mit ihm in seiner helligkeit i mieć tą wieczną społeczność z nim w jego chwale tak bracia i siostry to naprawdę godne jest tego wysiłku festzuhalten aby mocno się trzymać i nie łączyć się ze złymi naukami w chrześcijaństwie Es gilt nicht nur das festzuhalten was man kennt Nie chodzi tylko o to aby trzymać to co się zna Sondern auch das was man erkennt Ale i o to trzymać to co się pozna Ich komme damit wie die gestern abend hier waren gehört haben auf die bedeutung diese beiden ausdrücke zurück Ja nawiązuję do tego co żeśmy wczoraj wieczorem słyszeli na temat znaczenia tych dwóch wyrażeń wenn ich richtig behalten habe bedeutet kennen mit dem verstand erfassen Jeśli dobrze to zrozumiałem to oznacza znać to oznacza aby swoim rozumem pojąć Aber erkennen bedeutet dann das was man mit dem verstand erfasst hat auch mit dem herzen zu bejahen a przyjąć to to oznacza uznać to przyjąć to to oznacza aby to co żeśmy naszym rozumem zrozumieli abyśmy przyjęli do naszego serca i w pełni się z tym zgodzili Man kann bis zu einem gewissen grad viele Dinge die uns das Wort Gottes zeigt mit dem verstand erfassen wiele rzeczy co Słowo Boże nam przekazuje możemy naszym rozumem przyjąć gleichsam kenntnisse ansammeln można powiedzieć możemy zgromadzić pewną wiedzę ohne dass das Herz berührt wird a przy tym nasze serce nie będzie poruszone sicher ist das erfassen mit dem verstand auch eine voraussetzung z całą pewnością poznanie tego naszym sercem to jest właśnie tym naszym rozumem to jest związane z przyjęciem tego i uznaniem tego w naszym sercu auf der dann dass wir jahen mit dem herzen aufbaut oder sich daran anschließt i do tego dołącza się zgoda czy przyznanie do tego że to tak jest całym naszym sercem bloßes kennen hält man nicht durch nie wytrwa się tylko mając próżną pustą wiedzę bis der Herr kommt aż Pan przyjdzie ale jeżeli nasze serce zgodzi się z tymi rzeczami a szczególnie jeżeli Twoje lub moje serce wypełnione jest osobą umiłowanego Pana to wtedy też jesteśmy uzdolnieni do tego aby trzymać mocno aż on przejdzie Dopiero co żeśmy słyszeli co oczekuje tego który trzymać będzie się mocno tego co posiada aż Pan przyjdzie trzeba zwyciężyć i jego uczynki pełnić aż do końca To są te dwa warunki zmierzające do tego że ktoś stanie się uczestnikiem co mamy zapisane w wierszach od 26 do 28 Trzeba w nas samych zwyciężyć opór i nie ma takiego wierzącego który chciałby wiernie iść swoją drogą który by nie odczuwał tego rodzaju sprzeciwów w jednej z pieśni śpiewamy Jednak w Jezusie będę zwycięzcą i tym który przezwyciężył wytrwał do końca Nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć w sile naszej własnej siły Tylko tej mocy którą możemy ciągle na nowo naczerpać od Pana Jezusa A po drugie zachować Jego uczynki aż do końca Jest wykonywana niezliczona ilość dobrych uczynków w chrześcijaństwie i myślę właśnie że w tym systemie o którym teraz jest mowa spieł werk gerechtigkeit to właśnie uczynki odgrywają bardzo wielką rolę i ten system odrzuca z zasady swoje łaske we werden die erfahrung machen wenn wir hier und da Menschen auf das ewige Ziel ansprechen z całą pewnością tego doświadczymy że jeśli jakichś ludzi zagadniemy co do ich wiecznego celu dass sie von wenigen Ausnahmen abgesehen zunächst einmal auf ihre eigene Werke verweisen to oni z niewielkimi wyjątkami przede wszystkim będą wskazywali na swoje dobre uczynki i będzie naprawdę bardzo trudne dla nas aby ich doprowadzić do tego dass sie nur noch auf dem einen völlig unabhängig von ihnen vollbrachten Werk des Herrn Jesus ruhen aby spoczęli tylko na tym całkowicie od nich niezależnym dokonanym przez Chrystusa dzielę na krzyżu nun hier geht es aber nicht um dieses vollbrachte Werk obwohl es auch eine große Grundlage ist Jednak tutaj w tych wierszach nie chodzi o te dokonane dzieło pomimo tego że ono jest tą podstawą wielką sondern um seine werke ale tutaj chodzi o jego uczynki die werke die der Jesus bewirkt getan hat als er hier auf der erde war und wenn wir in Efeser 2 i tak jak czytamy w Efezjan w drugim rozdziale ich muss eben mal sehen nein es steht bitte Dankeschön ja da heißt es Efeser 2 vers 10 jest napisane w Efezjan drugim rozdziale w dziesiątym wierszu denn wir sind sein werk jego bowiem dziełem jesteśmy geschaffen in Christus Jesus zu guten werken stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków die Gott zu vorbereitet hat damit wir in ihnen wandeln sollen do których przeznaczył czy przygotował nas Bóg abyśmy w nich chodzili es heißt nicht einfach geschaffen zu guten werken Nie 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 tutaj napisane że my czynimy dobre uczynki ale jest napisane że my wykonujemy te stworzeni jesteśmy do tych dobrych uczynków w Chrystusie Jezusie A gdy dalej czytamy do których Bóg przeznaczył nas to nie widzimy w tym tego problemu chodzi o te uczynki które Pan Jezus będąc tu na tej ziemi wykonywał w pełnej zależności od swojego Boga i teraz w nich albo odpowiednio do nich my możemy teraz pielgrzymować i że te uczynki możemy aż do końca trzymać się ich chciałbym jeszcze powiedzieć kilka myśli do tej drugiej wspaniałej obietnicy jaka darowana jest temu kto zwycięży ich werde im den Morgenstern geben a ja daruję mu gwiazdę poranną na pewno większość z nas wie co reprezentuje ta gwiazdę ta gwiazdę poranna mamy trzy miejsca miejsca w Nowym Testamencie w których ona jest wymieniona najpierw w liście Piotra gdzie jest napisane że ta gwiazda poranna schodzi w naszych sercach następnie te miejsce w objawieniu i w zasadzie na podstawie tych dwóch miejsc nie moglibyśmy powiedzieć kto jest tą gwiazdą poranną dowiadujemy się dopiero o tym z ostatniej strony Biblii w rozdziale dwudziestym drugim w szesnastym wierszu objawienie dwadzieścia dwa szesnaście Ja Jezus wesołem anioła mego by poświadczył wam to w zborach jam jest korzeń i ród Dawidowy gwiazda jasna poranna Also der Herr Jezus selbst ist dieser glänzende Morgenstern Ich sage für die meisten nichts neues A więc Pan Jezus sam osobiście jest tą gwiazdą poranną Dla większości z was nic nowego nie powiedziałem Heute vermuten wir dass der mit dem Morgenstern astronomisch die Venus gemeint ist Dzisiaj przypuszczamy że z punktu widzenia astronomii mowa jest tutaj o naszej planecie Venus Es ist ein Planet der aus der Sicht von der Erde ganz nah immer bei der Sonne steht Und damit der erste Himmelskörper den man nach dem Untergehen der Sonne sieht ist Und das ist der erste Ciało niebiańskie das ist der Sogenannte Abendstern und der Letzte Stern der zu sehen ist wenn das Himmels Firmament verblasst kurz bevor die Sonne wieder aufgeht Wir wissen dass das Alte Testament mit dem Buche Malachi aufhört Und dort finden wir dass der Herr Jesus kommen wird wie die aufgehende Sonne Wie die aufgehende Sonne Das ist sein kommen in Macht und Herrlichkeit sein Kommen auf die Erde zur Aufrichtung des Reiches aber bevor er so kommt kommt er für die Seinen als der Morgenstern die Toten in Christus werden auferstehen umarli w Christusie z martwych stan dazu gehören auch alle alttestamentlich gläubigen dazu należy auch die toten in der Zeit der Gnade und dazu gehören dann auch die lebenden die mit ihnen zusammen entrückt werden Was mir jetzt hier besonders ist an dieser Stelle A to co tutaj w tym miejscu ist takie szczególne My możemy być dość mocno pewni tego że zwycięzcy będący w tym systemie im Mittelalter znajdujący się w tym średniowieczu die Wahrheit von der Entrückung nicht mehr gekannt haben Oni nie znali już tej prawdy o pochwyceniu wierzących do Pana Die war schon in der Phase von Pergamos Stück für verloren gegangen Ona już w tym okresie czasu opisane w liście do Pergamo kawałek po kawałku była zapominana Z całą pewnością wierzący ówcześnie wiedzieli na podstawie 22 rozdziału objawienia że tą gwiazdą poranną jest Pan Jezus ale te myśli które my łączymy z tą gwiazdą poranną mianowicie te myśli dotyczące pochwycenia wierzących i zabrania do Pana z pewnością niewiele znali a jednak oni będą mieli swój udział w tym czyż to nie jest wielka łaska Pana bo gdybyśmy my otrzymali tylko to co rozumiemy ach der Herr gibt viel mehr er gibt uns alles das was er uns verheißen hat ob wir es verstanden haben oder nicht niezależnie od tego czy żeśmy to rozumieli czy nie jakaż to łaska wszakże to co macie trzymajcie also das was ihr habt haltet fest aż przyjdę bis ich komme mnie się wydaje że Pan Jezus tutaj Słowo Boże tutaj nam wyraźnie kieruje myśli na osobę która przychodzi nie na czas to jest ten który się tu przedstawił i to jest ten który gdy był na ziemi cały czas płynęło znosiło się przed serce Boże upodobanie w tym onym umiłowanym do do i to słowo które tu mówi trzymajcie to wyraźnie wyraźnie wskazuje na pewną społeczność grupę ludzi którzy nigdy przed balem kolana swojego nie skłonili nie 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 to są święci Boży Das sind die Heiligen Gottes. Die zweite Gruppe der Menschen. Sie bewahren die Werke dieses Systems, der völlig den Herr Jesus verworfen hat. Das ist ein System, das eine Selbstverherrlichung des Menschen geschaffen hat. Und sie alle tun Werke, um diesem System zu gefallen. Und diesen Personen, die sie führen. Aber diejenigen, die das gut bewahren, sie haben diese Fülle, die ausreicht, in denen der Herr die Unbeflecktheit und Reinheit ihres Lebens wahrnimmt. Und das ist ausreichend für das ewige Leben. Und dieses Wort, wer überwindet, das drückt aus, dass es auch eine Macht, einen Widerstand gibt, gegen die, die überwinden möchten. Der Mensch könnte es nicht überwinden. Erste Korinther 1, Vers 28. Und das Unheil der Welt und das Verachtete hat Gott ausgewählt. Und das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte macht. Und wenn wir in diesen Werken, die Gott in Christus bereitet hat, bleiben werden, dann rühmt sich das Fleisch nicht. Und die andere Seite, die zum Gericht bereitet ist, sie rühmt sich in ihren eigenen menschlichen Werken, um sich dem Haupt und demjenigen, der das ganze System führt, zu gefallen. Und so wie schon gesagt wurde, bemerken wir einen ausdrücklichen Unterschied, so wie der Herr Jezus sich im darauf folgenden Vers darstellt. Er wird dargestellt als derjenige, der etwas vom Vater empfangen hat. Wir verstehen, dass der Herr Jezus hier als derjenige gesehen wird, als der Sohn des Menschen, wie im Psalm 2 es vorgestellt wurde. Dam ci narody, abys nimi rządziu. Ich gebe dir die Nationen, damit du über sie regierst. Und jetzt sehen wir, dass wir in diesem Erbe, das wir in ihm haben, dass wir teilhaben daran, was der Herr Jezus vom Vater empfangen hat. Also die Einheit mit ihm, die Einheit mit ihm, pozwala nam uczestniczyć w tych wszystkich rzeczach, die werden związane z tą Ziemią. Erlaubt uns in diesen Dingen teilzuhaben, die in verbindung stehen werden mit der Erde. Das Wort, bis ich komme, Es war mit Sicherheit, wie es gesagt wurde, ein gewisses Geheimnis Gottes. Bo ta Boża tajemnica, to czytając Nowe Testament, zauważamy, denn das Geheimnis Gottes, wenn wir das Neue Testament lesen, dann bemerken wir in bezüge auf das Geheimnis, es war dem Überrest aus Israel offenbart, wenn es um den Erlöser Israels geht. Bo ta Gwiazda Jakuba, która była w tajemnicy, denn der Stern Jakobs, der in einem Geheimnis war, der Stern wurde offenbart, und Hannah konnte in diesem Verständnis sagen, das ist der Erlöser. Und wenn wir darauf noch anwenden oder hinzufügen den Vers, dass Gott seine Geheimnisse denen offenbart, die ihn fürchten, dann sehen wir, dass die Grundsätze der Treue und des Gehorsams, die man ausdrücklich in dem Herrn Neus sehen kann, wie er sich unterordnet unter den Willen des Vaters, dass wenn diese Dinge diejenigen charakterisieren werden, die überwinden, dann gibt es für diese Gläubigen in jener Zeit, dann ist das völlig ausreichend, um eine Hoffnung zu haben, zuge auf dieses, das bisher kommt. Denn sie wissen genau, wer kommt und sie haben genügend Grundlagen, um sich als solche zu sehen, die Gott annimmt. In diesen Briefen ist typisch, wenn wir lesen, typową rzeczą ist tutaj, w tych listach, które czytamy, wer überwindet, kto przezwycięży, und dann wer ein ohr hat, kann man die beiden Dinge verbinden, czy można te dwie rzeczy połączyć ze sobą, jawohl, kann man, tak, można połączyć, weil zu überwindung gehört nicht nur ein Sieg zu erreichen, wie ein Sportler auf dem Marathonweg, Aber dazu gehört auch in diesem Überwindung gewisse lekzion, das man übt, das man lernt. Wenn ich würde jetzt Römer 5 zitieren, wenn ich würde jetzt Römer 5 zitieren, da haben wir zwar anderen Charakter, aber das gleiche Sinn zu überwinden im Glauben. To mamy tam pokazane wprawdzie inny charakter, ale tą samą treść dotyczącą przezwyciężenia, weil Vers 3 sagt, bo wiersz trzeci nam mówi, nicht allein, aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trybsale, da wir wissen, dass die Trybsale aushaaren bewirkt, das aushaaren, aber Erfahrung, die Erfahrung, aber Hoffnung, die Hoffnung aber beschämt nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist. Rzymian 5 rozdział od 3 do 5 wiersza A nie tylko to, überwinden die Sache. To właśnie należy do tego przezwyciężania. To nie jest tylko jakiś rozdział w życiu zamknąć za sobą, o, teraz już zwyciężyłem. Wir sind ständig unter Gefahren und ständig müssen eben kämpfen, um zu überwinden. My stale jesteśmy w niebezpieczeństwach i stale musimy walczyć, aby przezwyciężyć. Aber der Gott, der Schöpfer, hat uns auch ein Herz gebildet. Nicht nur Sinnesorgane, Augen, Ohren, aber auch das Herz, Nieren, das haben wir uns heute schon das erwähnt. Ale Bóg, Stwórca, nie tylko darował nam pięć zmysłów, ale również darował nam też i serce i nerki, tak jak żeśmy już słyszeli. Darum unser Herz muss hören, hören auf to, was Geist uns sagt, Geist Gottes. Nicht to, wchodzi do ucha naszego i pozostaje w naszym umyśle, ale abyśmy zachowali to, co serce też poznało. i dlatego tu jest mowa o uchu, a nie o uszach, abyśmy mogli, które, to ucho jest obrazem serca, abyśmy w tym sercu zachowali to, co śmy słyszeli. od pewne decyzje w naszym herzen. Bo konkretne decyzje zapadają w naszym sercu. to, że może tak być, że Darum ist sehr wichtig, dass unser Herz übereinstimmt mit dem, was der Geist Gottes uns sagen will. Und dann können wir nur so mit dem Herrn überwinden. Wir müssen festhalten, wenn die Gefahr besteht, dass es uns weggezert werden will. Die Treue in Thyatira haben etwas aus Gnaden von Herrn Pfangen. Und der Geist Gottes wollte auch das ihnen weggezern. Und der Herr fordert sie auf, dies festzuhalten. Die Hindernisse zu überwinden. Und seine Werke, das sind die Werke des Herrn Jesus, zu bewahren. Ich versuche jetzt zu erklären, was seine Werke sind. Ich versuche jetzt, was seine Werke ist. Es sind die dem Herrn gemessen Werke. Es sind die dem Herrn gemessen Werke. Das sind die Werke, die aus diesem Glauben an den Herrn Jesus entspringen. Das sind die Werke, die in den Glauben an den Glauben an den Glauben. Und die sollten sie bewahren bis ans Ende. Und die Belohnung für dieses Festhalten überwinden und bewahren. Das ist tatsächlich die Person des Herrn Jesus. Die Brüder haben das schon vorgestellt. Ich möchte es in aller deutlichkeit unterstreichen. Ich möchte es in aller deutlichkeit unterstreichen. Es ist die Belohnung in jedem der weiteren Sendschreiben für die Treuen. Und hier in Teatüre ist die Person des Herrn Jesus in zwei Aspekten. In zwei Aspekten. Erstens als der, der über der Schöpfung steht und durch Umwälzung Segen bringen wird in die Schöpfung. Wenn er nach Psalm 2 kommen wird in Herrlichkeit, und durch Gericht diese Umwälzung in der Schöpfung herbeiführen wird, dann werden die Treuen aus Teatüre ihn begleiten. Sie werden teilhaben an seiner Macht. Sie, die hier auf Erden keine Macht haben. Diese Treuen haben christliche Wahrheit verwirklicht. In ihrem Leben auf Erden haben sie nicht geherrscht. Nein, sie haben gelitten. Nein, sie haben gelitten. Und die Antwort ist, dass sie herrschen werden. Ich möchte eure Gedanken führen nach 1 Korinther 4. Die Korinther waren nicht so wie diese Treuen hier. Korinthianie nie byli takimi, jak ci wierni tu wymienieni. Sie wollten nicht leiden, sondern jetzt schon herrschen. Und Paulus sagte in diesem Kapitel zu ihnen. A Paweł w tym liście do nich powiedział. Ihr habt ohne uns geherrscht. Und ich wollte, dass ihr mit mir herrschen würdet. Und das würde auch in Zukunft wahr werden mit dem Herrn Jesus. Aber diese Treuen haben das verwirklicht. 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 Sie haben gelitten auf Erden. Sie haben gelitten auf Erden. Sie werden mit ihm die Macht teilen, die Herrschaft über die Schöpfung. Und sie werden zusammen mit ihm die Macht und die Schöpfung. Es ist ganz wichtig diese Verbindung zu sehen. 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 Die am Anfang von Vers 28 steht. Wie auch ich. Sie sind als Belohnung verbunden mit dem Herrn Jesus in seiner Macht. Aber im Morgenstern haben wir den zweiten Aspekt der Person des Herrn Jesus. Aber in dieser Gwiegdienung, der zweiten Aspekt des Herrn Jesus. Nämlich außerhalb jeder Schöpfung stehend. Mianowicie, dass er unter und vor dem Stiftung steht. Verbunden mit dem Haus des Vaters. wird er diesen Treuen geschenkt. Als Belohnung. Diese zwei Aspekte der Person des Herrn Jesus. sind natürlich auch unser Teil. Aber sie werden hier diesen Treuen verheißen. Aber sie werden hier das alle wierigte. Ich möchte noch einige Anmerkungen zu den letzten Versen unseres Kapitels geben. Ich möchte noch einige Anmerkungen zu den letzten Versen unseres Kapitels geben. Ich möchte noch einige Anmerkungen zu den letzten Versen unseres Kapitels geben. Wir haben darüber gehört, wie wir befähig sind zu überwinden. Und da ist uns der Apostel Paulus ein herausragendes Beispiel. Wenn er am Ende von Römer 8 die Frage aufwirft, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Und dann eine Reihe von äußeren, gefährlichen Einwirkungen aufzählt. Dann kann er sogar sagen, aber in diesem allen sind wir mehr als überwinter durch den, der uns geliebt hat. Durch den, der uns geliebt hat, dürfen und können auch wir überwinter sein. Dann noch eine Anmerkung zu dem Wort Morgenstern. Wir haben eben schon gehört, dass es drei Stellen gibt, die diesen Morgenstern enthalten. Außer unserer Stelle hier die weitere in 22, vers 16 dieses Buches. Und dann die Stelle in 2 Petrus 1, vers 19. Im Grundtext gibt es dafür zwei verschiedene Wörter. In 2 Petrus 1, vers 19 liegt der Schwerpunkt mehr darauf, dass der Morgenstern hineinleuchtet in den neuen Tag. Aus dem Zusammenhang wird man das auch unschwer erkennen können. Aber in den beiden Stellen in der Offenbarung liegt der Schwerpunkt mehr auf dem frühen Erscheinen dieses Morgensterns. Er erscheint, während es noch dunkel ist. Und wie wir schon hörten, weit eher als vor dem Aufgehen der Sonne der Gerechtigkeit für den treuen Überrest Israels. In Römer 13 sagt der Apostel Paulus, Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Wer in dieser Nacht wacht und nicht so dahin lebt, so nach seinen eigenen Gedanken. Der sieht im Glauben diesen Morgenstern. Und eine letzte Anmerkung zu dem Zusammenhang von Überwinden und was der Geist den Versammlungen sagt. Ich glaube sicher, dass in den einleitenden Darlegungen zu diesem Buch der Offenbarung oder zu den Sendschreiben schon gesagt worden ist, dass wir in den ersten drei Sends schreiben, immer erst lesen, wer ein ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Und das dann erst folgt, wer überwindet. Da wird also noch die gesamtheit der angeschriebenen angesprochen. Da wird erst von den Überwindungen gesprochen. Und es wird gezeigt, dass dieses Wort sich an den treuen Überrest, an die übrigen richtet. Und erst dann heißt es, wer ein ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Die anderen natürlich in erster Linie Isabel selbst, aber auch ihre Kinder geben keinen anlass mehr zu irgendwelchen Hoffnungen. Es gibt gar nicht mehr zu tun. Isabel will gar nicht, was zu tun. Isabel will gar nicht, was zu tun. Und ihre Kinder sind so fest aus ihr hervorgegangen und mit ihr verbunden, dass sie ihr gleichen. Aber den Überwindungen wird nahegelegt, auf das zu hören, was der Geist noch sagt. Und ich darf vielleicht hier eine Anwendung machen, indem ich den Vers 29, nicht um etwas hinzuzutun, sondern um etwas deutlich zu machen, ausweite. Da heißt es, wer ein ohr hat, was der Geist den Versammlungen sagt. Und nicht, was dieses verderbte System lehrt und sagt. Und so wurde ja auch schon erwähnt, die Kirche lehrt nicht, sie wird belehrt durch den Geist. Und so wurde ja auch schon erwähnt, die Kirche lehrt durch den Geist. Wir lesen Gottes Wort. Wir lesen Gottes Wort. A do anioła zborów Sardes napisz, to mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzesz tego i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szatę białe i nie wymarzę imienia jego z Księgi Żywota. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Może dotąd. Bis fers 6. Jeszcze dwa słowa chciałem powiedzieć do tego ostatniego wiersza. Ich möchte noch zwei worte sagen zu diesem letzten fers von kapitel 2. W liście do Koryntian w rozdziale drugim czytamy. W wierszu czternastym. Ale cielesny człowiek nie rozumie tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. Erste Koryntia, kapitel 2, vers 14. Widać z tego, że to ucho to jest boska zdolność rozumienia rzeczy Bożych i myśli Bożych. Wir sehen daraus, dass dieses ohr eine Fähigkeit, die Stimme Gottes zu hören, symbolisiert. I również z tego rozumiemy, że to jest mowa do żywych. Świat niewierzący jest dla Boga umarły duchowo. Die ungläubige Welt ist für Gott geistlich tot. Czyli ta resztka tych świętych w Theatyrze. Sodass also der Überrest der Heiligen in Theatyrze. To są ci, którzy żyją. Das sind also diejenigen, die leben. Duchowo żyją. Geistlich leben. Rozumieją myśli Boże, Słowo Boże. Sie verstehen die Gedanken Gottes, das Wort Gottes. I cechuje ich wytrwałość. Und sie werden durch ausharren charakterisiert. W czym wytrwałość? W czym wytrwałość? Ach, worin das ausharren? W zachowaniu tego wszystkiego, co otrzymali i co posiadają. Indem bewahren all dessen, was sie empfangen haben und was sie hatten. Gdyż to, co im w zapłacie jest dane. Denn das, was ihnen als belohnung gegeben ist. Ta osoba. Diese Person. I uczestnictwo w tym wszystkim, co z tą osobą związane jest. Czyli z Panem Jezusem. Und das teilhaben an all dessen, was mit dieser Person, also dem Herrn Jezus verbunden ist. Jest dla nich wartością szczególną. Ist für sie ein besonderer Wert. I chociaż, jakżeśmy słyszeli, że okoliczności się nie zmienią. Und so, wie wir auch gehört haben, dass, obwohl die umstände sich nicht ändern werden. To możemy przeczytać następny wiersz listy do Korinthian, że Können wir einen weiteren vers aus dem Brief an die Korinther entnehmen. Pierwszy Korinthian 15. Erste Korinther 15. Erste Korinthian 57. Vers 57. Że oni mocno swoją wiarę budują na tym, dass sie ihren sieg fest darauf gründen, co już zostało dokonane, was schon vollbracht ist. A te zwycięstwo już dokonał Pan Jezus. Und diesen sieg hat schon der Herr Jezus vollbracht. Bo w tym wierszu czytamy, ale niech będzie Bogu dzięki, który nam dał zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Denn wir lesen in diesem Vers Gott aber sei dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jezus Christus, wo der gegeben hat, wie in der polnischen Städte. Wenn wir jetzt zum Sendschreiben an Sardes kommen, Gdy teraz przechodzimy do tego listu skierowanego do zboru Sardes, dann wird uns durch Sardes die Zeit gezeigt, to tam w obrazie tego Sardes jest pokazany nam taki odcinek czasu von nach der Reformation bis zum Jahre 1800 und folgende, wo dann die Erweckung unter in Verbindung mit Filadelfia hervortritt. Gdy te Przebudzenie in diesen Jahrhunderten nach der Reformation bis zur Erweckung in Verbindung mit Filadelfia, w tych stuleciach po Reformacji aż do tego Przebudzenia sięgającego we Filadelfii, wird die Christenheit durch den Protestantismus charakteryziert. Christenheit charakteryzuje się tym ruchem protestanckim und das ist das Sendschreiben an Sardes i o tym nam mówi ten list skierowany do zboru w Sardes. Sie haben wunderbares empfangen, oni otrzymali cudowne rzeczy, wir lesen das in vers 3, o tym czytamy w wierszu trzecim, die Rechtfertigung aus Gnaden, usprawiedliwienie z łaski und das geschriebene Wort Gottes i spisane Słowo Boże wurde allen Menschen zugänglich stało się dostępne dla wszystkich ludzi i nie jesteśmy w stanie nawet tego zmierzyć, jak wielkim to było dla ludzi po tych wszystkich stuleciach, gdy wielu ludzi nie potrafiło w ogóle czytać i gdy Słowa Bożego nie było przetłumaczonego na języki wszystkich narodów. To hat Gott diese wunderbare Gnade gegeben. To Bóg darował cudowną swoją łaskę. Aber der Herr muss gleich am Anfang sehr ernst über den protestantismus sprechen. Ale na samym początku Pan musiał bardzo poważnie przemówić do protestantyzmu. Er sagt, du hast den Namen, das du lebst. On mówi, ty masz imię, że żyjesz. Du meinst, du seist besser als Tiatyra. Ty myślisz i mówisz, że jesteś lepszy niż Tiatyra. Du hättest leben hervorgebracht. Że ty wywiodłeś życie na wież. Aber du bist tot. Ale jesteś umarły. Einen toten zustand. Stan umarłości. śmierci. Der Herr stellt sich in Vers 1 in diesem dieser Versammlung von Sardes ihrem charakter entsprechend vor. Pan przedstawia się tutaj temu zborowi w Sardes w całym swoim charakterze w wierszu pierwszym als der, der alle Kraft hat. Jako ten, który ma wszelką moc. Das sind die sieben Geister Gottes. To jest właśnie tych sieben Duchów Bożych. Und der die sieben Sterne hat. I jako ten, który ma siedem gwiazd. Das ist seine Macht über die Versammlungen. A to oznacza, że ma moc nad zgromadzeniami. Aber es wird gleich deutlich, dass er nicht mehr in Macht eingreift in die geschehnisse von Sardes. Ale to jednocześnie to od razu jest widoczne, że on w tej mocy nie wkracza we te rzeczy, które się dzieją w Sardes. Wenn wir kapitel 3 vers 1 mit kapitel 2 vers 1 vergleichen, Gdy porównamy wiersz 1 z 3 rozdziału z wierszem 1 z 2 rozdziału, w którym to 2 rozdziale Pan przedstawia się zborowi w Efezie, to czytamy, że on trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej. On hat die macht über die versammlungen. Und in Efesus greift er noch ein, er hat sie in der rechten hand. I tu w tym Efezie on jeszcze wkracza w sytuację, bo on ma te gwiazdy w prawicy swojej. Tak, już to nie występuje w przypadku Sardesu. Wprawdzie on ma tą moc nad zgromadzeniem, ale on nie wkracza w tą sytuację. I to musimy brać pod uwagę, jeżeli się będziemy zajmowali protestantyzmem. Dzieło reformacji bez wątpienia było dziełem Bożym. wiele wierzących ludzi opuściło system rzymski i znaleźli się pod wielkimi prześladowaniami. Wielu musiało swoje życie położyć dla Pana. I do dzisiaj jeszcze podziwiamy odwagę reformatorów. Ale cały ten ciąg wydarzeń w reformacji w przeciągu tego wiele również niewierzących ludzi poszukiwało ochrony wśród światowych politycznych rządów nie mając żadnej łączności żywej łączności z Chrystusem. Stawali się po prostu protestantami albo lutheranami obojętnie jak to nazwiemy. Oni może się wielokrotnie powoływali na wielkie imiona, nazwiska, ale oni sami nie mieli połączenia z Chrystusem. Und weil das so war. I ponieważ to tak było, ponieważ niestety nastąpił taki smutny rozwój wypadków, musiał Pan Jezus im powiedzieć, że ty masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. Wir haben in Sades nicht so das aktive böse, wie in Tiatura, w przypadku Sardes nie oglądamy takiego aktywnego zła działającego takiego jak na przykład w teatrze. Und doch haben wir ein durchaus verderbtes moralisches system. Ale jednak oglądamy całkowicie zepsuty niemoralny system. Es war eine form der Gottseligkeit vorhanden Wprawdzie była zachowana taka forma bogobojności Aber keine wirkliche Kraft. Ale nie było w tym żadnej mocy. Das was die versammlung hätte sein sollen durch die empfangen gnad der reformation Das war sie nicht. Und angesichts eines solchen zustandes stellt sich der Jesus wieder vor in all der segensfülle die eigentlich durch die versammlung hätte vermittelt werden sollen aber nicht vermittelt wurde. Und das ist in der vorstellung des Herrn Jesus eine überaus ernste angelegenheit wie auch die entwicklung in der versammlung ihren fortgang nimmt bei dem Herrn sind alle hilfsmittel zur verfügung um eine rückkehr und umkehr zu bewegen einerseits abwärts entwicklung entgegen zu werken die sieben geister Gottes die er hat te siedem duchów bożych które on posiada zeigt uns die allgenugsamkeit des heiligen geistes für alle bedürfnisse pokazuje wie wie du ist duch boży we wszystkich potrzebach es sind nicht sieben konkurierende geister to nie es sieben konkurierend duch duch es ist Gott der heilige geist nie tutaj ist przedstawiony Bóg duch święty in all seinen segensreichen auswirkungen we wszystkich jego błogosławionych oddziaływania chciałbym w związku z tym przytoczyć inne dwa miejsca z tej księgi objawienia kapitel 4 vers 5 czwarty rozdział piąty wiersz tutaj siedmiu ognistych pochodniach płonących przed tronem w piątym rozdziale w szóstym wierszu w drugiej połowie mowa jest o siedmiu rogach i siedmiu oczach to jest o siedmiu duchach bożych ja myślę że to jest dla nas wszystkich ponad wszelką miarę pocieszające że to niezależnie od tego obecnego stanu zgromadzenia dalej pozostaje do dyspozycji nieumniejszona moc Ducha Świętego a poza tym autorytet Pana w zgromadzeniu a więc nigdy nie będziemy w niczym usprawiedliwieni jeżeli będziemy obok tego Bożego prowadzenia samodzielnie działać Jako równolegle miejsce przypomina mi się teraz prorok Ageusz Jest to pocieszające jak Bóg w takich ciemnych czasach daje do dyspozycji takie źródła pomocy które nigdy nie zawodzą tam oglądamy skierowanie tych spojrzeń tej resztki wierzącej z Izraela która wróciła z niewoli babilońskiej na ich źródło pomocy a ono jest boskie da da sagte her in kapitel 2 i tam mówi w drugim rozdziale dass er selbst noch da ist Pan mówi że on sam jest dla nich und Man kann bemerken, dass hier in gewisser Weise etwas geschehen ist, was in Kolosser 2, Vers 19 geschildert wird. Und nicht rechstaltend das Haupt, aus dem der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Es ist wichtig, dass hier in Teatür und in Sardes charakteristisch war, dass sie sich nicht mehr festgehalten haben. Es ist wichtig zu bemerken, dass sowohl in Teatürer als auch in Sardes, dass sie beide eben das Haupt nicht mehr festgehalten haben. Und wenn so etwas vorhanden ist, dass man das Haupt nicht mehr festzelt, dann kann es auch kein Wachstum Gottes mehr geben. Wir haben gehört, dass gerade in der Zeit des Protestantismus man einen gewissen Schutz gesucht hat. Bei den Regierungsleuten dieser Welt. Und ein weiterer Fehler war auch, dass diejenigen, die benutzt wurden zu diesen göttlichen Zielen nicht verstanden haben, dass sie auch nicht verstanden haben, dass dieses religiöse System nicht reformierbar ist. Dass man das überhaupt nicht reparieren kann auf irgendeine menschliche Weise. Und so wie das Wort Gottes uns belehrt, dass wir ausgehen sollen und nicht teilhaben sollen an den unfruchtbaren Werken der Finsternis. So hatte man zu tun und so muss man auch immer tun, wenn es um solche Dinge geht. Denn wenn wir Gemeinschaft haben mit diesen Werken der Finsternis, mit diesem System, dann beginnt der Tod und das Nichtleben an, hineinzukommen. Wir lesen im Brief an die Epheser. In Kapitel 5 11. Vers 11 Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, vielmehr aber straft sie auch. Denn das, was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Und der 14. Vers sagt, Vers 14 sagt, Denn das Licht ist es, das alles offenbar macht. Deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. In Verbindung mit diesem System der Finsternis, unabhängig in welcher Darstellung, Es führt immer zu demselben, dass es erst einmal ein Einschlafen gibt. Und dann folgt dem dieses, was wir hier in Sardes lesen, dass sie dann tot sind. Und diese Ausdrücke werden deshalb benutzt, damit wir gut verstehen, wie das alles wirkt. Denn es ist ein Zustand, der auch zu einem Verlassen führen kann. Und wenn es anders wäre, würde der Herr das nicht erwähnt haben. Hier ist genauso die Hoffnung wie dort, dass man aus den Toten auferstehen soll, und der Christus einem leuchten wird. Man soll also auferstehen. Hier besteht also die Möglichkeit, dass der Herr wirken kann, in Bezug auf die, die in diesem bösen Zustand sind, und wo sie auch dem Herrn gehören, dass sie aus diesem Zustand herauskommen können. Hier auch in Sardes wiederholt sich etwas, was schon in der Geschichte der Kirche vorgekommen ist, dass es, wie es Konstantin gelungen ist, mit einer weltlichen Macht in die Kirche einzudringen. Hier sehen wir es aber aus einem etwas anderen Licht, wo die Gläubigen es sich selbst gewünscht haben, dass diese weltliche Macht hineinkommt als ein Schutz. Und es geschah sogar so, dass, je nachdem welch ein König geherrscht hat, es auch eine dementsprechende Religion gab. Im Evangelium Johannes steht geschrieben, dass der Herr sagt, dass die Toten ihre Toten begraben sollen. Herr Tümmler, ich habe das nicht alles behalten können. Möge ich das, Herr Prof, noch einmal noch einmal? Also, das im Johannes-Evangelium heißt, dass diejenigen, die tot sind, dass man sie lassen soll und dass man dem Herrn nachfolgen soll. Und hier wiederum steht, dass der Herr sich gerade an die Toten wendet, dass sie eben zur Wiederherstellung kommen. Dass dort die Toten gelassen werden sollen und hier sollen die Toten, dass der Herr sich an sie wendet. Es ist eigentlich nicht, dass er sie an sie wendet, sondern dass er sie charakterisiert. Er sagt, du hast den Namen, dass du lebst, du bist aber tot. Natürlich will er Busse bewirken, das kommt hervor, dann in den nächsten Versen. Aber zuerst in Vers 2 charakterisiert er ihren Zustand. Das fatale, das verkehrte von Theatira und Sardes ist, ist die Verbindung mit der Welt. Und besonders auch die Verbindung mit der politischen Welt. Und Theatira hat die Weltmächte beherrscht. Und Theatira hat die Weltmächte beherrscht. Und Theatira hat die Weltmächte beherrscht. Und Sardes hat Schutz gesucht bei den Mächten dieser Welt. Und wieder in Sardes sehen wir, wie wierze, wie wierze, wie wierze, wie in Sardes, wie in Theatira. Und die Verbindung ist dasselbe. Aber die Verbindung ist dasselbe. Und wir werden diese Sendschreiben an Sardes nur verstehen, wenn wir sehen, dass das ein Hauptpunkt ist, wo sie gefehlt haben. A te połączenie pomiędzy Theatyrom a Sardes zrozumiemy dopiero wtedy, jeżeli pojmiemy, w czym oni zawiedli. Wir zweifeln nicht daran, dass die Reformatoren, gläubige Männer waren. Die mit großem Mut und Einsatz ihres Lebens gearbeitet haben. Und dennoch ist der Kern der Verbindung mit der Welt schon bei ihnen zu finden. Zwingli und Calvin, die in der Schweiz wirkten, waren beide Staatsmänner. Sie haben Kirche mit Staat verbunden. Die Reformator Luther hatte mehr Licht in dieser Sache mehr Licht. Ach, Luther. Reformator. Er hat die sogenannte Zwei-Reichs-Theorie gehabt. einerseits das Reich Gottes, andererseits die Reiche, die Staatsreiche, die Länderregierungen. Er hat das also lehrmäßig getrennt. Er hat das, was sich in Sardes entwickelt. Er hat das, was sich in Sardes entwickelt, schon bei diesen Männern. Und dennoch anerkennen wir sie als treue Gläubige. Die mit großem Mut und Einsatz ihres Lebens für die Wahrheit gekämpft haben. Die mit großem Mut und Einsatz ihres Lebens für die Wahrheit gekämpft haben. Das eine, was wir bemerken, gleich am Anfang, das ist dies, dass diese Werke hier eigentlich gar nicht benannt werden. Und hier fällt mir wiederum ins Auge, das in Vers 2, dass er diese Werke halt für mich vollkommen befunden hat vor seinem Gott. Wenn ich das so mit einem Wort umschreiben sollte, dann entspringt daraus und bildet sich eine neue Entartung, die Liste Satans, die diesen Männern der Reformation etwas einflüstert oder einsetzt, so etwas wie einen sich stützen auf etwas, dass sie ihm halt machen bei einzelnen bestimmten Wahrheiten des Wortes Gottes, und dass sie nicht die ganze christliche Wahrheit, also das ganze Fundament erkannt haben. Ich gebe ein einfaches Beispiel. In einigen der Versammlungen im Westen ist Maria die Mutter Gottes. Im Osten ist sie nicht die Mutter Gottes. In einigen der Kirchen wird das Brot als etwas verwandelndes gesehen, und in einigen nicht. Also diese Hütterung der Kirchen hat sich, dass diese Menschen nur an bestimmten Dingen ganz fest standen sind. Und das halt eben das angepasst wird, dass diese Werke dann nicht für vollkommen befunden wurden. Deshalb auch in Vers 2 finden wir eine solche ernste Ermahnung, dass sie eine wachsame Person sein sollten. Czuwającą? Also, wenn wir uns daran erinnern, wie wir von dem Morgenstern gehört haben, dass nur diejenigen sie sehen, die in dieser moralischen Dunkelheit auch wachen, bevor der Tag anbricht, dass wir diese Pflege zurückkommen Foundieren sehen, und das Verhalten am Tag, so dass wir also dieses Wachen und mit anderen Worten, dieses bleiben in der Gemeinschaft und im Wort, dass dieses bei ihnen eine S 마che ist, Denn bei Theatürer sind diese Werke mit Namen benannt worden und sie wurden zu der Grundlage dessen, dass Gott es annahm und jeder, der in diesen Werken bei Theatürer bleibt, wird auch bis ans Ende dass derjenige dann auch teilhaben wird an diesem Lohn, indem er diesen Morgenstern empfangen wird sodass es eine ernste Ermahnung für diejenigen ist, dass sie halt wachsam sein sollen und der weitere Gedanke richtet sich noch auf den Gäste denn da heißt, dass auch diejenigen, die noch dem Toden nahe sind, dass auch sie noch gestärkt werden sollten sodass wir sehen, unabhängig davon, welcher böse Zustand die Christenheit sich befindet dass Gott trotzdem solche haben wird, die in dieser Tätigkeit ausharren werden dass sie fähig sein werden, noch solche zu ermahnen, die in diesem bösen Zustand sind, die also dem Toden nahe sind das sind Personen, die also etwas empfangen haben, denn hier steht ja, dass sie etwas empfingen wie du von mir empfangen und gehört hast und genau das sollst du bewahren und böse tun also nicht eine Buse in dem Sinne wie bei Teatüren, dass sie das böse ablegen, dass sie über das böse Buse tun sollten, sondern dass sie diese Dinge bewahren und achten sollten, dass sie diese Dinge bewahren, die sie empfingen und gehört haben ähnlich wie in den vorherigen Briefen an die Versammlungen Sardes obrazuje chronologisch dalszy rozwój zła w chrześcijaństwie stellt Sardes chronologisch eine weitere Epoche des bösen in der Christenheit dar während Ephesus sich schuldig macht des Verlassens der ersten Liebe und die von uns zuletzt betrachtete Versammlung Teatüren sich von der Autorität des Herrn losgelöst hat dann scheint es, dass Sardes sowohl das eine als auch das andere getan hat Wir können uns die Frage stellen, warum der Herr Jesus sich in diesem Brief vorstellt als derjenige, der die sieben Geister Gottes hat also als Fülle dieses Geistes also in der Fülle der Macht über der Versammlung und dass er trotzdem keinen Gebrauch davon macht ist das nicht deshalb, dass der Herr darauf hinweisen möchte, wie viel er schon gegeben hat dass er mehr gegeben hat als all die bisher und das jetzt in seiner Selbstrepräsentation zadaje pytanie, was hast du mit der Gnade getan, die ich gegeben habe mit dem Wort, das jetzt für dich verständlich sein kann das du haben kannst und dem du folgen kannst Es scheint, dass in diesem Brief der Herr also eine vollkommene Verantwortung ins Licht rückt dass er diese Verantwortung aber auch auf solche legt, die besonders begabt waren Im zweiten Vers wird zur wachsamkeit aufgerufen Und ich denke gegenüber denen, die in Sardis noch nicht als solche charakterisiert werden, die tot sind Und ich sage anders Die Masse in Sardis ist charakterisiert durch Leblosigkeit Ogall die, die durch den Liste von Sardis sind charakterisiert durch den Sardis Und der Rest stand in großer Gefahr Und jetzt wird zur wachsamkeit aufgerufen Um diesen Rest zu stärken Um diesen Rest zu stärken Damit er nicht auch der Leblosigkeit anheimfällt Das übliche, das sterben will sind solche, wie die Anmerkung, die gefällt mir besser, sagt die im Begriff stehen zu sterben Aber es besteht noch Hoffnung Und deshalb ist ein Bemühen um sie nützlich und auch empfehlenswert Und dann wird gesagt, dass der Herr die Werke Sardis nicht für vollkommen befunden hatte vor seinem Gott Und ich denke wir sollten fragen was ist der Masstab hier in Sardis Und ich glaube der Masstab ist, was dann in Vers 3 steht die empfangene Gnade der Reformation Und das ihnen geschenkte Wort Und wenn der Herr diesen Maßstab anlegt dann kommt er zu diesem Urteil Und gestattet mir jetzt mal, dass ich die Verse 1b und 2 mal auf uns übertrage Was die praktische Anwendung der Sendschreiben angeht sollen wir ja auf alles achten, was in diesen 7 Sendschreiben geschrieben steht Müsste der Herr auch heute hier vielleicht über den einen oder anderen sagen Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot Hast du ein christliches Bekenntnis? Und Christus nicht Und Christus nicht Und Christus nicht Und Christus nicht Unerkannt mitgehen Można dziesiątki lat w niezauważalny dla innych sposób pielgrzymować razem z wierzącymi Die große Frage ist, haben wir alle eine echte Bekehrung erlebt? Ale najważniejsze ist Pytanie Czy wszyscy, którzy tak razem idą, przeżyli prawdziwe, szczere nawrócenie? Auch unsere Bemühungen um Geschwister, wie sie in Vers 2 vorgestellt werden sollte angesichts der genannten Hilfsquellen von Vers 1 nie nachlassen Również też i wszystkie nasze wysiłki w stosunku do tych, którzy są opisani w wierszu 2 Wysiłki stosujące takie środki pomocnicze, jakie są opisane w drugiej połowie wiersza 1 powinny być zastosowane Ich sage noch einmal, dass ich jetzt eine Anwendung mache und ich denke, wir sind gut beraten und ich denke, wir sind gut beraten wenn wir uns auch alle unter dieses Urteils stellen wenn wir uns alle unter dieses Urteils stellen wenn wir uns selbst in unserer Schwachheit sehen in unserem Versagen dann wollen wir die liebevolle Ermahnung des Herrn annehmen to chcielijmy też i przyjąć te pełne miłości, te pełne miłości, napomnienie naszego Pana und auch Buzetun i też chcielijmy pokutować denn wir haben noch viel mehr als Sardes denn wir haben noch viel mehr als Sardes und die Frage ist wandeln wir unserer empfangenen Gnade und die Frage ist und jeder mag für sich persönlich die Antwort darauf geben i każdy z nas osobiście niech samemu sobie udzieli na to pytanie koniec rozważania na dzień dzisiejszy Wir lesen Gottes Wort aus Offenbarung 3.3. Wiersz 5 Wiersz 5 Wiersz 5 Zwycięzca zostanie przeobleczony w szatę białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami kto ma uszy niechaj słucha co duch mówi do zborów a do anioła zboru Filadelfii napisz to mówię święty prawdziwy ten który ma klucz Dawida ten który otwiera a nikt nie zamknie i ten który zamyka a nikt nie otworzy znam uczynki twoje oto sprawiłem że przed tobą otwarte drzwi których nikt nie może zamknąć bo choć niewielką masz moc jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia oto sprawię że ci z synagogi szatana którzy podają się za Żydów a nimi nie są lecz kłamią oto sprawię że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg i poznają że ja ciebie umiłowałem ponieważ zachowałeś nakaz mój by przy mnie wytrwać prze to i ja zachowam cię od godziny próby jaka przyjdzie na cały świat by doświadczyć mieszkańców ziemi przyjdę rychło trzymaj co masz aby nikt nie wziął korony twojej zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga Mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga Mojego i nazwę miasta Boga Mojego nowego Jerozalem które zstępuje z nieba od Boga Mojego i moje nowe imię a do anioła zborów Laudecei napisz to mówi ten który jest amen świadek wierny i prawdziwy początek stworzenia Bożego znam uczynki twoje żeś ani zimny ani gorący obyś był zimny albo gorący a takżeś letni a nie gorący ani zimny wypluję cię z ust moich ponieważ mówisz bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję a nie wiesz żeś pożałowania godzien nędzasz i biedak ślepy i goły radzę ci abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści by nią namaścić oczy twoje abyś przejrzał wszystkich których miłuję karcem i smagam bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się oto stoję u drzwi i kołaczę jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał a on ze mną zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie jaki ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie kto ma uszy niechaj słucha co Duch mówi do zborów Chciałbym jeszcze coś powiedzieć na temat wiersza drugiego 3 wiersz 2 Trzeci rozdział objawienia drugi wiersz Znajdujemy się teraz w rozważaniu tego listu skierowanego do zborów Sardes Zauważyliśmy to że ten list charakteryzuje cały ruch protestancki Wczoraj żeśmy już to zauważyli że Słowo Boże było udostępnione wszystkim ludziom i to co zostało wtedy w tych latach wprowadzone przez reformatorów że tylko i wyłącznie obowiązującym jest Pismo Święte i to w tym protestantyzmie było bardzo mocno podkreślane ale w ogólności przeważnie nie postępowano zgodnie z Pismem Świętym i to jest bardzo ważne pouczenie dla nas wszystkich jeżeli się to mówi że jedynie decydującym jest Słowo Boże a to staje się w ustach naszych tylko hasłem i według tego nie postępujemy to wtedy Pan mówi to co tutaj w drugim wierszu mamy zapisane nie stwierdziłem bowiem że uczynki Twoje są doskonałe jest to bardzo wielka różnica pomiędzy tym listem skierowanym do zboru i tak widzimy jak on tutaj wzywa w tym liście do Sardes pamiętaj więc czego się nauczyłeś i co usłyszałeś Sardes hatte das Wort Gottes empfangen Sardes otrzymało Słowo Boże jest to cudowna łaska że każdy mógł w zapisanej formie w swoich własnych rękach je trzymać i mówi do nich zachowaj to postępuj według niego i pokutuj albo tak jak u nas jest napisane upamiętaj się taki jest głęboki sens w tych wierszach drugim i trzecim jeżeli oni nie będą pokutowali to wtedy Pan będzie musiał z nimi tak postępować jak ze światem on ponownie wskazuje na swoje przyjście ale mówi jeżeli Ty nie będziesz pokutował to zaskoczę Cię przez moje przyjście tak jak będzie świat zaskoczony przez moje przyjście a ja przybędę jak złodziej chciałbym jeszcze jedną myśl uzupełnić do tego co było wczoraj powiedziane myśmy słyszeli że tym problemem z Sardesu i Teatyry również może i Pergamonu tym problemem było właśnie połączenie się ich ze światem co może nas ustrzec od takiego problemu zamiast społeczności z tym światem musimy zastosować odosobnienie od świata ale stopień odosobnienia się od świata jest uzależniony od stopnia naszej społeczności w jakiej żyjemy z Chrystusem a to oznacza że im bliżej jesteśmy Chrystusa to na tyle jesteśmy oddaleni od tego świata im bliżej jesteśmy Chrystusa tym o wiele mniej znajdziemy uznania w tym świecie zamiast uznania coraz to więcej odbierzemy pogardy a jednak nie jesteśmy samotni bo Pan jest przy nas nikt nigdy nie żył tak oddzielony od świata jak nasz Pan i nikt inny tak nie odebrał pogardy ze strony świata jak nasz Pan a jednak wiemy że nigdy nie był sam on powiedział że ojciec jest zawsze ze mną gdyż ja czyniłem wszystko to w czym ma on swoje upodobanie a jednak następna wspaniała myśl z tym się łączy im bardziej my teraz oddajemy się pod działanie łaski Bożej aby w niej żyć umso mehr Gnade tym bardziej więcej mamy łaski w stosunku do innych i to zarówno w stosunku do wierzących jak również w stosunku do świata przypomina mi się teraz wypowiedź brata Kelliego on kiedyś powiedział trzeba być bardzo blisko Pana um im blik auf gläubige die so wandeln wie die Korinda und die Galata aby w związku czy wobec takich Korintian jak takich wierzących jak Korintianie czy Galacjanie noch solche urteile über sie zu haben aby posiadać jeszcze możliwość oceny ich takiej wie Paulus zum Beispiel an die Galata sagt jak Paweł, który powiedział do Galacjan ich glaube in Galata 5 przypuszczam, że w Galacjan w 5 rozdziale w 10 wierszu ich habe vertrauen zu euch im Herrn dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet jestem co do was przekonany w Panu że nie inaczej myśleć będziecie dann einen weiterführenden Gedanken zu Vers 3 i jeszcze dalsza przewodnia myśl dotycząca 3 wiersza wir haben in Vers 3 die aufforderung zu gedenken wierszu trzecim oglądamy to wezwanie aby pamiętać o tym und wir haben die aufforderung zu wachen i również mamy wezwanie do tego aby czuwać das heißt wir müssen einmal zurückblicken a to oznacza, że musimy spoglądać wstecz das heißt gedenken i to ma na myśli właśnie pamiętaj und wir müssen andererseits nach vorne blicken ale z drugiej strony musimy również spoglądać naprzód das bedeutet wachen a to określone jest słowem czuwaj ich will das kurz machen zurückdenken an das was sie empfangen haben das haben wir gehört ja chciałbym to teraz określić co oznacza wspominać o tym co otrzymaliśmy und das sollte bewahrt werden to właśnie powinno być strzeżone und jetzt möchte ich fragen ist das bewahrt worden i chciałbym teraz zapytać czy to zostało ustrzeżone und die Antwort ist nein ich denke nun mal an einige Dinge i teraz myślę o niektórych tylko rzeczach durch die reformation das haben wir gehört wurde die rechtfertigung aus glauben deutlich gemacht myśmy już o tym słyszeli, że dzięki reformacji zostało na nowo odkryta prawda, że usprawiedliwienie dzieje się przez wiarę nicht sehr lange danach a już niewiele po tym wurde die taufe wurde die taufe zu einem sakrament chrzest został uczyniony sakramentem und durch dieselbe wurde man nach lehre der Kirche zu einem glied am Leib Christi i zgodnie z nauką Kościoła poprzez chrzest człowiek stawał się automatycznie członkiem Kościoła ähnliches geschah durch die konfirmation i podobna rzecz działa się dzięki konfirmacji wo blieb das bewahren dieser empfangenen wahrheit a więc gdzież tutaj można mówić o zachowaniu tej otrzymanej prawdy Bożej wenn es um das wachen geht sollte man wie ich gesagt habe nach vorne schauen jak powiedziałem jeśli chodzi o to co mamy nad czym mamy czuwać to chodzi o to żeby spoglądać naprzód diesen blick in die ferne hat man aber am besten auf der Höhe te spojrzenie do przodu to najchętniej chciałoby się utrzymać na najwyższym poziomie unten im dickicht im gewehr im gestrub a na dole tam w tej gęstwinie kann man nicht sehr weit in die ferne schauen nie można zbyt dobrze spoglądać naprzód um also einen guten blick in die ferne zu haben müssen wir nahe bei Christus sein a więc aby mieć dobre spojrzenie w dal musimy być blisko Chrystusa der blick in die ferne bedeutet auch te spojrzenie w dal oznacza również das kommen des Herrn als erwartung für die gläubigen nicht aus dem auge zu verlieren aby to przyjście Pana jako te oczekiwanie przedmiot oczekiwania wszystkich wierzących nigdy o nim nie zapomnieć damit sage ich nicht dass diese wahrheit a przez to nie chciałbym powiedzieć że ta prawda bei der reformation Sardes geworden war das war nicht so nie chciałbym powiedzieć że dzięki reformacji którą obrazuje Sardes że to zostało na wierzch wyciągnięte nie tak nie było diese wahrheit wurde erst den brüdern im 19. Jahrhundert wieder deutlich bo ta prawda została dobitnie dopiero poznana przez braci w dziewiętnastym stuleciu ale to co możemy stwierdzić to to że ta prawda została zatracona und die ankündigung des Herrn dass er wie ein dieb kommen würde a te zwiastowanie o Panu że on przyjdzie jako złodziej macht jetzt deutlich dobitnie to właśnie pokazuje dass er damit nicht die erwartung der gläubigen erfüllt że on dzięki temu przyjściu nie wypełni tych oczekiwań wierzących die ihn ja erwarten und die ihn erwünschen którzy go oczekują jako tego który przyjdzie zgodnie z ich życzeniami nie on tutaj przychodzi jako złodziej ein dieb kommt unerwartet und unerwünscht złodziej przychodzi nie oczekiwanie i nie życzymy sobie jego przyjścia ganz im gegenteil zum kommen des Herrn für uns zur entrückung a przecież to jest całkowicie przeciwne temu co wiemy w stosunku do przyjścia Pana naszego aby nas pochwycić i zabrać do siebie do nieba wir erwarten ihn und wir erwünschen ihn my go oczekujemy z tęsknotą i życzymy sobie jego przyjścia wir haben diesen charakter des kommens des Herrn wie ein dieb dreimal in der Schrift ten sposób przyjścia Pana czy ten charakter jego przyjścia jako złodzieja oglądamy trzykrotnie w Piśmie es gibt mehr stellen wo er so wo das so geschildert wird aber drei gesichtspunkte wer sich das merken will oder notieren will kto chciałby sobie to teraz zanotować in Mateus 24 vers 43 w Mateusza 24 rozdział 43 wiersz kommt er für die ungläubigen Juden wie ein dieb wie ein dieb wie ein dieb kommt er für die ungläubigen Christen wie ein dieb das ist an und für sich erschreckend wenn er gegenüber der Christenheit so erscheinen muss wie gegenüber der Welt muss sich in den wie sie wie sie wie in den der Welt gibt die wie ein dieb dass sie das späde mit der wenn das ist das ist wie ein dieb das heißt dass das wird das bedeutet auch, dass diejenigen, für die er so kommen wird, überhaupt gar kein Licht haben bezüglich seines Kommens. Ich möchte noch etwas hinzufügen zu dem Wortlaut vollkommene Werke aus Vers 2. Das ist vielleicht deshalb so, weil es eine ganz bestimmte Bedeutung trägt im Polnischen das Wort vollkommen, worunter man etwas versteht, was überhaupt nichts hat, was daran mangeln würde. Deshalb könnte es bewirken, dass man den Vers wie folgt versteht, dass uns das Wirken oder Handeln des Herrn zu ernst erscheinen würde. Zu ernst, in dem Sinne, dass der Herr vielleicht zu streng damit umgehen würde und die Dinge, die für ihn doch getan wurden, nicht genug anerkennen würde? Nein, der Herr handelt nicht zu ernst. Die müssen nicht spektakulär sein. Sie können völlig unbedeutend sein. Sie finden ihr fundament in der Furcht des Herrn und in der Liebe zu ihm. Bez względu nachdem, wie großartig sie erscheinen mögen. Und auch genau umgekehrt ist, ist es sogar die größten und spektakulärsten Werke, wenn sie nicht gegründet sind auf der reinen, aufrichtigen Liebe zum Herrn und der Furcht zu ihm, sie sind keine vollkommenen Werke. Deshalb müssen wir darauf achten, dass wir dieses Wort vollkommen abstrakt verstehen. Wir haben uns wiederholt gesagt, dass wir beim Betrachten des Sendschreiben auch Anwendungen auf uns machen dürfen und sollen. Ich denke da an den Ruf zur Wachsamkeit zu Beginn von Vers 2 und in der zweiten Hälfte von Vers 3. Wenn auch die Situation in Sardes nicht eins zu eins auf unsere heutige Zeit oder uns übertragen werden kann, so ist Wachsamkeit noch jederzeit nötig. Hier auch im Hinblick auf das Kommen des Herrn, dass sie allerdings geschildert wird im Sinne von Gericht. So, tutaj zostało też zobrazowane w postaci Sądu. Wenn wir aber in Römer 13, Vers 11 lesen, nachdem es da heißt, seit niemand irgendetwas zuldig als nur ein anderer zu lieben, dann sagt der Schreiber in Vers 11, und dieses noch, dass wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen. Denn jetzt ist unsere Errettung näher als damals, als wir gläubige wurden. Die Tatsache des immer näheren Heranrückens des Zeitpunktes des Kommens des Herrn für uns, sollte also dazu beitragen, dass wir nicht mehr so schläfrig wie vielleicht bisher dahin leben, sondern aus dem Schlaf aufwachen. An einer Stelle sehen wir sogar, dass gläubige, die schlafen, sich nicht zu unterscheiden scheinen von den Toten. Das ist im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 14, Vorher ermahnt der Schreiber die Empfänger dieses Briefes, und er weiß dann darauf hin, dass das Licht alles offenbar macht, und dann schließt er diese Ermahnung an, in Vers 14, zweite Hälfte, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten. Das Wort ist nicht an Tote, Tod in Sünden gerichtet, sondern an Lebende, aber sie gebärden sich gleichsam wie Tote. Und dann kommt die gesegnete Folge solchen Aufwachens. Und der Christus wird dir leuchtet. Wenn wir dieses Licht dann haben, dann braucht uns auch nicht bange zu sein, um den Zustand vor ihm. Ich denke auch an eine Begebenheit, die nicht unbedingt hier vergleichbar ist. Als der Herr Jesus mit seinen Jüngern zum Garten Getsemane ging, und drei seiner Jünger mit in den Garten nahm, und sie dann auch bat wachen mit mir, und dass er dann nach diesem Gebiet im Ringenden Kampf die Erfahrung machen musste, dass sie dennoch eingeschlafen waren, musste, wenn er sich an einen von ihnen und sagt, also nicht eine Stunde vermochtet ihr mit mir zu wachen, wenn wir mit ihm wachen, aber wenn wir mit ihm fühlen, dann ist er unser Licht, dann wird er uns leuchten. Und dann ist er unsere Licht, die uns leuchtet. Ich möchte auf einen Ausdruck in Vers 4 zu sprechen kommen. Ich lege etwas von einem Überrest, von einigen wenigen. Aber ich möchte nur etwas sagen zu dem Ausdruck, dass sie ihre Kleider nicht besucht haben. Aber ich möchte nur etwas sagen zu dem Ausdruck, dass sie ihre Kleider nicht besucht haben. Das ist für uns ein recht schwerer Ausdruck, ein recht strenger Ausdruck, Kleider besudeln. Wir hätten ihn vielleicht bei Theatyr erwartet, wo der Herr von Hurerei und Götzendienst spricht. Ich will jetzt nicht etwas miteinander vergleichen und sagen, das eine ist schlimmer als das andere. Ich glaube, dass wir uns keinen richtigen Begriff davon machen, wie schlimm Hurerei geistlich und natürlich für den Herrn ist. Und doch beeindruckt ist mich, wenn der Herr hier von besudelten Kleidern spricht. Wenn wir, ich spreche jetzt einmal mit menschlichen Worten sagen, sie haben nur etwas gelassen, sie haben nur den Namen, dass sie leben und sind tot. Aber wir haben gesehen, wie das entstanden ist, dass sie etwas empfangen hatten und das gelassen haben und sich mit der Welt wieder verbunden haben. Und der Herr sagt, du hast deine Kleider besudelt. Ich möchte einfach nur unseren Blick dafür schärfen, wie der Herr urteilt und wie wir manchmal urteilen. Ich möchte einfach nur unseren Blick dafür schärfen, wie der Herr urteilt und wie wir manchmal urteilen. Sich zu dem Herrn bekennen und ihn nicht haben, besudelt das Kleid. Und ich mache jetzt mal ganz vorsichtig eine Anwendung. Ich möchte jetzt ein sehr osteriges Porównanie. Auch ein Liebenbekenntnis unsererseits, egal was es betrifft. Das ist nur etwas äußerliches und wo das Herz nicht mitgeht. Wie mag der Herr das beurteilen? Das Besucht und der Kleider. Die Bedeutung ist, sich im Zeugnis für Christus mit der Welt zu verbinden. Z pewnością możemy znaczenie tego określenia połączyć z tym połączeniem się chrześcijan ze światem. Es gibt ein treffendes, alttestamentliches Beispiel. Es ist Lot in Sodom. A mianowicie Lot zamieszkujący w Sodomie. Er hatte noch gezeugt für Gott. Aber er hat sich mit der Welt und der Macht der Welt verbunden. Er saß im Tore von Sodom. Und diese Verbindung mit der Welt im Zeugnis A to połączenie się ze światem Ruiniert das Zeugnis. Może zruinować całe świadectwo. Das ist das Bild des besudelten Kleides. To właśnie obrazuje ten obraz tych skalanych szat. Aber es gibt einige wenige. Ale były wśród nich tacy, których była niewielka liczba. Unser Bruder hat eben auf sie hingewiesen. Przed chwilą nasz Brat na nich wskazał. Es sind die Treuen in Sardes. To byli ci, którzy byli wiernymi w tym Sardes. Sie haben sich nicht verbunden mit der Welt im christlichen Zeugnis. Sie haben nicht sich geschützt mit der Macht der Welt in ihrem Zeugnis, in ihrem Leben. Oni nie szukali schronienia u władców tego świata, aby schronić się łącznie ze swoim świadectwem, ze swoją wiarą u nich. Und der Herr gibt ihnen vier Belohnungen, wenn ich so sagen kann. A Pan darował ihm cztery rodzaje wynagrodzenia. Und sie liegen in der Zukunft. A one sięgają daleko na przyszłość. Erstens wird er zeigen, dass sie etwas gezeigt haben vom vollkommenen wandel unseres Herrn Jezus. Po pierwsze, oni będą cośkolwiek też sobą pokazywać z tego doskonałego pielgrzymowania Pana Jezusa. Das ist das erste am Ende von Vers 4. To jest pierwsza rzecz, którą mamy zapisaną pod koniec czwartego wiersza. Und der schwerpunkt liegt dort auf diesen zwei wörtchen mit mir. A cały nacisk ist położony tutaj na te dwa słówka ze mną. Mit mir eingehen in weißen Kleidern. Ze mną wejdą w białych szatach. Es wird in der Herrlichkeit sichtbar, dass sie den Schmach Christi getragen haben. Tam, w górze, w chwale, będzie to widoczne, że oni tam te pohańbienie Christusowe na sobie nieśli. Und nicht Ehre von der Welt genommen haben. A nie przyjęli Chwały ze strony świata. Als unser Heiland auf Erden war. Gdy nasz Zbawiciel był na ziemi. Da hat er Menschen gesagt, ihr nehmt Ehre von den Menschen. To powiedział do ludzi, wy przyjmujecie Chwałę od innych ludzi. Er selbst nahm nicht Ehre von den Menschen. A on sam nie przyjmował Chwały od ludzi. Ist das nicht eine starke ermunterung für uns? Czyż to nie jest bardzo mocne pocieszenie dla nas? Wenn in Zukunft in Herrlichkeit gesehen wird? Gdy ta przyszłość w chwale jest teraz oglądana? Dieser Schwester, dieser Bruder hat etwas gezeigt vom Wandel des Herrn Jezus. Że ten Brat albo ta siostra objawiła coś z tego prawdziwego pielgrzymowania z Chrystusem. Das zweite, sie werden bekleidet mit weißen Kleidern. A drugą rzeczą jest to, że będą przyodziani w białe szaty. Es wird in Ewigkeit gesehen, dass sie sich nicht mit der Welt verbunden haben. Po całą wieczność będzie to widoczne, że oni się nie połączyli ze światem. Dann kommt die dritte Auszeichnung. I trzecie odznaczenie tutaj jest wymienione. Und es ist die schwierigste zum erklären. I ona jest najtrudniejsze do wyjaśnienia. Ich weiß nicht, ob es mir ein wenig gelingt. Nie wiem, czy mi się chociaż trochę uda. Wir müssen uns daran erinnern, dass in den Zehn schreiben, dass Bekenntnis vorrangig ist. My musimy sobie najpierw o tym przypomnieć, że tutaj w tych wszystkich listach do zborów wyznanie musi stać na pierwszym miejscu. Und dieses Buch des Lebens, das wir hier vor uns haben. A ta Księga Żywota, którą mamy tutaj przed sobą. Das ist das Buch des Bekenntnisses. To jest ta Księga Wyznania. Jeder, der sich in irgendeiner Weise zum Christentum bekennt. Każdy człowiek, który w jakikolwiek sposób przyznaje się do chrześcijaństwa, wird in dieses Buch eingetragen. On zostanie zapisany do tej Księgi. Ob sein Bekenntnis echt ist oder nicht. I to niezależnie od tego, czy jego wyznanie jest szczere, czy nie. Das heißt, ob er bekehrt ist oder nicht. A konkretnie mówiąc, to znaczy, czy on jest nawrócony, czy nie. Tausende von Menschen empfangen die christliche Taufe. Tysiące ludzi otrzymuje chrzest chrześcijański. Werden in kirchenregistern eingetragen. Zostają zapisani do rejestrów kościelnych. Und sie haben dadurch ein christliches Bekenntnis. I oni przez to otrzymują chrześcijańskie wyznanie. Aber wenn sie sich nicht bekehrt haben, ist dieses Bekenntnis nicht echt. Ale jeżeli w swoim życiu się prawdziwie nie nawrócą, to to wyznanie chrześcijańskie nie jest szczere, prawdziwe. Aber dieses Bekenntnis dieser Treuen ist echt. Ale jeżeli to wyznanie tych wiernych jest teraz uznane jako prawdziwe. Und darum wird ihr Name nicht ausgelöscht aus dem Buch des Lebens dieses Bekenntnisses. To ich imię nie będzie wymazane z tej Księgi Żywota i tego wyznania. Das dritte ist die anerkennung der Echtheit ihres Bekenntnisses. Najważniejsze jest stwierdzenie prawdziwości ich wyznania. Und das vierte ist noch etwas ganz besonderes. Er wird ihren Namen bekennen vor seinem Vater und vor seinen Engeln. I wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Wiersz piąty. Das ist eine ganz besondere anerkennung. To jest już szczególnego rodzaju wyróżnienie. Die er denen gibt, die sich in ihrem Bekenntnis nicht mit der Welt verbunden haben. Bo wśród tych, którzy w swoim wyznaniu nie zjednoczyli się ze światem. Er wird ihren Namen als besonders nennen vor dem Vater. Das ist sehr schön. Ich habe jetzt das alte Testament hier nicht dabei. Nie mam teraz w ręce Starego Testamentu. Aber dort sagt. Ale Bóg tam mówi. Gott, ihr werdet mir ein sonder eigentum sein. Ale wy będziecie szczególną moją własnością. Ein besonderer schatz. Szczególnego rodzaju skarbem. I werdet eine besondere anerkennung bekommen. I otrzymacie szczególnego rodzaju wyróżnienie. Und das ist das vierte, was wir hier haben. I to jest czwarta rzecz, którą tu oglądamy. Diese besondere Auszeichnung. Versteht man das? To tego szczególnego rodzaju wyróżnienie. Aus dem Munde dessen, der für uns am Kreuz auf Golgotha gestorben ist. Pwynąces ust tego kturizanas na krzyżu Golgotha umar. Ich habe sie gerade mal hier aufgeschlagen. Was auch besonders auffällt, der ist auch von einem Buch die Rede. Da waren solche, die sich miteinander unterredeten, die den Herrn fürchteten. Jest tutaj mowa o szczególnego rodzaju księdze, do której zostali zapisani ci, którzy na temat Pana między sobą rozmawiali. Und dann heißt es weiter. Und der Herr merkte auf und hörte und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten. Das ist in der Tat eine geeignete alttestamentliche Parallele zu dem, was wir hier vor uns haben. Rzeczywiście, to jest jak najbardziej bardzo pasujące, starotestamentowe miejsce, wyjaśniające to, co mamy teraz w tym rozważanym przez nas tekście. Ich muss noch ein wenig vorweilen bei diesen einigen wenigen namen in Sardes. Und ich wollte, dass ich in Sardes eine große Menge, die Menschen oder Namen haben. Es ist ja immer wichtig, vor welchem Hintergrund sowohl jene in Malachi, als auch diese hier in Offenbarung 3 gesehen werden. Es ist ein sehr dunkler Hintergrund in beiden Fällen. Bruder Darby hat an einer Stelle gesagt, Brat Darby na jednym miejscu napisał, dass wir in Sardes einen Zustand des Todes vorfinden, dass wir in Sardes einen Zustand des Todes vorfinden, der noch schlimmer ist, als die Zustände, die vorher geschildert werden, Das helle Licht der Reformation war so gut wie erloschen. Bo wielu z tych, którzy otrzymali w podarunku tą prawdziwą wiarę, standen noch vollkommen hinter dieser Wahrheit des Gerechtfertigts zu sein allein durch den Glauben. Oni całkowicie uchwycili się tej prawdy, że jedynie i tylko wyłącznie usprawiedliwienie i oczyszczenie może nastąpić przez wiarę. Ale większość ich następców hatte vielleicht rein äußerlich noch die form der Gottseligkeit. Oni zachowywali tylko taką pustą formę zewnętrznej pobożności. Verleugnete aber ihre Kraft. Ale nic nie było widać z mocy Bożej w nich. Und das ganze System der Reformation war übergegangen in eine Vermischung mit den politischen Mächten, wie wir schon gehört haben. I cały ten postęp Reformacji został zaprzepaszczony na skutek zmieszania się z władzą polityczną ówczesnych krajów. Ein wirklich erschreckender Zustand. Naprawdę przerażający stan. Und tut es da nicht unseren Herzen wohl, dass er selbst da diese einigen wenigen Namen finden, die ihre Kleider nicht besudelt hatten. Jakże bardzo cieszy serca nasze, że znajdujemy tutaj zapisane, że znalazły się tam wśród nich takie osoby, które nie skalały swoich szat. Es ist sicher nicht von ungefähr, dass hier nicht einfach steht, du hast einige wenige in Sardes. Z całą pewnością to nie przypadek, że tutaj jest napisane, że masz kilka osób, które nie skalały swoich szat. Sondern du hast einige wenige Namen in Sardes. W języku niemieckim jest nawet napisane, masz kilka imion w Sardes. Ein Hinweis darauf, dass der Herr Jesus jeden Einzelnen von diesen mit Namen kannte. A to jest też wskazówką, że Pan Jezus każdego ze swojej własności zna według jego własnego imienia. Die Gesamtheit hatte den Namen, das sie lebten, aber tot waren. Aber hier finden wir solche, auf die das Wort angewandt werden darf. Ale tu oglądamy takich, co do których może być zastosowane następujące słowo. Der Herr kennt, die sein sind. Pan zna tych, którzy są jego. Sie hoben sich von der Masse ab. von der Masse, von denen auch gesagt werden konnte, dass es feinde des Kreuzes Christi waren. Od tego tłumu, o którym musiało być powiedziane, że stali się nieprzyjaciółmi Krzyża Chrystusowego. Solche, die auf das irdische sannen. Byli to tacy, którzy byli usposobieni cielesnie czy światowo. Diese wenigen sannen auf die Person des Herrn Jesus. Tylko ta niewielka ilość przyłączyła się do imienia Pana Jezusa. Sie gingen nicht mit der Welt. Sie gingen inmitten dieses Zustandes mit dem Herrn Jesus. Und wir haben gesehen, wie der Herr Jesus das auf vierfache Weise belohnt. Und wir haben gesehen, wie der Herr Jesus das auf vierfache Weise belohnt. Zrobimy teraz przerwę, 15 minut, do godziny 16.10. Wir machen jetzt pauze, bis zechzehn urteilen. Auch noch einmal in einem gewissen Zusammenhang vorstellen. Chciałbym teraz przedstawić te wiersze od czwartego do szóstego z pewnego punktu widzenia. Zunächst noch einmal erinnern an das, was wir die Tage gesagt haben. Das wir in den Sendschreiben im Allgemeinen nicht unterscheiden zwischen gläubig und ungläubig, sondern das christliche Bekenntnis sehen. Aber umso schöner ist es. Aber umso schöner ist, dass doch der Heilige Geist das doch der Heilige Geist, ihn abhebt von der ungläubigen Masse. Aby ich uwypuklić z tej niewierzącej Masse chrześcijaństwa. Und genau das haben wir auch jetzt hier in den Versen vier bis sechs. Wir hatten das auch gestern, in Kapitel 2, ab Vers 24. Aber es wird hier gesagt, dass es einige wenige sind. Hier ist gesagt, dass man in Sardes ein paar Menschen oder eine große Zahl hat. Der Mensch braucht oft massen oder eine große Zahl, um die Richtigkeit seine Handlungen oder Wege bestätig zu wissen. Gott braucht das nicht. Er ist sich nicht zu schade, zu wenigen zu bekennen. Wie wertvoll ist dieses aber? Wie wertvoll ist dieses aber? Wie wertvoll sind ihre Kleider nicht zu schade. Którzy, w przeciwieństwie do innych, nie skalali swoich schade. Das besudeln der Kleider ist ein ausdruck der Schande. Te skalanie schade, to jest wyrażenie takiego pohańbienia. Es ist eine Schande für einen Christen. Wenn er sich mit der Welt verbindet, wenn er sich mit der Welt verbindet, die Christus gekreuzigt hat. In Philippa 3 wird von solchen gesprochen, deren Ehre in ihrer Schande ist. Deren Gott der Bauch, die auf das Erdische sind, die keine andere Ausrichtung haben als die Erde. Dann haben wir in Vers 5, über die weißen Kleider, das ist erklärt worden, aber in Vers 5 wird noch von dem Buch des Lebens gesprochen, aus dem die Namen dieser Überwinder nicht ausgelöscht werden. Aber entschuldigt, ich sage doch noch einen Gedanken zu Vers 4. Was bewahrt uns vor dieser Gemeinschaft mit der Welt, vor diesem Besudeln? Ich finde eine Parallelstelle ist 2. Korinther 6. Da geht es ab Vers 14 bis 18 genau um diesen Punkt. Und da wird auf vielfache Weise verneint, dass wir Gemeinschaft mit der Welt haben können. Und in Vers 17 wird gesagt, darum geht aus ihrer Mitte aus und sondert euch ab, spricht der Herr. Und da wird ihnen auch eine besondere Belohnung der Gemeinschaft verheißen mit ihrem Vater. Aber jetzt zu dem Buch des Lebens. Aber jetzt zu dem Buch des Lebens. Aber jetzt zu dem Buch des Lebens. Wir haben also in diesem Buch des Lebens hier. Wie gesagt, das ist nicht identisch. Das ist nicht identisch oder ähnlich. Mit dem Buch des Lebens von Philippe. Wer ist das? Vier oder drei? Wo die beiden Schwestern erwähnt werden. Vier am Anfang, danke schön. In Philippe vier am Anfang wird von den beiden Schwestern gesagt, dass sie eingetragen waren im Buch des Lebens. Die Evodia und die Syntyche. Dieses Buch des Lebens ist hier nicht gemeint. Tutaj nie ist mowa o tej samej Księdze, która ist opisana w liście do Philippian, w trzecim rozdziale. Na początku tego rozdziału mowa jest o dwóch siostrach, Evodii i Syntyche, które są zapisane w Księdze Żywota. In dieses Buch des Lebens wird jeder eingetragen, wenn er sich bekehrt. W tej Księdze Żywota, z listu do Philippian, zapisani są wszyscy ci, którzy się nawrócili. Und er wird nie mehr ausgelöscht werden. Und in diesem Buch, von Philippa vier, steht auch nicht der Name eines einzigen Ungläubigen. Das zeigt ganz deutlich offenbarung zwanzig, vers zwölf. In verbindung mit vers 15. W związku z piętnastym wierszem tego dwudziestego rozdziału Objawienia. Aber dann kommt diese wunderbare Belohnung, von der wir schon hörten. Ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. A następnie tutaj czytamy o tym cudownym wynagrodzeniu, Ich möchte gerne zeigen, dass der Herr Jezus beides schon in den Evangelien gesagt hat. Zunächst Mateus 10. Najpierw czytamy Mateusza w dziesiątym rozdziale. Vers 32. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, ja wyznam przed ojcem moim, który jest w niebie. Wir haben den Offenbarung 3 gelesen. Ich werde diesen Namen vor meinem Vater bekennen. A w Objawieniu w trzecim rozdziale czytaliśmy, że wyznam imię Jego przed moim ojcem. Und dann Lukas 12, vers 8. I Łukasza 12, vers 8. Ich sage euch aber jeder, der irgend sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem wird auch der Sohn des Menschen sich bekennen vor den Engeln Gottes. Łukasza 12, vers 8. Powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Welch eine besondere auszeichnung. Jakież tu jest szczególnego rodzaju wyróżnienie. Für diejenigen, die sich hier auf die Seite des Verachteten zu ihm bekannt haben. Dla wszystkich tych, którzy stanęli po stronie tego pogardzonego i przyznali się do niego. Dabei will ich noch bemerken, a przy tym chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, dass es in diesen Stellen, wo es um dieses Bekennen geht, nicht darum handelt, den Herrn einmal nicht bekannt zu haben im Zeugnis. Es geht in diesen Stellen, wo wir jetzt das Bekennen vor uns haben. W tych miejscach, w których teraz oglądamy to wyznanie. Nicht um die Frage. Nie chodzi o tą sprawę. Ob wir irgendwann bei einer gelegenheit einmal den Herrn Jezus nicht bekannt haben. Czy my, żeśmy przy jakiejś tam okazji nie przyznali się do Pana Jezusa. Das haben wir alle zu bedauern und zu beklagen. Niestety wszyscy musimy nad tym właśnie ubolewać i przyznać się, że tak było. Nein, es geht um einen Grundsatz. Nie, tutaj chodzi o tą zasadę. Bekennen wir uns grundsätzlich zu dem, der von der Welt verworfen und verachtet wurde. Czy my zasadniczo przyznajemy się do Tego, który przez ten świat był odrzucony i pogardzony. Oder bekennen wir uns zu der Welt, die ihn gekreuzigt hat. Albo czy my przyznajemy się do świata, który go ukrzyżował. Noch ein letzten Gedanken, ich werde seinen Namen bekennen. Jeszcze ostatnia myśl związana z tym, że ja wyznam imię Jego. In der Zeit nach der Reformation. W tych czasach, które nastały po Reformacji. Im Protestantismus also. A więc w czasach Protestantizmu. Hat man sich oft, bis heute, der Namen große Reformatoren gerühmt. To bardzo często, i to sięga aż po dziś dzień, ludzie chlubią się nazwiskami wielkich Reformatorów. Diese Namen haben ihren Stellenwert vor Gott. Te nazwiska z pewnością mają swoją wartość przed Bogiem. Aber es genügt nicht für den, der sich auf die Tradition beruft. Wenn er nicht selbst durch Hingabe an Christus gekennzeichnet ist. Dazu noch eine letzte Anwendung. I w stosunku do tego jeszcze jedna uwaga. Geschwister, das ist für uns auch von großer Bedeutung. Ich bin der letzte, der gering achtet, der unsere Vorfäder gering achtet. Ich bin der letzte, der unsere Vorfäder gering achten würde. Ich möchte unsere Vorfäder nicht gering achten, überhaupt nicht. Ich schätze und achte unsere Brüder, die uns viel Gutes hinterlassen haben an Auslegungen über die Schrift. Und doch steht eins auch fest. Wir können nicht leben von den Biografien unserer Väter. Wir brauchen eine eigene, persönliche Wiedmung und Hingabe an den Herrn. Wir brauchen uns selbstverständlich, aber die können wir auch von unseren Väter lernen. Aber das können wir auch von unseren Väter lernen. Aber das können wir auch von unseren Väter lernen. Wir können auch von unseren Väter lernen. Wir haben schon gesagt, dass es charakteristisch ist, dass immer Herr immer noch ein Gesetze ist. Wir haben gesehen, dass es immer charakteristisch ist, dass der Herr auch die Belohnung für den Überwinder zeigt. Wer ist das, dieser Überwinder? Ich glaube, dass es hier vor allem um denjenigen geht, der die Welt überwunden hat. In der Form, die hier unter unterschiedlichen Aspekten gezeigt werden. Ich glaube, dass es sehr schwer fällt, um in all seiner Fülle zu umschreiben, was eigentlich die Welt ist. Man kann mit Sicherheit feststellen, dass die Welt all das ist, was sich dem Herrn widersetzt. Und gleichzeitig auch jetzt und auch in Zukunft all den Absichten Gottes. Das ist ein System, das sich in unterschiedlichen Formen oder Bildern zeigt. Und teilweise sind es solche, die sehr schwer festzustellen sind. Und dieses System kann auch auf die Ferne oder von Weitem her wirken. Denn in der ganzen christlichen Geschichte, die wir hier vorgestellt bekommen, gab es auch manche Situation, wo man sich von der Welt freimachen wollte. Es gab eine Bewegung, wo es Menschen gab, die sich sozusagen dann von der Welt freimachen wollten. Aber wir wissen, dass das ganz anders zustande kommt. Die Welt konnte sie gerade dort in all ihrer Macht attackieren. Denn die Welt ist nicht nur eine Umschreibung der moralischen Dinge. Aber es ist auch eine Art und Weise eines Vorgehens. Die Art und Weise eines Denkens. Die Art und Weise eines Organisierens. Eine Hierarchie. Die Art und Weise einer Übermacht an jedem Ort. Und wenn wir hier jetzt von der Welt reden, ist es wichtig nochmal darzustellen, dass die Welt etwas ist, was sich völlig im Widerspruch zum Kreuz darstellt. Alles, was sich Gott widersetzt. Jede Höhe, die sich erhebt, wieder die Gedanken Gottes und auch seine Grundsätze. Das alles ist die Welt. Wenn man auch nach dem Seinigen trachtet, als für sich selbst, für sein Ich. Oder auch als Gruppe. Und ein Bildung von Institutionen. Das alles ist die Welt. Und wenn wir das alles nicht erkennen, dann ist es trotzdem, wenn es uns scheint, als ob wir von der Welt entfernt sind oder weg sind, dann sind wir trotzdem von ihr beherrscht. Und der Herr war derjenige, der der einzige war, der die Welt in jeder Einzelheit überwunden hat. Und wenn wir jetzt auch die Welt überwinden möchten, dann brauchen wir seine genaue Führung. Jego Usposobienia. Seine Gesinnung. Jego Sposobu Widzenia. Seine Art und Weise des Sehens oder Denkens. Mit anderen Worten seine Nähe. Er muss uns sagen, wo wir hingehen sollen. Und wo wir nicht hingehen sollen. Bo my nie jesteśmy w stanie wytyczyć ram, takich, które by nam były pomocne, i żebyśmy wiedzieli w każdej chwili, co jest świat, a co światem nie jest. Denn wir sind nicht fähig, einen Rahmen zu bilden oder zu formen, der uns in jeder Situation zeigen würde oder leiten würde, wohin wir gehen können oder nicht. Hier bedarf es einer engen Gemeinschaft mit dem Herrn. Er sagte, vertraut darauf, ich habe die Welt überwunden. Der Fürster kommt, aber er hat nichts in mir. Und hier sieht man, dass das System dieser Welt so ausdrücklich sich gegen den Gläubigen stellt, um ihm nach Möglichkeit irgendetwas einzuimpfen, damit er sich durch das leiten lässt, was in der Welt üblich ist, und nicht das, was die Gedanken Gottes ist. Das ist schwierig, denn Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden. Er hat keinen einzigen Menschen für gering geachtet. Hier bedarf es wirklich Weisheit und geistlicher Führung, um die Aufgabe, die wir bekommen haben, auch auszuführen. Damit wir uns auch als Überwinder erweisen. Denn die Welt bewacht, wenn man das so sagen darf, in Anführungszeichen ihr eigenes Gut. Sie baut ihre eigenen Festungen, zu denen man nicht hineintreten kann. Aber der Herr ist der Starker, der doch in diese Festung eingedrungen ist und diesen Fürsten gebunden hat. Und der seinen Hausrat geraubt hat. Dzisiaj zadanie wierzących ludzi ist podobne. Und heute ist die Aufgabe der Gläubigen ähnlich. Und wir brauchen auch den Herrn, um auch an solche schwierigen Orte ausgesandt zu sein. Und trotzdem zugleich seine Kleider nicht zu besudeln. Ich habe eine Frage, ich habe nicht richtig verstanden, was hier vorher ein Bruder erklärt hat mit Buch des Lebens. Ich sage nur eins, ich habe so verstanden, was hier vorher gesprochen war oder gesagt war. Als hätten wir zwei Bücher des Lebens. Das im Philippa und im Philippa Brief und im Offenbarung. Aber ich sehe keinen Unterschied und dieser Unterschied war nicht richtig mir aufgeklärt. Mindestens zu meinem Sinne kam das nicht. Vielleicht Müdigkeit oder schlechte Luft oder Vergesslichkeit. Ich verstehe nicht, dass das, kann man so einfach sagen, alle sind eingetragen wie in einem Kirchenregister. Und nachher wird immer ausgelöscht, ausgelöscht, ausgelöscht. Und nachher wird immer ausgelöscht, ausgelöscht, ausgelöscht. Und nachher wird immer ausgelöscht, ausgelöscht. Ich bin dankbar, liebe Brüder, wenn die richtig jetzt das richtig stellen, diese Frage, was mich ein bisschen gefällt. Ich bin dankbar, dass ich diese Frage oder diese Tatsache jetzt beschrieben wird. auch in verbindung setzt damit, dass Mose auch betet, so löscht mich aus, aus dem Buch des Lebens. Und eine weitere Frage. Die Angele, die dem Herrn gehören, am Ende von Vers 5, was sind das für Engel? Sind das die gleichen Engel, die, glaube ich, in Hebräer 12, vers 13 vorkommen? 12, 22. Kapitel 12, vers 22. Und eine dritte Frage. Und eine dritte Frage. Diese weißen Kleider. Czy to można odnieść w tym życzeniu Boga, ob man das in Bezug auf den Wunsch Gottes beziehen darf? 5. Mojżeszowa 22. 5. Mose 22. Wiersz 11. Vers 11. Wiersz 11. Nie będziesz się ubierał w mieszaną tkaninę z wełny i z lnu. Ich werde jetzt nicht gleich alle Fragen beantworten. Nie, odpowiem od razu na wszystkie pytania. Aber die Frage über das Buch des Lebens habe ich gehofft, dass sie noch gestellt wird. Aber die Frage beantworten, dass wir noch etwas deutlicher das darlegen können. Ich muss dazu etwas grundsätzliches sagen über die Wörter und Ausdrücke in der Heiligen Schrift. Wenn ein Ausdruck oder ein Wort in Gottes Wort vorkommt, dann meint es nicht an jedem Ort dieselbe Sache. Ich möchte ein Beispiel sagen. Ich möchte ein Beispiel sagen. Das Wort Fleisch. Das wird im Zusammenhang der Schrift eine ganz verschiedene Bedeutung haben. Da haben wir in Galater 5 die Werke des Fleisches. Und wir wissen, dass es das ist, was zündig ist. Und dann lesen wir vom Herrn Jesus, er ist im Fleisch gekommen. Das bedeutet etwas ganz anderes. Er ist Mensch geworden. Wenn ein Ausdruck kommt in Gottes Wort. Wenn ein Ausdruck kommt in Gottes Wort. Dann ist der Kontext das erklärende Element. Der Kontext wokół tego Słowa ist ein wichtiges, wyjaśniającym Elementem. Das heißt, wir müssen einen Ausdruck, die Bedeutung eines Ausdrucks erkennen im Zusammenhang des Gedankens, in der er gestellt wird an dieser Schriftstelle. Und so haben wir in Offenbarung 3 hier das Buch des Lebens im Kontext des Bekenntnisses. Und so haben wir in Offenbarung 20. Und so haben wir es im Zusammenhang mit der ewigen Bestimmung des Menschen. Und so ist das dort ein anderes Buch. Und wer im Buch des Lebens steht nach Offenbarung 20. Und so haben wir in die Ewigkeit. Und so haben wir in die Ewigkeit. Und niemand kann daraus gelöscht werden. Und auf dem großen, weißen Tron, wo die Ungläubigen gerichtet werden. Und auf dem großen, bänen Tron, wo die Ungläubigen gerichtet werden. Und dann wird dieses Buch des Lebens geöffnet. Und dann wird die Księg des Lebens geöffnet. Und klar zu machen, dass in diesem Buch des Lebens kein einziger dieser Ungläubigen steht. Sie gehen in die ewige Pain, weil ihr Name nicht im Buch des Lebens steht. Und hier in Offenbarung 3 haben wir das Buch des christlichen Bekenntnisses. Und ich wiederhole, dass da jeder eingetragen wird, der in irgendeiner Weise sich zum christlichen Glauben bekennt. Und ich wiederhole, dass da jeder, der in irgendeiner Weise sich zum Islam bekennt, wird darin nicht eingetragen. Und wer sich zum christlichen Glauben bekennt, wird darin nicht eingetragen. Den, đếnięcy Hola. Wenn er Gericht ist, oder nicht sig întrer tay, ist nun bekenntnis. Und zwischen anderen Worten, ob er sich bekehrt hat, oder nicht. Ob er sich bekehrt hat, oder nicht. Innymi Worten. Und innymi Worten, ob er sich bekehrt hat, oder nicht. Und der Herr wird dieses Buch des Bekenntnisses klar machen, klären. Und es geht in unserer Stelle darum, dass diese Treuen ebenso wie die Untreuen in diesem Buch des Bekenntnisses sind, und dass der Herr ihr Bekenntnis als echt anerkennt. Und dass der Herr ihre Bekenntnis als echt anerkennt. Im Unterschied zur Masse der Menschen von Sardes. Und das in der anderen Masse der Sardes, die auch ein christliches Bekenntnis haben, das aber nicht verbunden ist mit Leben aus Gott in ihnen. Aber das nicht verbunden ist mit Leben aus Gott in ihnen. Die Frage, die in Verbindung mit Mose gestellt worden ist, ist es, wenn ich mich recht entsinne, das Buch der Lebendigen. Und wenn Mose sagt, streiche mich aus deinem Buch, dann war er so mutlos geworden, dass er nicht mehr leben wollte. Das ist die Bedeutung jener Stelle. Das ist die Bedeutung jener Stelle. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon so gesprochen habt. Wie er zu Gott sagt, streiche mich aus deinem Buch. Der sagte zu Gott, streiche mich aus deinem Buch. Oder Nawrat wird sicher auf die beantwortung der weiteren Fragen warten, aber da wir noch ein Buch des Lebens sind, darf ich da vielleicht noch etwas vorschlagen. Da wir in Verbindung mit dem Buch des christlichen Bekenntnisses hier davon lesen, dass einige nicht aus diesem Buch ausgelöscht werden. Ich habe dazu zwei Fragen. Erstens. Zu welchem Zeitpunkt werden die Namen der unechten Bekenntnisses ausgelöscht? W welchem punkte czasowym imiona tych wyznawców będą wykreślone? Und die zweite unmittelbar damit zusammenhängende Frage? A drugie pytanie, które łączy się z poprzednim? Wenn dieses Auslöschen beendet ist, gdy to wykreślanie już będzie zakończone, deckt sich da nicht die Zahl der Namen, die in dem Buch des ewigen Lebens, mit dem wir es hier zu tun haben. Und dann gibt es natürlich nach wie folgen. bevor zwei getrennte Bücher bleiben. Natürlich, diese zwei Ksienge weiterhin bleiben mit zwei verschiedenen Ksiengern. Es wird uns eine Hilfe sein, wenn wir die Worte des Herrn Jesus in den Gleichnissen über das christliche Bekenntnis zu rady ziehen. Der Jesus hat nach Matthäus 13 anhand von zehn Gleichnissen über das Reich der Himmel, das christliche Bekenntnis beschrieben. W Ewangelii Mateusza w X rozdziale, w XIII rozdziale, Pan Jezus opisał kilka sposobów, czy rodzajów tego chrześcijańskiego wyznania. Und der Jesus zeigt in einigen dieser Gleichnissen i Pan Jezus pokazuje, na przykładzie tych kilkoro przykładów, dass er die Echtheit des Bekenntnisses prüft, dass er die Echtheit des Bekenntnisses prüft, und diese Prüfung findet nicht im Himmel statt, sondern sie findet auf der Erde statt. A te sprawdzanie, czy doświadczenie nie odbywa się w niebie, ale na tej Ziemi. Ich möchte nur erinnern an das Gleichnis, wo er seinem Sohn Hochzeit macht. Chciałbym tylko przypomnieć... Wo Gott seinem Sohn Hochzeit macht. Chciałbym przypomnieć o tym podobieństwie, w którym ojciec przygotowuje wesele swojemu synowi. Einer war hereingekommen, der kein Hochzeitskleid. Und der Augenblick kommt, wo der Herr es offenbar macht. Und dann wird deutlich, dass er nur ein christliches Bekenntnis hatte. Und dann wird deutlich, dass er nur ein christliches Bekenntnis hatte. Es aber unecht war. Aber eine waren nichtprawdziwe. Ich erinnern an das Gleichnis in Matthäus 25 von den zehn Jungfrauen. Sie alle bekannten sich zu Christus. Aber es hat sich herausgestellt, dass fünf von ihnen kein echtes, wirkliches... keine echte, wirkliche Beziehung zu Christus hatten. Und es wird offenbar. Und in dem Augenblick... Ich kann nicht sagen, wann das ist. Aber es wird deutlich werden. I w tym momencie... Nie mogę powiedzieć, w którym to momencie... Ale to w którymś momencie zostaje objawione wszystkim. Spätestens beim kommen des Herrn. Und dann geht das, was echt ist, in den Himmel. Wtedy wszystko to, co ist prawdziwe, püjde razem z Nim do nieba. Und das, was unecht ist, bleibt hier. Und dann wird offenbar werden, dass ihre Namen ausgelöscht sind aus dem christlichen Bekenntnis. Das zwar für eine Zeit lang der Form nach noch besteht, aber nur noch dem Gericht entgegen geht. Diese Gleichnisse zeigen, durchweg, das, was wir auch in Sardes sehen. Te wszystkie podobieństwa pokazują dokładnie to samo, co oglądamy w tym liście skierowanym do zboru w Sardes. Das ist zwar ein Bekenntnis gibt. Das aber wahr oder unwahr. A te wyznanie było albo prawdziwe, albo nieprawdziwe. Echt oder unecht sein kann. Było szczere, albo nieszczere. Und der Herr wird es deutlich machen. A Pan to wtedy objawi. Jetzt zu der Frage nach den Engeln. Der Jesus spricht hier, dass er den Namen des Überwinders vor seinen Engeln bekennen wird. Der Herr Jesus nennt öfters Engel seine Engel. Ich erinnere mich an Matthäus 16, vers 27. Ich erinnere mich an Matthäus 16, vers 27. Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Matthäus 16, vers 27. Matthäus 16, vers 27. Ich habe für mich die feste Überzeugung. Ja, sam dla siebie, jestem mocno przekonany, Dass der Herr Jesus einen Unterschied macht zwischen den gefallenen und nicht gefallenen Engeln. Dass der Herr Jesus tutaj robi różnicę pomiędzy aniollami, którzy upadli, a tymi, którzy nie upadli. Die gefallenen Engel von 1. Mose 6. Die gefallenen Engel von 1. Mose 6. sind in dem abgrund verwahrt, zur untätigkeit verurteilt. Oni są w Hadesie zachowani... Zur untätigkeit. Sie können nicht mehr wirken. Oni są zachowani tam i oni powstrzymani są od podjęcia jakiejkolwiek działalności. Ich meine Judas sagt das. Vielleicht können wir es auch einmal aufschlagen. Może byśmy to teraz też otworzyli. Judas, Vers 6. Das ist List Juden, Vers 6. Sie haben ihren ersten Zustand nicht bewahrt, ihre eigene Behausung verlassen, Judas, Vers 6, und sind zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na Wielki Dzień Sądu. Die wird Herr Jezus also nicht mit sich bringen, wenn er kommen wird zum Gericht vor der Aufrichtung des Tausendjährigen Reiches. Pan Jezus tych aniołów nie przyprowadzi razem ze sobą, gdy on przyjdzie na sąd przed tym ustanowieniem tysiącletniego królestwa. Und die engel, die sich in verbindung mit Satan erhöht haben, um sein zu wollen wie Gott. I aniołowie, którzy w połączeniu ze szatanem wywischzyli się, chcąc być takimi jak Bóg. Die wird der Herr Jezus in offenbarung zwölf aus dem Himmel werfen. O nich czytamy w Objawieniu w XII rozdziale, że zostaną przez Pana Jezusa z nieba zrzuceni. Sie werden selbst gegenstände des Gerichtes werden. I oni sami staną się przedmiotami tego sądu. Und wir wissen, dass Satan vor dem tausendjährigen Reich gebunden wird. A my wiemy, że szatan przed tysiącletnim królestwem zostanie związany. Und nach dem tausendjährigen Reich ewig der Hölle übergeben wird. A po tysiącletnim królestwie zostanie na całą wieczność wrzucony do piekła. Der Hölle, die bereitet ist für den Teufel und seine Dämonen. Do piekła, które jest przygotowane dla Diabła i Aniołów Jego. Diese gefallenen engel, bitte ja Jezus nicht meinen. Pan Jezus nie może mieć na myśli tych upadłych Aniołów. Weder hier in Offenbarung 3. Ani tutaj w tym Objawieniu w III rozdziale. Noch in Mateus 16. Ani w Objawieniu w XVI, przepraszam, w Mateusza XVI rozdziale. Noch in Mateus 25. Ani w Mateusza XX, gdzie mowa jest o tym, że on przyjdzie z aniołami swymi w chwale. Ani też nie są ci aniołowie wymienieni w liście do Hebrajczyków w XII rozdziale. Hebraja 12, vers 22, ja. 12 rozdział, 22 wiersz. Aber vor den nicht gefallenen engeln. Ale przed obliczem tych aniołów, którzy nie upadli. Die er bei seinem Kommen zum Gericht mit sich führen wird. Których on przyprowadzi tutaj ze sobą, gdy będzie przystępował do sprawowania sądu. Przed tymi aniołami on wyzna imię tego, który zwyciężył. Die andere frage habe ich jetzt leider auch nicht mehr so parat. A odpowiedzi na pozostałe pytania nie mam teraz przygotowanej. Die Zeit ist schon vorgerückt und wir werden sicherlich die Frage nicht mehr beantworten. Czas już się posunął daleko do przodu. Z pewnością nie zdołamy odpowiedzieć na wszystkie pytania. Aber ich möchte noch einen Satz erwähnen, den, glaube ich, alle Brüder nicht beschrieben haben. A chciałbym jeszcze tutaj jedno zdanie wymienić, które nie zostało wspomniane. Und damit meine ich die letzten Worte von Vers 4. A mianowicie, ostatnie słowa z wiersza czwartego. Diese gläubigen, also die treu blieben, Ci wierzący, którzy pozostali wiernymi, werden von dem Herrn selbst als solche bezeichnet. Oni są przez samego Pana nazywani takimi, die es wert waren mit dem Herrn in diesen weißen klatern einzugehen. Und das ist für uns alle auch eine große Ermunterung, denn das spricht auch zu uns. Bo to dla nas wszystkich ist bardzo wielką zachętą. Wir haben viel belehrendes, ermahnendes gehört. My żeśmy słyszeli wiele słów pouczających i napominających. Und wenn wir das, was wir vor uns hatten, auch beachten, dann nennt Gott uns auch solche, die es wert sind, dort einzugehen. To Bóg nazywa nas wszystkich, określa jako takich, którzy są godni. Und ist denn nicht alles, was wir getan haben, Gnade? Kann einer von uns sagen, ich hab das alles so gut gemacht? Żaden z nas nie może przecież powiedzieć, że ja wszystko dobrze uczyniłem. Und dann sagt der Herr trotzdem, sie sind es wert. A pomimo tego Pan określa nas, że jesteśmy godni. Das macht uns ganz klein. A to wszystko nas powinno bardzo uniżać. Und das macht uns auch sehr dankbar. Ale jednocześnie wypełnić też i wdzięcznościom. Kochani, tak wiele było powiedziane. Glipte, es ist viel gesagt worden. Na temat tego, że te akurat wiersze, one mają być zastosowane w stosunku co do nas. I tak chciałbym nas zapytać, nas osobiście, każdego z osobna. Nämlich, ich möchte uns alle ganz persönlich auch fragen, Czy mamy tylko imię, że jesteśmy własnością Jezusa Chrystusa, czy naprawdę jesteśmy własnością Jezusa Chrystusa? Haben wir nur den Namen, dass wir sein Eigentum sind, oder sind wir wirklich sein Eigentum? Czy jesteśmy tylko chrześcijaninami? Czy naprawdę mamy Jezusa w naszych sercach? Sind wir nur Christen dem Namen nach, oder haben wir wirklich Christus in unserem Herzen? I też było powiedziane o tym, że o tym wyznaniu, o tej Księdze żywota. Und es wurde auch etwas zu diesem Buch des Lebens, des Bekenntnisses gesagt. Kochani, czy każdy z nas ma tylko to wyznanie, czy jest naprawdę zapisany tam w Księdze żywota Baranka? Geliebte, hat ein jeder von uns nur ein Bekenntnis, oder ist er wirklich in diesem wahren Buch des Lebens eingeschrieben? Abyśmy zapitali z siebie samych. Kochani, bo to jest bardzo ważne. Denn geliebte, das ist sehr wichtig. Jeżeli ktoś dzisiaj tutaj wyjdzie, bez tego, und wenn jemand hier heute aus diesem Raum hinausgeht, ohne dieses zu haben, a będzie miał tylko wyznanie, und wenn er nur ein Bekenntnis haben wird, a nie będzie miał Jezusa w swoim sercu, und er Jezus nicht in seinem Herzen haben wird, to nic mu to nie pomoże, choćby nawet i tutaj siedział przez te trzy dni, dann wird es ihm nichts nützen, auch wenn er hier die ganzen drei Tage lang gesessen hat. Jeżeli jego imię nie będzie zapisane tam, w Księdze żywota Baranka. Wenn sein Leben dort, in diesem Buch des Lebens, nicht eingeschrieben ist. Jeżeli jego imię nie będzie zapisane tam, u Boga, który i przedstawione przed Aniołami jego. Wenn sein Name nicht in diesem Buch Gottes eingeschrieben ist, vor den Engeln Gottes. Który nie będzie mógł sobie przypomnieć takiego dnia, kiedy się całe niebo z Jezusem Chrystusem radowało. Wo er sich nicht an einen solchen Tag erinnern können wird, wo er sich ganz mit Jezus verbunden hat. Kochani, wiemy też to, że nieraz tak jest, że ktoś chodzi do zgromadzenia przez wiele, wiele lat. Geliebte, wir wissen, dass es auch so ist, dass manche in die Versammlung sogar über Jahre hin kommen. a nie uczynił tego kroku, nie zrobił tego, aby uwierzyć Jezusowi Chrystusowi. Und doch hat er diesen Schritt nicht getan, dass er Jezus Chrystus geglaubt hat. Kochani, mamy dzisiaj czas łaski. Mamy wspaniały czas. Geliebte, wir haben heute noch die Zeit der Gnade, noch die angenehme Zeit. Abyśmy zrobili ten Krok i przyszli do Jezusa Chrystusa, a będziemy się przez całe wieki z Nim radowali. Dass wir durch diesen Schritt täten und zu Jezus Chrystus kämen, damit wir uns in der ganzen Ewigkeit freuten. Każdy z nas, kto to ma, raduje się i przez całą wieczność będzie się z Nim radował. Jeder, der dieses besitzt, freut sich und wird sich auch die ganze Ewigkeit lang hindurch freuen. Na tym zakończeniem rozważanie Słowa Bożego. Słowa Bożego.